Guten Abend! Und ich wünschte, ich könnte irgendwie der Person, die euer Haus gebaut hat, eine latschen, denn... Was war das denn im Discord? Ey, what the fuck! Geht ja gar nicht! Heftig! Also manchmal weiß ich auch nicht, warum Sachen gebaut werden, wie sie gebaut werden. Ich hoffe, es geht euch gut! Dann müssen wir was einschenken, ich muss mehr trinken. Ich habe gefühlt nichts getrunken heute. Hallo Daniel! Hallihallo! Na, wie geht's? Schönen guten Tag! Sind Sie dieses Jahr auch wieder auf den Indie-Game-Festival in Köln anzutreffen? Was denkst du denn? Aber klar! Bier? Nee, Bier nicht. Wasser und Tee. Ich bin da ganz sanft. Bier trinke ich zwar auch, aber nicht im Stream. Also... Nee, Alkohol im Stream finde ich ein bisschen schwierig. Ich vertrage nämlich auch nichts. Das könnt ihr sehr schnell ausarten. Und vielleicht ist das schon mal passiert. Vielleicht habe ich in einem Stream ein bisschen was getrunken. Vielleicht war das keine gute Idee. Kriege die Bilder. Ich muss da ganz kurz gucken, ob es irgendwas Wichtiges ist. Nein, okay. Also ja, aber nein. Da sind wir uns hier. Ja, sichi! Ich bin auch 100 pro beide Tage da. Auf jeden Fall. Jetzt suchen wir da ganz kurz Antworten. Heute kam nämlich das Datum raus für die Twitch-Con. Ich kriege gerade Nachrichten von der Arbeit hier gerade. Vielleicht sind wir auch mit der Arbeit auf der Twitch-Con. Das wäre sehr nice. Das wäre schön. Dann müsste ich mich dann nämlich selber nicht so drum kümmern. Jetzt kann die Musik ehrlich leiser. Jetzt wird das Lied nämlich lauter. Gerade hätte man sonst nichts davon gehört gefühlt. Ich versuche auch auf jeden Fall beide Tage da zu sein. Kommt drauf an, wie der Preis dieses Jahr ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Was war denn der Preis letztes Jahr? Ich habe... Ich weiß das gar nicht. Ich war ja geladen als Content-Creatorin. Deswegen habe ich natürlich keinen Eintritt bezahlt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie teuer das ist. Also es dürfte nicht so teuer sein. Hoffe ich. Kommt wahrscheinlich drauf an, was man da haben möchte. Ob man nur den Eintritt möchte. Oder noch irgendwie noch morgens abends irgendwas. Kladderadatsch. I don't know. Lass mich jetzt nicht lügen, glaube ich. 20 Euro. Ah, ja gut. Dafür hat man theoretisch... Wenn man dann früh kommt, hat man da ja auch viel von. Wenn man überlegt... Man fing das denn an? 12? Irgendwie um so 12 oder so. Das ging bis 9 Uhr abends. Das ist okay, ne? Ich denke, das ist okay. Man kann ja eine Menge spielen. Und ich glaube, wenn man wirklich alles spielt, hat man da auch wirklich den ganzen Tag was zu tun. Abgesehen davon, dass man da auch so labern kann und Leute treffen kann und so. Aber ich freue mich total. Ich habe gestern noch zu Timo gesagt, so, boah, kann nicht schon das Indie-Gamefest sein? Ich habe so hart Bock drauf. Richtig heftig. Weiß ich gar nicht, ne? Ist ja auch nicht wild. Mein Gott. Wenn der Preis nicht mehr im Gedächtnis ist, dann war er zumindest nicht unbedingt zu hoch. Das wüsste man dann wahrscheinlich noch. Ui, der Tee ist noch sehr heiß. Aber er tut gut. Ich bin so ein bisschen angeschlagen heute. Ich bin nicht krank oder so. Aber ich hatte gestern wieder eine Impfung. Und man merkt die halt schon, ne? Es geht ja nicht an einem vorbei. Also nicht komplett. Ich bin jetzt nicht ewig. So, dass ich nicht streamen könnte. Ich war auch arbeiten und so. Aber man ist halt einfach nach der Hälfte der Zeit schon so K.O. Wie sonst nach der ganzen Zeit. Und alles tut so ein bisschen weh. Und ich habe so ein bisschen, äh, äh, mimimi. Anders kann man das nicht nennen. Es ist so dieses, es sind halt Impf-Nebenwirkungen. Also, ich habe zum Beispiel seitdem, fand ich ganz spannend, seit gestern, seit der Impfung, plötzlich, ganz trockene Hände. Das heißt, ich habe jetzt, ach, was schlau, ne? Ich habe die Handcreme weggelegt, weil ich mir dachte, nein, am PC Handcreme zu benutzen ist keine schlaue Idee. Dann machst du alles glibberig. Deswegen habe ich die Handcreme weggepackt. Was bräuchte ich jetzt? Ja. Habe ich ganz, ganz kurz damit geliebäugelt, einfach meinen Lippenbalsam auf meine Hände zu reiben? Vielleicht. Ist das eine gute Idee? Um Gottes Willen, nein. Was habe ich noch? Also, ich will jetzt gar nicht rumheulen, aber ich finde es auch irgendwie interessant. Ich hatte gestern ganz viele Krämpfe in meinen Füßen. Weißt du, wenn man so, wenn der Fuß einfach nur sagt, ich gehe jetzt in die Richtung. Und du denkst dir nur so, nein, du sollst einfach nur still liegen. Also, das hatte ich viel, aber das ist jetzt auch weg. Und, naja, meine Lymphknoten sind dick. Deswegen, gerade so unter den Armen, so in den Achseln, sind die Lymphknoten dick. Das heißt, wenn ich so die Arme anlege, dann habe ich das Gefühl, da ist was im Weg. Und natürlich der Impfarm, ne. Man muss ja, wenn dann schon 100% rumheulen, ne. Der Impfarm, der schwere Arm. Aber, nehme ich mit Kuss an, verglichen zu, was ich hätte, wenn ich Corona hätte. Na, so. Mir ist es Tradition, zu jedem neuen Zelda mir neue Klamotten zu kaufen. Aber irgendwie haben die Motive, habe ich die Motive schon oder sie gefallen mir nicht. Ach, da kommt bestimmt noch eine neue Kollektion raus. Muss ein bisschen abwarten wahrscheinlich. Ich habe auch irgendwie alles, was mir gefällt von Zelda an Klamotten. Viele Sachen gefallen mir tatsächlich nicht. Weil, weiß ich nicht. Mir gefällt nicht mehr alles, was ich habe. Was ist das wieder für eine Aussage, ne. Ähm. Visalina, hallo TwitchCon. Ja, Hype, 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 Hype. Ich werde wahrscheinlich da sein. Ähm. Ich weiß aber noch nicht, ob privat oder mit der Arbeit. Das weiß ich noch nicht. Aber gucken wir mal. Aber ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock. Das wird nur richtig heftig. Weil ich, äh, weil direkt... Ja, genau, die Dokumis, direkt vorher. Ja, das wird richtig hart. Aber, unfassbar. Ja, sei froh, dass es nicht das gleiche Wochenende ist. Das wäre bitter gewesen, oder? Ja, meine ich ja, ja. Ist zu weit weg. Äh, ja. Paris ist natürlich nicht um die Ecke, ne. Ich arbeite auch bei beiden. Mhm. Fühle ich. Fühle ich. Wie gesagt, auf der Dokumis weiß ich ja noch nicht. Ähm, also ich bin auf jeden Fall da. Ich habe auch ein Ticket bekommen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich halt privat komplett da bin. oder ob ich, äh, da noch so ein... Wie heißt das? Meet & Greet Table Twitch gedöhnt habe. Das weiß ich noch nicht. Das entscheidet sich erst Ende des Monats. Ähm, ob ich da einen Platz bekomme oder nicht. Und, ähm, ja. Aber sonst werde ich so oder so rumgurken und komme auf jeden Fall vorbei. Und, ja, TwitchCon muss ich gucken, ob ich dann privat da bin oder mit der Arbeit. Das zeigt sich dann noch. Ich bin aber auf jeden Fall halt schon da im neuen Vertrag. Also ich bin dann schon, äh, Daedalic Angestellte. Das würde sich anbieten, wenn die beiden Community Manager dann da sind, ne. Tschüss. Ich zahle bitte nicht 180 Euro für den Zug. Also wenn ich, wenn ich mit der Arbeit hinfahre, ist mir völlig egal. Das bezahle ich ja nicht. Ist mir einfach wurscht. Wenn du Privatanreise... Genau. Bitte heute Hotel buchen und warten, bis die Zugtickets bei Thales freigeschaltet sind. Ja. Ja, ich überlege schon, ob ich, ah, ob ich halt jetzt schon ein Hotel buche, was man stornieren könnte, falls ich es dann doch nicht brauche, so. Weil, was ist, wenn halt die Arbeit sagt, nee, wir schicken euch da nicht hin. Dann brauche ich ja trotzdem für mich privat was, ne. Hm. Ich muss euch hier mit meinem Zelda-Hype ausleben. Im Real Life habe ich nicht die passenden Leute. Ey. Castilla, hau raus. Du weißt, du bist hier komplett richtig. Ich habe ein Doppelzimmer gebucht seit einem Monat. Ach, wusstest du das Datum schon oder hast du geraten? Ich wusste das Datum noch gar nicht bis heute. Ich habe heute Bescheid bekommen. Auf allen möglichen Medien. Plötzlich überall kriege ich Nachrichten. Hast du es schon gesehen? Hast du es schon gesehen? Twitch call, Twitch call. Ich so, ja. Ja, der Hype ist real. Der Hype ist richtig real. Ich guck grad mal. Ich will jetzt auch nicht einfach so mitten im Stream was buchen. Das ist eine dumme Idee. Das mache ich vielleicht. Hm. Ich habe eine E-Mail gekriegt und irgendwer hat das auch geleakt. Ich habe die E-Mail halt heute bekommen. Ich fühle mich vernachlässigt. Aber es wird geil. Das wird geil. Anfang Juli wird direkt hart, ey. Und dann kommt noch in diesem Monat dann die Gamescom hinterher. Danach brauche ich Urlaub, den ich nicht habe. Call to Action E-Mail. Ich erinnere mich nicht. Vielleicht, weil ich... Vielleicht aber, weil ich nur privat da war letztes Jahr. Vielleicht deswegen. Nicht, dass ich damit sagen will, ich hätte da was vor. Ja, ja, klar. Nee, verstehe ich schon. Alles gut. Aber kann ja sein, dass es deswegen ist. Weil du nicht im Verteiler drum... Ja, ja, genau. Weil ich war letztes Jahr nur als Privatperson dort, ne. Es kann denen ja völlig wurscht sein dann, ne. Hm. Was hast du denn für Sachen, Castilla? Da bin ich mal gespannt, welche... Ich wette, wir haben die Hälfte unseres Kleiderschranks. Castilla ist gleich. Komm mal raus. Welche Sachen hast du? Ich meine, du kennst ja wiederum meine Zelda-Klamotten größtenteils. Obwohl nicht alles ist immer sichtbar im Stream. Oder manche Sachen trage ich nicht im Stream. Aber nee, ich bin sehr gespannt. Überhaupt, ab Juni ist richtig. Party einfach. Okay, Stress, aber Party, ne. So muss das sein. Ich muss wieder in ein Telefonat heute. So ist so ein schneller Tag. Oh, dann viel Erfolg. Schön, dass du reingeschaut hast. Und danke für die Verteilung der guten Hunde. Immer schön. Werden wir heute bestimmt noch öfter drüber reden. Anfang Juni ist ja dann das Indie-Game-Fest in Köln. Wo ich dann auch beide Tage sein werde. Dann muss ich noch gucken, wo ich da penne. Ich habe keine Lust wieder nach Bochum zurückzufahren. So ist immer alles so mühselig. Muss ich mal schauen, wie ich mir das leisten kann, irgendwo zu bleiben. Und da, oh Gott, es ist einfach so. Es ist eines der chilligsten Events, die ich kenne. Also klar, für die Organisatoren ist das natürlich immer, ne. Für die Organisatoren ist nie irgendwas chillig. Aber so für mich, so als Content-Creatorin, ich bin immer nur so, ich kenne Menschen. Oder ich lerne Menschen kennen. Ich spiele Spiele. Das war es eigentlich auch schon. Das ist schon richtig gut. Das ist richtig nett. Und vorher im Mai kommt dann Zelda raus. Oder beziehungsweise ich muss auch meine Bachelorarbeit noch schreiben. Das heißt, das wird eine stressige Zeit, wo ich mich irgendwie... Das wird zu hart. Ich muss eigentlich gucken, ob ich im April schon meine Bachelorarbeit anfangen kann. Damit ich die vielleicht, bis Zelda rauskommt, fertig habe. Damit ich dann einfach mal anderthalb Monate nur durchzocken kann. Das ist doch eine gute Motivation. Eigentlich. Wo ist meine Kamera eigentlich so hoch? Ich habe gar nichts verstellt. Ja, so ist es minimal. Okay. Läuft. Ich habe die Dark Link-Figur dann doch nicht bekommen, weil so ein... 10 Sekunden vor Aktionsende 100 Euro mehr geboten hat. Oh. Das tut mir leid. Das ist bitter. Aber gut ist wiederum, dass du dann nicht so ein Stressgebot gegeben hast. Ja, so ein Stressgebot, wo man sich denkt, nein, ich will die auf jeden Fall haben. Und dann bietet man viel mehr, als man hat. Oder viel mehr, als man ausgeben möchte. Dann hat man die Figur. Man ärgert sich, dass man da noch so reingerutscht ist. Weißt du, was ich meine? Da bin ich nämlich ein sehr guter Kandidat für. Vielleicht habe ich die eine Zorro-Figur gekauft vor ein paar Tagen. Ich habe die nicht ersteigert, weil auf Ebay gab es die nicht. Ich habe die aber aus Amerika bestellt und vielleicht ist der Versand sehr teuer. Vielleicht habe ich da nicht so gut drüber nachgedacht. Aber jetzt ist es auch zu spät. Ich meine, die kostet immer noch weniger als 100 Euro. Aber ich habe halt auch gerade Mifa geholt. Ich habe gestern Mifa abgeholt. Die ist noch nicht ausgepackt. Die packe ich irgendwann im Stream aus, wenn wir wieder Zelda spielen. Das heißt, diese 110 Euro Mifa-Figur habe ich halt gestern auch abgeholt. Autschi, Autsch. Ich meine, ich habe beim Tattoo gespart. Das ist okay. Aber jetzt muss ich aber aufhören, Geld auszugeben. Das geht nicht. Das geht nicht. Vor allen Dingen, ich kriege zu Hause hier eine auf der Pfanne, wenn ich hier Geld für Figuren ausgebe und sonst halt alles richtig teuer geworden ist und man eigentlich ein bisschen aufs Geld achten muss. Wie wir einfach unsere Pläne ums neue Zelda planen. Ist einfach so. Was hast du denn für Pläne vorher und nachher? Ich überlege halt. Der Plan ist halt, die Bachelorarbeit bis Ende Juni fertig zu haben. Also bis zur Dokumi auf jeden Fall. Jetzt weiß ich aber auch, dass ich zwei neue Cosplays plane für die Dokumi, was sehr, sehr viel Aufwand wird. Für meine Verhältnisse zumindest. Also keine super aufwändigen Cosplays. Aber für jemand, der eigentlich keine Zeit hat und auch kaum noch Cosplay aufwendig, ist das halt schon, ja, wird einige Tage oder Wochen in Anspruch nehmen. Und jetzt schreibt gerade Timo seine Bachelorarbeit. Der muss bis Ende März fertig sein. Und dann sind wir in Amerika. Auf der PAX sind wir dann. Das ist auch schon soweit gebucht. Und ja, wäre gut, wenn ich im April dann anfangen könnte, meine zu schreiben. Mit ganz viel Glück. Bin ich dann wirklich fertig, wenn Zelda rauskommt. Ich habe jetzt auch tatsächlich die Collectors Edition bekommen. Also ich habe eine Bestellbestätigung. Ich weiß, das heißt nichts. Ich hatte auch eine Bestellbestätigung bei Otto. Und dann hat Otto einfach storniert. Ohne Bescheid zu geben. Finde ich halt gar nicht geil, ne? Hallo Fube! Hallihallo! Moin! Wie geht's dir? Wir sind gerade alle so ein bisschen im Twitchcon-Hype. Oder allgemein im Convention-Hype. Und irgendwie habe ich einfach gute Laune. Auch wenn der Tag richtiger... Der Tag war nicht rotz, aber... Es gibt so Tage, da ist man nach der Hälfte der Zeit schon einfach völlig fertig. Heute war so ein Tag. Nicht aber auch so ein bisschen an der Impfung, die mein Körper gerade noch verarbeitet. Ich übrigens... Das werden Castilla und Fube wahrscheinlich nicht wissen. Aber das, was ihr hier gerade hört an Musik, ist meine allererste Streaming-Playlist, die ich hier gerade wieder angeschmissen habe. So ein bisschen für... Für meinen eigenen Nostalgie-Faktor. Weil ich mir dachte, ich muss mal wieder etwas anderes hören. Das ist meine allererste Just Chatting-Playlist, die ich damals erstellt habe. Mal gucken, ob davon noch alles hörbar ist, oder ob ich irgendwo anfange zu cringen. Und Fube, wirst du auch das neue Zelda spielen? Wirst du Tears of the Kingdom spielen? Ich dachte nur, Amazon macht das mit dem Stornieren von Bestellungen. Leider nein. Ich hatte es bei Otto bestellt. Timo hat es auch bei Otto bestellt. Eine Freundin hat es auch bei Otto bestellt. Und ja... Ich bin ehrlich, ich glaube... Also da waren schon so... Ich hatte Zweifel. Es war kein Bild. Und ich dachte nur so, warum hat Otto die Collectors Edition? Aber ich war nur so... Weißt du was? Egal, du bestellst das ja jetzt erstmal. Und du hast es ja noch nicht bezahlt. Und dann... Schrieb ich gestern... Oder vorgestern, glaube ich. Vorgestern schrieb ich mit der Nerdshit. Bei der Sam. Und sie meinte nur so, ja... Die ist bei Mediamarkt und Saturn wieder vorrätig. Habe ich draufgeklickt, war aber schon nicht mehr vorrätig. Ich so, ja scheiße. Aber ich meinte, eigentlich habe ich die auch bei Otto bestellt. Ist ja nicht so schlimm, ne? Und Sam war nur so... Also meine wurde bei Otto storniert. Guck mal lieber an deine Bestellung. Und dann bin ich in meine Bestellung gegangen. Und dann stand da einfach storniert. Meinst du, die schicken eine E-Mail raus? Fand ich eine richtige Frechheit. Ne? Und dann habe ich sie... Aber gestern war sie wieder vorrätig bei Mediamarkt und Saturn. Gestern habe ich sie bestellt. Bei Mediamarkt. Und habe auch eine Bestellbestätigung. In der Hoffnung, dass das jetzt nicht storniert wird. Das Gute ist, dass ich die dann auch händisch abholen kann. So muss ich mich nicht darauf verlassen, dass irgendein Amazon-Dienst oder irgendwie DHL mir das liefert. Ich laufe, ich gehe einfach in den Laden, in den ich das bestellt habe und hole das dann ab. Das ist safe. Das ist gut. Aber selbst verfreilich? Mir hat Amazon alle Bestellungen von Daedalic-Spielen für die Switch storniert. Und zwar alle. Von wann? Das ist wichtig. Es ist nämlich was vorgefallen, deswegen. Ähm. Aber was für Spiele? Vor allem für die Switch wundert mich. Wann ist das passiert, Fube? Weil es mussten Keys gesperrt werden bei uns. Wenn du da runterfällst, kannst du diese Keys aber wiederbekommen. Ne, ich schreibe ja meinen Roman und da die Fanfiction damals, als die Spiele auf Cartridge rauskamen. Wurden die dann damals gesperrt? Äh, storniert? Also ist das schon länger her? Aber gerade momentan ist nämlich auch mit den Keys nämlich gerade, äh, da was passiert, deswegen. Hallo Luke! Moin! Hallihallo! Und hallo Marvin! Entschuldige, nochmal Castilla, was? Ich schreibe ja meinen Roman und da die Fanfiction so gut ankommt, will ich dir halt bis Jahres eine durchkriegen. Das freut mich richtig. Ich denke mir zwar immer noch, dass ich da völligen Blödsinn schreibe, aber offensichtlich ja nicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass es Blödsinn ist, aber auch Blödsinn verkauft sich. Ich meine, guck dir Twilight an oder so, ne? Oder Fifty Shades of Grey. Nur weil sich was verkauft, heißt das nicht, dass es qualitativ hochwertig ist. Und deins wiederum ist vielleicht qualitativ viel hochwertiger, ne? Und wenn man die richtigen Leute erreicht, dann läuft das halt. Guten Abend und hallo zu Ninis Abendshow. Es spricht das Leben, es spielt ein Luchs, verpasst sie nicht und macht keinen Horkux. Hatten wir nicht vor. Wir wollten unsere Seele heute nicht spalten. Also Long Journey Home und ja, ist schon etwas her. Okay. Aber wurde nur storniert. Du hattest das dann auch hoffentlich nicht bezahlen müssen oder so, ne? Aber wer weiß, was damals schief gelaufen ist. Da war ich halt noch gar nicht mit der Firma. Ich meine, solange du es nicht bezahlt hast, ist es ja nicht ganz so schlimm. Dann ist es halt ärgerlich. Aber Hauptsache du hast dich was bezahlt und nie bekommen. Das möchten wir ja nicht, ne? Das ist das um Gottes Willen. Das wollen wir nicht. Kann ich das nicht? Ach, das ist ein winkender Hirnsturz. Das musste ich erst mal erkennen. Der wollte es einfach partout nicht groß machen, das Emote. Das Geld wurde zurück überwiesen. Okay. Das ist immer noch uncool. Ich weiß noch nicht, was da natürlich damals los war. Aber immerhin. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Und sonst werdet ihr das neue Zelda spielen? Ähm. Ich habe noch nicht. Also von Kastil noch keine Antwort. Hehehe. Ne, wie gesagt. Also ich hoffe, dass ich dann ab dem 12. Mai das durchbelangen kann. Timo und ich haben auch beide die Collectors Edition bestellt. Weil, ähm. Es macht absolut keinen Sinn, nur ein Zelda-Game hier im Haushalt zu haben. Natürlich hätte man nicht zweimal Collectors Edition haben müssen. Aber wir wollten es halt auch beide haben. Also sollten wir es auch beide kaufen. Fertig. Dann kloppt man sich da später nicht drum. Und. Und. Wir haben halt erst überlegt. Und so. Ist das nicht Schwachsinn zweimal das gleiche Spiel zu kaufen? Und dann guckten wir uns nur so an. Und wir waren nur so. Ja. Ich spiele das durch. Ja. Ich spiele das auch durch. Ja. Also. Ich werde das suchten. Ja. Ja. Auch. Ja. Lass einfach zweimal kaufen. Weil. Ich habe ja nicht vor eigentlich es zu streamen. Weil. Manche verstehen das nicht so. Manche sind nur so. Warum streamst du das nicht? Weil ich dafür nicht genug streame. Ich möchte das Spiel mehr spielen als ich streame. Ich merke ja schon bei One Piece. Dass ich mir immer denke. Oh. Jetzt musst du wieder eine Woche warten bis du das weiterspielen kannst. Und bei Gottes. Das könnte ich beim neuen Zelda nicht. Ich weiß jetzt schon dass ich da jeden Tag dran sitzen werde. Jeden. Tag. Bis ich es durch habe wahrscheinlich. Das war nämlich bei Breath of the Wild genauso. Und. Wenn ich das streamen würde. Dann müsste ich entweder jeden Tag streamen. Und das kann ich halt einfach. Mit der Arbeit und so. Das schaffe ich nicht. Ne. Und. Auch so. Ist auch mal schön. Wenn man kein Licht in die Fresse geschienen bekommt. Da kann ich mich einfach auf die Couch setzen. Und spielen. Ist auch schön. Wir spielen das ja auf jeden Fall. Irgendwann mal zusammen im Stream. Vielleicht auch so ein Master Mode oder so. Hallo Elo Tricks. Moin. Ne. Damit meine ich jetzt nicht Roman. Den schreibe ich ja erst ab März. Das wird ein Blödsinn. Jaha. Aber ist doch dasselbe. Ne. Also hier. Fifty Shades of Grey war eine. Äh. Twilight Fan Fiction. Am Anfang. Glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War Fifty Shades of Grey eine Twilight Fan Fiction. Und dann ist daraus dieser Roman geworden. Deswegen. Wo sind Fan Fiction irgendwie anders? Natürlich nicht ganz so durchdacht. Nicht ganz so überlegt. Mit ein bisschen weniger Planung oder so. Aber letztendlich auch nichts anderes als eine Rohroman. Ne. Morgen werde ich Wild Hearts zocken. Ich wusste mal was das ist. Das ist nochmal Wild Hearts. Wild Hearts. Jedes Mal wurde angezeigt, dass die Kartoffel auf Lager ist. Nach dem Kauf sprang das ganze auf. Nicht mehr auf Lager. 2 Wochen später wurde die Bestellung storniert. Alle 4 oder 5 mal. Äh. Richtig geil. Da weiß ich aber auch nicht was Amazon da verkackt hat. Wild Hearts. Boah. Es ist auf jeden Fall sehr teuer. Muss mal gerade nachgucken was das ist. Bist du dir sicher? Also. Ähm. Hast du dir die Rezension mal angeguckt Elotrix? Hast du es dir schon gekauft? Ich hoffe es ist besser als die Rezension. Ich weiß Rezensionen sagen nicht immer perfekt alles aus über ein Spiel. Gerade wenn man so beim Publisher arbeitet merkt man das sehr schnell. Aber das Spiel ist seit heute draußen. Es hat 276 Reviews auf Steam. Und die sind größtenteils negativ. Es hat nur 26% positive Reviews. Das ist richtig unter ihr schlecht. Ähm. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Gucken wir doch mal kurz rein. So. Manche sagen okay der Preis ist höher als die FPS. Also die Performance ist wohl richtig schlecht. Vielleicht. Wurde nicht optimiert. Wurde nicht optimiert. Fünf Frames per Second. Hey. Okay es ist vielleicht ein gutes Spiel. Aber die Performance ist wohl unterirdisch schlecht. Weißt du schon mal Bescheid Elotrix? Weißt du schon mal Bescheid. Ähm. Ja nun. Sieht nicht gut aus. Hallo Chiara. Hallo. Morgen kommt es erst raus. Veröffentlichung 16. Februar. Du kannst es schon kaufen. Auf Steam ist es schon draußen. Äh. Glaub ich. Du kannst es in den Wagenkorb packen. Also du kannst es schon kaufen. Ey. Ich habe eine Twitch Release Umfrage gekriegt. Dauert nur 10 Minuten. Habe ich auch bekommen. Dauert viel länger. Ja. Ey. Ja. Wenn ich nicht lese oder was. Das hat jetzt 40 Minuten gebraucht. Ja. Bei mir stand irgendwie. Die dauert nur 5 bis 10 Minuten. Und ich habe bestimmt 20 Minuten gebraucht. Ja. Ich dachte mir auch nur so. Ich habe das gemacht als ich nach Hause kam. Noch so ein paar Minuten übrig. Und hab das dachte. Ach komm. Da machst du das. Mal eben. Damit mal eben war es nicht getan. Und dann gibt es diese Trash Spiele mit 100% positiv. Ja. Gut. Diese Trash Spiele. Kosten in der Regel aber auch nicht 70 Euro. Ne. Außerdem sieht man den Trash Spielen die 100% positiv haben. Meistens auch an. Dass es absolute Grütze ist. Und dass jedes. Jede Review einfach nur ein Joke ist. Aber das hier. Es sieht sehr hübsch aus. Aber wenn die Performance noch schlechter ist als bei Forspoken. Na dann gute Nacht. Ich hoffe sie fixen das. Vielleicht ist auf PC ist die Performance schlecht. Es gibt bisher nur eine 10 Stunden Test Version. Hm. Also wie gesagt. Auf Steam kannst du es kaufen. Definitiv. Da gibt es nicht nur die Test Version. Ähm. Aber. Ich hoffe dass es auf der. Ähm. Wenn es das auch für. Ja gut. Es gibt es ein EA Game. Das wird es wohl auch für Playstation. Und so geben. Ich hoffe dass es da besser läuft. Ne. Also. Leute haben nämlich geschrieben. Dass sie selbst mit einer 3060 Ti. Äh. Das Spiel nicht spielen können. Das ist halt schon hart. Also es ist nicht optimiert auf dem PC. Auf jeden Fall. Nur so damit es schon mal Bescheid weiß. Ne. Ich hoffe natürlich dass es bei dir funktioniert. Aber seid ihr dessen einfach schon mal gewiss. Ne. Vielleicht nochmal gucken. Ich möchte halt einfach nur nicht. Dass du 70 Euro für ein Spiel ausgibst. Wo du dir nach 10. Nach 5 Stunden denkst. Wow. Da kann ich auch eine Diashow gucken. Postpoken hatte ich keine Probleme auf der Playstation. Okay. Ich kenne auch nur Leute am PC die damit Probleme hatten. Ähm. Und natürlich kenne ich auch nur so und so viele Leute. Natürlich kenne ich nicht alle Leute die irgendwie was gut oder was schlecht finden. Ne. Ich kenne ja auch mal nur so einen kleinen Anteil. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß eh du trägst. Und auch dass es auf der Playstation besser läuft als auf dem PC. Weil hier steht ähm Mindestanforderungen ist eine 1060. Empfohlen ist eine 2070. Also ich habe eine 2060. Das heißt bei mir müsste es laufen. Wenn es selbst bei einer 3090 oder so äh nicht funktioniert dann ist schon bitter. Das ist bitter. Da. Oh ich habe von dem Spiel einfach noch nie was gehört. Was sagt das über mich aus? Horcourts Legacy ist auf dem PC auch nicht so spielbar. Ach krass. Das ist halt immer der Nachteil ne. Deswegen werde ich niemals Leute verstehen die Computerspiele also äh. Wortwörtlich Computerspiele über Konsolenspiele stellen. Weil eine Konsole kaufe ich und jedes Spiel für diese Konsole funktioniert auf besagter Konsole. Nur weil du einen Computer hast. Auch mit der Top Grafikkarte und einem tollen Prozessor. Heißt das nicht dass du äh. Es spielen kannst. Weil. Ne. Manchmal einfach gar nichts funktioniert. Gar nichts funktioniert. Ja außer Cyberpunk 2077. Ja nun. Das Cyberpunk außen vor ist und so ein bisschen über allem schwebt diesbezüglich. Das wissen wir ja. Doch nach den zwei Patches schon. Nach Horcourts Legacy. Ah ok. Ja ich spiele Horcourts Legacy nicht. Deswegen kann ich ja nichts zu sagen. Ich ähm. Glaube. äh. Freunde von mir spielen das auch auf der Playstation. Aber Ayuranga spielt es glaube ich. Auf dem Computer. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch eigentlich völlig egal ob Horcourts Legacy funktioniert oder nicht. Es geht mir einfach voller Marsch vorbei. Ich kenne aber auch Spiele die schreien unspielbar und ich kann nicht den kleinsten Ruckler erkennen. Krass echt? Hast du da ein Beispiel? Das würde mich sehr interessieren. Aber wiederum. Hat man auch manchmal einfach Glück oder man hat einfach Pech. Ja. Also. Ich kenne so viele Leute die nicht ein Problem mit Cyberpunk hatten. Wobei der Großteil der Leute war es nicht spielbar. Oder hier ähm. Äh. Assassin's Creed ähm. Wie heißt das? Valkyria? Wie ist das so? Irgendwie so. Das war bei manchen nicht spielbar. Es war immer nur Broken, abgestürzt, Glitches of Doom. Also. Manche hatten gar keine Probleme. Sowohl am PC als auch auf der Konsole. Manchmal. Valhalla. Nicht Valkyria. Genau. Valhalla. Danke. Ich habe es nicht gespielt. Man merkt es. Ich meine während ich den über die Schulter schaue. Achso. Okay. Krass. Sehr gut. Kann ich nichts zu sagen. Vielleicht. Selbst wenn die Person dann sagt es unspielbar. Dann ist vielleicht der Input irgendwie total verzogen. Oder so. Das sieht man dann ja als Zuschauer nicht. Aber natürlich ist auch jeder unterschiedlich pingelig. Das darf man ja nicht vergessen. Oder jeder Gamer und jede Gamerin setzt natürlich andere Prioritäten. Aber ich denke schon. Dass viele Sachen als unspielbar gelten. Wo ich mir denke. Ja mein Gott. Jetzt ist es schlimmer. Ein bisschen deine Base. Ich finde zum Beispiel. Wenn am Anfang so ein paar Glitches sind. So. Ja. Das sollte nicht sein. Es sollte auch am Anfang bugfrei sein. Wir wissen aber alle. Dass es einen Day One Patch gibt. Der in der Regel. direkt nach den ersten ein, zwei Tagen rausgeballert wird. Ähm. Oder was für Patches auch immer. Äh. Die dann die gröbsten Sachen noch beheben. Die halt einfach vorher nicht gefunden oder behoben worden waren. Und ich finde. Bei manchen Spielen ist es vielleicht auch nicht schlau. Sie direkt am ersten Tag zu spielen. Oder man sollte sie spielen. Und wenn man halt große Probleme hat. Dann warte man halt zwei, drei Tage. Und das wird halt schon besser werden. Nicht immer. Nicht immer. Bevor jetzt einer wieder schreit. Äh. Aber da und da war das nicht so. Ja. Ich sag mal so. Ich habe Tomb Raider 3 mit einem 133 Megahertz PC durchgespielt. 5 bis 7 FPS. Und wie. Da hat man die Kugeln ja noch fliegen sehen. Wenn die geschossen hat. Da konnte jeder Gegner ja so Neo mäßig ausweichen. Wenn die Kugel dann so langsam auf euch zukommt. Echt, Fifty Shades of Grey war eine Twilight-Fanfiction? Krass, wusste ich gar nicht. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Ich möchte meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber das ist das, was ich sehr häufig gehört habe. Ich habe mich aber mit der Thematik selber nie beschäftigt, weil Twilight interessiert mich nicht und Fifty Shades of Grey interessiert mich noch viel weniger. Ja, Fifty Shades war eine Twilight-FF. Danke. Alter, und Tomb Raider 3 ist so schwer. Ja, dann doppelt Respekt. Nicht nur, dass du nicht einfach irgendwie dann der PC geschrottet hast vor Wut, sondern dass du dann auch noch das vernünftig durchspielen konntest. Ich habe noch nie aktiv einen Tomb Raider gespielt. Ich hatte auf meinem alten Laptop in DVD 1-2 FPS auf niedrigsten Einstellungen. Ui, wie kann man denn da spielen? Das ist ja wirklich so pro Sekunde ein Bild. Eine Sekunde ist lang. Was fällt dann dann spätestens auf? Gar nicht. Ja, okay. Das beruhigt mich. Das war irgendwie mein Mikro ein bisschen weiterzustellen. Irgendwie bin ich zu laut. So, weil ich brauche immer diese gewisse Nähe zum Mikro. Ich möchte euch aber auch nicht immer so Ohrenschmerzen bereiten. Was sieht so cool aus, Wild Hearts? Ich finde es aber lustig, dass Wild Hearts... Das Spiel heißt nicht Wild Hearts. Das Spiel heißt Wild Hearts TM. Und das finde ich halt leider schon direkt ein bisschen affig. So, es heißt ja auch nicht Final Fantasy TM. Oder Kingdom Hearts TM. Warum heißt es Wild Hearts TM? Hallo Saren, moin. Hi. Was war denn das verbuggteste Spiel, was ihr immer gespielt habt? Ich habe da gleich gar nicht so krasse Erfahrungen mit. Okay, letztens, als wir halt Marquis Adventure gespielt haben, da hatten wir ein bisschen Unglück. Das war noch nicht so gepolished. Da gab es noch den ein oder anderen Bug. Das war in dem Moment nicht spielbar. Das soll jetzt aber spielbar sein. Also könnt ihr da gerne nochmal reingucken. Ich habe bei dem Entwickler geredet in Köln. Und er meinte, er hätte das relativ zügig fixen können, wo ich auch von ausgehe. Wenn, dann müssen wir es ganz aussprechen. Wild Hearts Trademark. Ja. Ich hatte auch in House Flipper 2 FPS oder so auf meinem 8 Jahre alten Laptop. Ja, Laptops sind halt ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr brauchbar. Ist schade. Kennst du Angel of Darkness? Nicht im ungepatchten Zustand. Das ist schwer gewesen. Ich habe Martha is Dead auf der PS4 Pro gespielt. Und ich war richtig schockiert, wie hart dein PC für das Spiel arbeiten musste. Und du warst bei weitem nicht die einzige. Ja. Ich hatte dann ja bei Martha is Dead alles auf niedrigsten Einstellungen. Und ja, ich habe nicht die allerbeste Grafikkarte. Ich habe nur eine 2060. Aber ich kann auch Elden Ring spielen. Also ich kann Elden Ring unproblematisch spielen. Ich habe da glaube ich ja nur die Schatteneffekte ein bisschen runtergesetzt. Und ich glaube von... Ich spiele es immer noch mit einer guten Qualität. Und zusätzlich halt auch noch Streamen. Das ist ja so eine Doppelbelastung für den PC. Und Martha is Dead war halt diesbezüglich nichts. Also das war halt irgendwie nicht optimiert. Ich kenne mich ja nicht aus. Ich bin kein Entwickler. Aber ich weiß, dass die Optimierung ein ganz ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung ist. Damit das, auch wenn es grafisch nicht herausfordernd ist, trotzdem funktioniert. Ich habe ja auch schon Demos versucht zu spielen, die nicht gingen. Weil die Demo nicht optimiert war und mein PC sie nicht geschafft hat. Also es gibt es halt tatsächlich. Deswegen bin ich ein großer Fan von Konsolen. Da haben wir das Problem halt nicht. Wenn ein Konsolenspiel verbuggt ist, da ist aber schon eine Menge schief gelaufen. Wie bei Valhalla und bei Cyberpunk halt. Das sind so die beiden besten Beispiele wahrscheinlich. Okay und Witcher. Also allgemein CD Projekt Red ist einfach ein bisschen buggy. Ich meine Witcher 3, das PS5 Upgrade, ist sehr sehr schick. Aber es hat einfach die gleichen Bugs und Glitches wie das PS3 und das PS4 Spiel. Es ist so. Ja, aber bei Witcher ist es Gott sei Dank nicht so häufig. Und meistens sind die Sachen doch sehr lustig. Dass man sich denkt, ah das klippe ich mal eben. Das nehme ich mal kurz nachträglich auf. Pokémon Scarlet und Violet. Und ja nun, das, äh, ja das gab es ja auch noch. Das, die Pokémon Dia Show. Über Dia und Zuckel Show. Aber hey Chiara, vielleicht, vielleicht sollen die im Klassenraum sitzen. Und vielleicht sind das gar, und nein ich darf diesen Jock nicht bringen. Der ist, der ist richtig böse. Nein, 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 Nina, böse. Nein. Hm, hm. Ich werde zerrissen, wenn ich das sage. Das geht nicht. Ähm, nein. T-Wechsel. Ich darf das einfach nicht sagen. Ich muss mir auf die Lippe weisen. Ich mochte die TR-Werbung. Tomb Raider wahrscheinlich, für die alten Teile. Äh. Jetzt mit. Mhm. XX mehr Polygonen. Und wir wissen alle, wo genau die meisten davon investiert wurden. Alle Schuldige. Und ha, ha, ha. Ja, keiner will ja diese Spitzenbrüste, die sollen ja, ne? Mehr Polygone heißt, ein bisschen mehr Rundung und Rundung. Kommt natürlich an die Monster, ist ganz klar. Gab es Monster in Tomb Raider? Ich habe keine Ahnung, ich habe nie eins gespielt. Äh. Das Spiel so, hier ist ein Klettergarten, wo du mit deinem, deinem Miraidon hochspringen sollst. Aber nicht in die Zwischenräume, sonst wachst du fest. Und dann resetten wir dich. An derselben Stelle. Oh Gott, ey. Ja, ähm. Kann ich auch leider kein gutes Haar dran lassen an Pokémon diesbezüglich. Performance ist, ähm. Beschämenswert. Nach sieben Resets hat es mich dann ins Poké Center geportet. Immerhin. Oh Gott. Sieben. Und ich dachte, ich muss mich schon bei One Piece aufregen, wenn ich irgendwo hinwollte, wo ich nicht hin darf. Und da gibt es immer diese kurze Cut, also Cutscene ist es ja nicht, aber diese Transition. Wo ich dann irgendwo anders hingeladen werde und in die Richtung gucke, in die ich eigentlich laufen soll. Und dann hat er mich ja letzten Sonntag einfach direkt vor den Gegner geportet. Und ich war nur so, ja danke für nix. Das ist ja schon richtig dumm. Aber immer wieder an die gleiche Stelle zu porten, wo der Bug passiert ist. Ist so. Nintendo, why? Immer gespannt, wie hart Tierstaff Kingdom meine Feinmotorik beansprucht. Bei Breath of the Wild habe ich ein Jahr gebraucht, weil meine Finger nicht so wollten wie ich. Ich würde auch behaupten, dass generell Breath of the Wild die Steuerung auch, man muss die auch ein bisschen üben, finde ich. Also es ist ja schon viel, was man machen kann in dem Spiel. Und kann ich mir vorstellen, dass man da noch mit der Feinmotorik Probleme hat, dass das dann noch länger dauert, ja. Haarefraßen die meiste Rechenleistung. Das war bei Witcher nicht anders. Die Hairworks damals, ich habe ja Witcher auch auf dem PC. Ich habe es auch für die PS3 und die PS4 und die PS5, okay, nur einmal als Hardcopy allerdings, glaube ich. Aber damals, als ich es noch am PC gespielt habe, das war noch kurz bevor ich mit dem Streaming angefangen hatte, da haben die Hairworks einfach gefühlt die 90% der CPU oder GPU einfach gefressen, ey. Ich so, okay, Hairworks aus. Und trotzdem waren Geralts Haare, es gibt ja verschiedene Frisuren, die man Geralt verpassen kann im Spiel. Und wenn man die offenen Haare hatte, ist immer nur so, in irgendeiner Zwischensequenz steht Geralt so in so einem Haus und die Haare so. Alles gefixt, gar kein Problem, gut. Ich kann mich sehr gut auf die Story konzentrieren. Aber Counter-Strike Go lief flüssig auf dem alten Laptop, ach lustig. Ja, ich habe ja auch einen alten Laptop. Ich frage mich bitte nicht, wie alt der ist. Äh, da habe ich Anfang, wo er Mitte meines Studiums geholt. Also acht Jahre ist der, nee, den hatte ich schon damals. Zehn Jahre. Zehn Jahre ist der mindestens alt. Ich glaube, den hatte ich schon, als ich mit Timo zusammengekommen bin. Und den habe ich irgendwie vor zwei Jahren neu aufsetzen lassen, weil da einfach gar nichts mehr ging. Aber seitdem habe ich den auch gefühlt nicht mehr benutzt. Also der könnte jetzt wahrscheinlich noch Word. Er kann vielleicht noch YouTube-Videos abspielen. Gaming ist, glaube ich, also ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, der kann gar nichts mehr. Vielleicht kann der doch Mindsweep. Aber selbst bei dem alten, guten XP-Pingpong würde ich nicht, oh Pinball, Pinball, würde ich nicht mehr darauf wetten, dass er es schafft. Also mein Service Pro, erste Generation, packt Portal problemlos. Nice. Keine Ahnung von wann. Das Service Pro allerdings ist das erste. Kein Plan. Ich werde mir wahrscheinlich auch im Laufe des Jahres oder des nächsten Jahres oder so zusätzlich noch einen neuen Laptop holen. Für die Arbeit wahrscheinlich. Aber wenn der natürlich irgendwie für eine Arbeit bezahlt wird, ist der auch nur für die Arbeit. Und wenn ich den selber hole, dann könnte ich theoretisch auch darauf was zocken. Aber ganz ehrlich, ich habe das gar nicht vor. Also ich habe alle meine Konsolen und ich habe meinen Computer. Ja, nirgendwo kann ich mit dem Laptop bequem genug sitzen, um mir zu denken, ja, ich bevorzuge jetzt den Laptop zum Zocken. Warum soll ich das tun? Hallo Abi, hallihallo. Mein Lieber. Das sind zwölf. Ah ja, das war schon ein bisschen her, ne? Aber als ich es dann das erste Mal durch hatte, lief es für meine Verhältnisse gut. Das ist schön. Das ist schön, das freut mich. Ich bin sehr gespannt. Hallo, ihr Chatterchen. Ein Zug Visual Novels am Laptop spielen. Die kann ich auch auf der Switch oder so spielen. Warum am Laptop so? Wenn ich irgendwann das Geld habe, hole ich mir einfach ein Steam Deck. Finde ich halt auch schon ganz nice, ne? Steam Deck ist schon... Ich meine, brauche ich nicht. Aber hätte ich gern. Aber keine Sorge. Das neue Donation Goal ist kein Steam Deck. So arrogant oder beziehungsweise egoistisch bin ich nicht. Es ist auch furchtbar, dass es ein Steam Deck und ein Stream Deck gibt, ne? Es ist ja... Es ist das Verschreiben einfach vorprogrammiert. Steam Deck ist das Feines. Ja, der Marvin hat ja seins gewonnen mit ganz viel Mühe und verdient auf der Polaris. Sehr, sehr cool. Aber das war auch sehr mühselig, sich das zu erarbeiten. Unterwegs ist das Steam Deck... Was? Als ein Laptop. Meinst du besser? Da fehlt ein Wort. Stream Deck auch, aber Steam Deck sowieso. Ich meine, Stream Deck ist auch schon sehr gut. Und ich hätte gerne das Große. Und zu Tage upgradet. Ja, da muss man natürlich selber dann rein investieren, ne? Was ist Chiara? Oh, 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 was? Oh, oh, was? Übrigens, heute kam... Äh... Mein... Äh... Kameraarm an. Von einer Stunde vorm Stream oder so. Aber ich habe jetzt natürlich noch nie die Zeit gehabt, das alles hier zu installieren. Das kommt demnächst, ne? Da brauche ich... Da muss ich ja alles abbauen für. Da muss ich erst noch gucken. Ja, aber wir haben jetzt alles, um demnächst auch irgendwas zu basteln. Oh, achso. Er hat eins gewonnen. Was musstest du dafür tun? Ja, mache ich gleich. E-Leute Tricks, gleich einen Moment. Äh... Marvin musste dafür die meisten Punkte haben. Es gab auf der Polaris dieses... Diese Gamification der Convention, dass du... Äh... QR-Codes scannen musstest. Äh... Es gab 100 Stück auf der Konfi. Jeden gab es Punkte. Und natürlich, ähm... Reicht das dann nicht, weil theoretisch können alle diese 100, äh... Codes scannen. Du hast aber auch Punkte bekommen für Freunde, die du gemacht hast. Dafür müsstest du die App von anderen Leuten scannen. Und ab einem gewissen Punkt ging es halt nur noch darum, okay, du hast alle Codes gefunden und möglichst viele Leute gescannt. Und da hat Marvin gewonnen. Ich habe seit Dienstag einen schieven Hals. Ach je. Mach doch sowas nicht. Und eine schiewe Wirbelsäule. So dauerhaft? Oder hast du dir einfach was verdreht? War beim Orthopäden und habe Physio und Relaxing-Tabletten für die Knochen verschrieben bekommen. Jetzt ist beides fast wieder gerade. Das klingt sehr wild. Und schmerzhaft. Mach doch sowas nicht. Wird ich da irgendwie dumm bewegt? Das war wie so ein Hexenschuss, nur halt so... Darin bin ich nämlich sehr gut. Ich wollte so meinen Nacken so einrenken. Ich saß da so und war nur so den hier. Aber ich war so ein bisschen schräg. Und da wollte ich zur anderen Seite rüber. Und das hat richtig blockiert. Und ich war nur so... Nein, stopp. Wenn du jetzt weitermachst, ist es vorbei. Zurück. Wieder nochmal bewegend. Und dann ging es auch. Aber uff. Ja, Bastelstream. Ich überlege halt, wie wir die Bastelstreams machen. Ob wir das dann so beim Chatting dann so ein bisschen machen. Ob das ein reiner Bastelstream wird. Wir gucken mal, wie wir so Bock haben, würde ich sagen. Weil es gibt ja auch immer Spiele, die gespielt werden wollen. Und es kommt ja auch mal so ein bisschen darauf an, wie lange brauchen wir dafür, etwas zu basteln. Ich bin, glaube ich, auch relativ schnell. Es sei denn, ihr lenkt mich ab. Okay, es wird wohl nicht so schnell. Ich kenne euch, Pappnasen, ja. Ich habe aber auch das Loop Deck gewonnen. Okay, was zur Hölle ist ein Loop Deck? Das kenne ich jetzt gar nicht. Was ist denn das Loop Deck? Aber ich will nicht craften. Ich will Zelda spielen und nicht Animal Crossing. Aber ich befürchte, das Auto wird wichtig. Ja, gucken wir mal, ne? Letztendlich gibt es auch das Motorrad in Breath of the Wild. Es gibt Pferde. Habe ich irgendwas davon benutzt? Nein. Ich laufe lieber rum. Ist halt wie im Real Life, ne? Ich laufe lieber rum. Ich habe Füße. Ich kann laufen. Aber du könntest da hochklettern oder fliegen. Ja, aber ich könnte auch einfach laufen. Ich bin da einfach gestrickt. Nee, nee. Willst du eine Mary oder Sunny zusammenbasteln? Ja, aber die ist ein bisschen teuer. Ja. Ich wollte sogar kürzlich ne Mary kaufen. Die kostet gar nicht so viel. Irgendwie 32 Euro. Aber der Versand war so hoch. Und ich dachte mir nur so, äh... Ein andermal. Wenn ich nicht gerade Geld wie Heu für Figuren rausgeschmissen habe. Chiara, ich habe vielleicht den Zorro gekauft. Was? Vielleicht auf der Arbeit verhoben hatte vorher schubartige Rückenschmerzen in der Linde. Au. Ist von da hochgewandert. Eieiei. Uäh. Ohohoho. Ups, das Teil nennt sich Loop Deck. Das ist... Ich bin jetzt auch nicht schlauer, was das ist. Was kann denn ein Loop Deck? Jetzt muss ich das googeln. Loop Deck. Das klingt eher wie das... Ab aufs Pup Deck. Was kann denn ein Loop Deck? Ich will keine Werbung. Ich will... Och Gott, ich werde zugeschmissen mit irgendwelchen Videos. Okay, ich habe auch Videos geklickt. Könnte da anliegen. Mach das. Flexible Konsole für Livestreaming, Foto- und Videobearbeitung. Das überfordert mich ja schon, wenn ich drauf gucke. Also ich mache ja Video- und Fotobearbeitung und Livestreaming, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte dafür keine Verwendung. Kann quasi dasselbe wie das Stream Deck. Ah ja, okay. Ja gut. Ich dachte, das wäre ein Handtale. Dachte ich halt auch erst. Es klang so. Es klang so, genau. Weil es ja ganz um Steam Deck geht, womit man ja wirklich zockt hauptsächlich. Aber es ging ja auch kurz auf Stream Deck. Alles etwas verwirrend. Aber ja, wir gucken dann einfach mal. Und Elo Tricks, warum? Warum machst du sowas? Aber Muskel... Was war das? Muskelentspannende... Nein. Entspannende Tabletten für die Knochen. Da habe ich noch nie von gehört. Interessant. Ich brauche eher so gerade Tabletten gegen Impfnebenwirkungen. Aber naja, alles im Rahmen. Wir wollen uns nicht beschweren. Es ist keine Beschwerde. Bitte lasst euch auch weiterhin impfen. Ihr seht, die Impfnebenwirkungen sind nur, dass ihr weiterhin ganz viel Blödsinn redet. Können wir jetzt gar nicht unbedingt auf die Impfung schieben. War ja vorher auch schon der Fall. Wir sollten das Stream Deck einfach Elgato Deck nennen. Ja. Das wäre praktisch. Schon. Wird immer noch das große Stream Deck. Aber es ist so teuer. Vielleicht wird es ja irgendwann mal unter 200 Euro. Das ist halt schon echt teuer. Weil ja, ist auch geil. Aber ich merke einfach, wie für das, was ich immer vorhabe, 15 Tasten tatsächlich nicht ausreichen. Sobald ich nämlich mehrfach drücken muss, um irgendwas zu finden, ist der Moment einfach vorbei. Aber nur, weil ich ein verwirrtes, kleines, dummes Eichhörnchen bin. Richtig vernünftige Leute, die brauchen nur das mit den sechs Tasten und dann kloppen die sich da durch. Nein, ist nicht so. Irgendwann möchte ich auch mal, wenn wir wieder Prime Days sind, vielleicht. Das große ist schon nicer. Du hast das große, oder? Ich meine, fair enough, ey. Du arbeitest ja auch fulltime, ne? Ich werde mir das auch noch holen, bestimmt. Aber Prime Day ist wieder voll spät. Aber Nina, dafür bin ich hier für Blödsinn. Ach, das ist ein Geben und Nehmen, Castilla. Ich kenne beide, ja. Ich weiß schon, das eine hast du weiter vermacht. Aber ja, wie gesagt, also ja, die Marigo und Sunnygo stehen auf jeden Fall auf der Liste. Es gibt ja auch unterschiedliche diesbezüglich. Es gibt auch noch die anderen kleinen Schiffe, die sind voll cool. Sonder ist teilweise auch so mit tausend Teilen und so. Also da hat man schon ein bisschen was zu tun. Ich habe ja auch schon zwei Sachen hier stehen, die wir demnächst basteln können, so als Einstieg. Leider nichts davon ist wirklich so Gaming-related. Oh, geht's, geht mal weg von den Fingern hier. Ähm. So ganz klischeehaft, einfach weil der, ja, der war billig, ne? Und ich dachte, ach komm, das ist ganz nett für den Einstieg. Ähm, gibt's den guten Londoner Bus? Wie viele Teile hat der? 7 plus, nein, Scherz. 40.220, nein, Scherz. Wie viele hat der? Keine Ahnung. Geht das wirklich nicht drauf, was wie viel Teilen da ist? 0 bis 3 Kinder? Nein. Ähm. Warning, Choking Hazard. Boah. Keine Ahnung, wie viel Teile der hat. Definitiv nicht 40.220. Das ist nur die Artikelnummer, denke ich mal. Ja, wir werden es rausfinden. Müssen wir damit zählen. Sind die Mary und die Sunny auch Klemmbausteine? Ja, natürlich. Aber ich habe die noch nicht, weil die sind sehr teuer. Ah, ich habe die sogar, habe ich die Verliste? Da könnt ihr da, könnt ihr wenigstens sehen, welche ich meine. Soll nicht heißen, dass ihr sie kaufen sollt, aber dann könnt ihr sehen, welche ich meine. Äh, warte. Es gibt ja unterschiedliche. Die Mandarine weglegen. Geht hier gerade ums, äh, um wichtige Dinge. Äh, als ich die Red Force zusammen gebastelt habe, dachte ich auch nur, gut, dass ich das nicht streame. Selbst wenn mit extra positionierter Cam würde man einen Scheiß sehen. Weil ich ständig mit dem Kopf da drüber hänge, um zu sehen, was ich da tue. Äh, ja, mal gucken. Das sehen wir dann, wie das bei mir läuft. Ähm. Es gibt halt die hier. Warte. Das ist halt die große Sunny. Aber die ist halt auch dementsprechend teuer, ne? Die kostet einfach mal über 100 Euro. Das ist jetzt nicht so ganz billig. Ähm. Ich habe noch ein paar andere, so. Ich kann nicht, ich wollte auch Zorros Schwert und so mal machen. Ich dachte an sowas. Sag ich mal. Die kleine bestimmt, ne? Hm. Die ist auch süß. Ich hatte noch eine andere. Ah, die ist auch richtig niedlich. Weichere ich mir auf jeden Fall mal ab. Die ist auch süß. Auf die Liste. Ich hatte noch eine andere. Wo ist das denn jetzt? Ach, hier habe ich auf der... Ich bin auf der falschen Liste. Die könnt ihr gar nicht einsehen. Hihihi. Ich weiß warum. Ähm. Ja, hier. Dann hatte ich noch das. Und... Ja, das auch. Das hier hatte ich übrigens gespeichert. Das fand ich echt süß. Das möchte ich auf jeden Fall irgendwann mal holen. Das ist zwar nicht One Piece. Das ist ein Anton. Aber das Anton ist so niedlich. Das, ähm. Ja. Ähm. Ne, ich meinte diese Mary hier. Warte. Das ist, äh. Das sind Micro Building Blocks. Die fand ich nämlich auch ganz cool. Die ist halt auch bezahlbar. Ne? Die kostet irgendwie 33 Euro. Kostet aber irgendwie fast 10 Euro Versand. War so ein bisschen, hä? Wo ich mir dachte, äh, ein andermal. Ähm. Ich mag das halt alles. Nano ist halt auch so friemelig. Ja, mein Gott. Schon alles cool. Aber ich mag halt vor allem hier. Das müssen wir halt irgendwann machen, ne? Das ist, äh. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass das hier sein muss. Bitte Nintendo, gib mir das Zelda-Lego-Set. Och, ja. Aber ich hab schon wieder gehört, dass es nun einfach, äh, Dingens war. Dass es einfach, ähm, ne? Eine Fehlinfo war. Das macht mich ein bisschen traurig. Aber. Naja. Vielleicht eines Tages. Was ich halt richtig geil finde. Und das ist natürlich nicht bezahlbar. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich möchte euch unbedingt zeigen. Das hier hätte ich. Würde ich so gerne. Schwert ist geil, ne? Das wäre das ziemlich geil. Das hier. Guckt mal. Das ist, äh, Mahal's Moving Castle. Als Lego. Also als Klemmbausteine gedöhnt. Ist halt hammer cool. Ne? Kostet aber auch... ...über 200 Euro. Aber ist geil. Vielleicht hab ich hier irgendwann Geld dafür. Das ist schon richtig cool, ne? Aber ist halt auch schon echt teuer, ne? Muss man sich halt gut überlegen, ne? Da gibt's schon ein paar coole Sachen. Gibt aber gar nicht so viele Gaming-Sachen, leider. Also, dann nur so ganz kleine Figuren. Die finde ich halt alle ein bisschen langweilig oder ein bisschen sehr grob vom Aussehen. Aber... Es gibt übrigens auch die Merigo hier in, äh, dieser Klemmbaustein-Variante. Die finde ich auch sehr süß. Auch niedlich. Und da gibt's halt auch noch, äh, von Law, das Submarine und das Schiff von Boa. Gibt's halt auch noch. Ey, sind schon ganz süß. Ich weiß ja nicht, wohin damit. Ne? Wir kennen das. Und von Mario gibt's noch so ein paar ganz coole Figuren. Aber der Großteil ist so, ja... Schwierig. Ne. Aber sind schon niedlich. Aber wie gesagt, die sind wesens bezahlbar. So ab 100 Euro finde ich halt schon schwierig. Was ist dies? Kann man das bauen? Nein, das kann man nicht bauen. Eine Mischung aus Pikachu und Zorro. Aber man kann das nicht bauen. Und das Wunderpo irgendein China-Mist. Also irgendein Müll. Aber nur damit ihr es gesehen habt, er sieht sehr niedlich aus. Wo ist das her, Moving Castle? Bin halt dumm, was an mir... Genau, das ist aus dem Ghibli-Film Das wandelnde Schloss aus Moving Castle im Englischen. Huch, netter, netter Link. Entschuldigung. Aber ich wollte euch den Zorro-Pikachu mal zeigen. Er ist sehr niedlich, wenn er nicht so schäbig wäre. Also... Der ist halt nicht gut bemalt. Teilweise... Ich weiß halt nicht, woher die Kacke kommt. Auf Amazon muss man ja auch passen mit Figuren. Ich finde das Design halt trotzdem sehr süß. Aber nein, so etwas kommt nicht auf die Liste. Aber das Zorro-Schwert ist halt nur so... Yes, please. Ach ja. Die Links werden immer länger. Entschuldigung. War keine Absicht. So, was ich ja noch habe... Ich habe ja nicht nur den Bus. Chiara... Äh, Chiara. Blödsinn, blödsinn. Ruder zurück. Zaki hat mir was zum Geburtstag geschenkt. Äh, auch was aus dem Ghibli-Film. Tatsächlich, ich habe das schon mal gezeigt. Aber da sind ja unterschiedliche Leute da. Und zwar ein Origami-Set. Ein Origami-Set zu Kikis kleiner Lieferservice. Dann können wir dann gucken, wie ich Papier in etwas verwandle. Was, naja. Vielleicht irgendwie im Entferntesten so hübsch wird, wie auf dem Cover. Das sehen wir dann, ne? Zorro-Schwert? Der Gute hatte ja einen Degen. Fube braucht ein bisschen Bildung. Außer, das weiß aber eigentlich jetzt nicht. Ist so... Nee, das ist mir die liebe Saki zu Dingens geschenkt. Hallo, Shadow. Das ist auch halt süß. Man kann 13 Figuren damit machen. Ich finde es interessant, dass keine von diesen Figuren Kiki zu sein scheint. Sondern irgendwie Kekse, Katzen, Zeppeline. Sehen wir dann, ne? Aber das wären die ersten zwei Sachen, die ich dafür habe. Damit wir aber dann auch direkt noch was im Dingens haben, in petto. Und ich jetzt nichts vom Equipment habe, was ich nicht frech fände, zu erdonatend oder so. Zum Beispiel jetzt ein großes Steam Deck oder so. Weil da habt ihr per se nicht so viel von. Das ist eine Verbesserung für mich. Aber ihr habt davon nicht so viel. Und dann habe ich lieber was im Donation-Goal, wovon ihr aktiv was habt. Ich kann gut in überfahren und gar nicht. Wir haben auch ein Origami-Buch. Hallo, Herr Larios. Ja, moin. Ich dachte, hier wäre Nini, aber es ist Shiki-Ago und sie sieht anders aus. Was? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich habe immer noch lange blonde Haare und blaue Augen. Das muss reichen. Und ich spreche auch nicht immer so. Weil das total Panne ist, wenn ich ein echtes Gesicht habe. Im Vorkurs zum Japanisch-Studium hatten wir einen Origami-Nachmittag. Ina und ich haben sehr viele Kraniche gefalten, die immer winziger wurden. Warum wurden die immer kleiner? Ich kann gut einen Schneeball falten. Der ist auch gut. Ja, danke schön, Herr Larios. Und willkommen. Freut mich sehr. Sehr viel Spaß gemacht am Dienstag. Nee, wir haben auch ein Origami, ein Anime-Origami-Buch in der Schule. Und tatsächlich hat das jetzt ein Kind auch länger mitgenommen gehabt und kam wieder und hat irgendwie, hat mir so einen ganzen Haufen Hasen mitgebracht, so Origami-Hasen. Und dann sagte das Kind einfach zu mir so, ja, hier Hasen sind voll einfach, kann ich ganz komplett voll machen für To The Moon. Ich dachte mir nur so, du bist zehn Jahre alt, kommst frisch aus der Ukraine, warum weißt du, was To The Moon ist? Und ich war so, das Schlimme ist, seine Hasen sind schöner als meine Hasen, die ich für To The Moon gebastelt habe. Und ich meinte nur so, Hasen sind voll schwierig. Er so, nein, Hasen sind voll einfach. Ich so, ja, wenn man so kleine Kinderhände hat vielleicht. Das Kind ist so alt wie das Spiel, ja. Echt, also, ich freue mich, dass das Kind das kennt. Ich frage mich halt nur, hab ich mal davon erzählt? Oder war das jetzt einfach nur Zufall? Ne? Aber das Kind macht mich, macht mich einfach fertig. Das hat einfach diese schönsten Hasen der Welt gemacht. Und ich bin nur so, hm. Meine waren nicht so schön. Meine sind in einem Körbchen im Keller. Werden wahrscheinlich nie wieder angeguckt, weil ich ja To The Moon irgendwie natürlich nicht mehr großartig cosplaye, weil man kann das nicht gut cosplayen. Hallo, 43er, moin! Weil wir gucken wollten, wie winzig wir sie hinkriegen. Ja, okay, das ist fair enough, ja. Das verstehe ich. Er kennt ihn nicht, den japanischen Schneeball. Ja, einfach so ganz viele Sachen knüllen und sagen, Danko! Einfach so ein Schachschläck durchspießen, Danko! Was? Hier, To The Moon? Jeder gute Gamer weiß, was To The Moon ist, Abend. Ja, schon. Aber das Kind ist trotzdem erst 10. Halt wundert mich. Vor allen Dingen würde ich behaupten, das Kind weiß nicht, was gute Spiele sind. Das ist halt die Generation, die nur irgendein iPad-Müll spielt die ganze Zeit. Naja. Aber immerhin guckt das Kind auch, äh, okay, entgegen unserer Erlaubnis. Aber immerhin guckt es auch Boku no Hero Academia. Also es könnte schlimmere Sachen gucken. Ich glaube, das ging noch. Und ich habe es halt zu One Piece gekriegt. Dann hat es sehr gute Eltern. Ich weiß nicht. Also, vielleicht. Oder einen guten Einfluss. In der Schule. In der Betreuung. Der gute Einfluss hat lange blonde Haare. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Wo ist, habe ich dann was verpasst ohne To The Moon? Chiara, kannst du kurz ein Orbi bannen? Ich dachte immer, er gehört hierhin. Aber nein. 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 Ja, du hast was verpasst. Definitiv. Ist das schlimm? Nein. Würde es sich lohnen, es nachzuholen? Auf jeden Fall. Es ist ein komplett zeitloses Spiel. To The Moon ist komplett zeitlos. Es ist halt ein Pixel-Art-Game. Und das war vor zehn Jahren schön und das ist heute noch schön. Ich habe aber tatsächlich vor, erst zu streamen, Orbi. Falls du selber nicht spielen willst und dann Zeit hast, würde es sich lohnen, dann zuzugucken. Er findet es gut für Kinder. Das vermittelt gute Werte fürs Leben. Es vermittelt sehr rote Werte fürs Leben. Okay, wishlist. Ja, und damals To The Moon für fünf Euro in irgendeinem random Mediamarkt, Saturn, Medimax, wie die alle heißen, keine Ahnung, gefunden. Und waren so, das sieht süß aus. Für fünf Euro können wir das mitnehmen. Und es war toll. Wir haben es in einem durchgezockt, Timo und ich, am Laptop damals noch, als ich noch alleine gewohnt habe. Das ist schon ewig und drei Tage her. Und Timo und ich haben es komplett vertont, obwohl wir es nur zu zweit gespielt haben. Es war so schade, dass wir das nicht eigentlich aufgenommen haben. Aber damals hat man sich keine Gedanken drum gemacht. Da war Streaming noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Und YouTube auch. Das ist ein tolles Spiel. Ich werde direkt dann wieder ein bisschen weinen, wenn ich daran denke. Ich gucke mal rein und entscheide dann. Habt ihr gehört, das ist traurig? Ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Aber es ist halt eine wirklich gute Story. Alle Spiele von To The Moon. Also To The Moon ist der erste Teil. Die Spiele sind so weit an sich nicht miteinander verbunden. Außer, dass sie halt zwei gleiche Charaktere immer beinhalten. Aber es sind immer neue Fälle quasi. Man muss die anderen nicht unbedingt gespielt haben. Es bietet sich aber ein bisschen an. Hallo, Gynnie. Ja, nice. Gynnie muss jetzt dringend mal auf die Kanalpunkte hovern. A Bird Story und Finding Paradise fand ich auch noch gut. Aber mit Impostor Factory bin ich nicht warm geworden. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es sogar schon seit Release installiert. Es ist installiert. Aber ich wollte ja To The Moon und Finding Paradise vorher nochmal spielen. Daran hapert es mal wieder. Das ist übrigens der Tag, an dem ich nochmal River Cosplayen werde. Und meine Hasen aus dem Keller hole. Das klingt auch sehr falsch, ne? Ich hole da nochmal meine Origami-Hasen aus dem Keller. Habe ich letztens auch jemand gesehen, die To The Moon gestreamt hat in einem Rutsch? War auch sehr schön. Ja. Ach. Eva und Neil sind halt auch einfach so geil. Ich nehme mich dazu, wenn ich es noch nicht kann. Ich habe viele Männer weinen gesehen über dieses Spiel. Ja. Mehr als nur Gronkh. Hat Gronkh das gespielt? Ja doch, Gronkh hat das gespielt, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal bei ihm gesehen. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass... Ich weiß nur, dass Funk es auf jeden Fall kannte. Weil wir waren damals auf der Gamescom. Und ich hatte River an. Und ich hatte mein Schnabeltier dabei. River hat auch ein Schnabeltier. Und, äh... Funk ist total abgegangen auf mein Schnabeltier. Unser Schnabeltier hieß Kartoffel. Das habe ich auch komplett selber genäht. Dieses riesige Schnabeltier. Ähm... Mein erstes und hoffentlich letztes Plüschstier, was ich jemals nähen muss. Das ist... Plüschstis nähen ist schwierig. Ich habe Gronkh hat auch A Bird Story gespielt. Das war es dann. Ah, okay. A Bird Story ist ja quasi nur so ein Zwischenteil. Der geht ja irgendwie nur eine halbe Stunde oder so. Der kostet, glaube ich, auch nix. Oder vielleicht einen Euro oder so. Weiß ich gar nicht. Ist schön. Na, da hoffe ich doch, dass ich dabei sein werde, wenn du To The Moon und Co. nochmal spielst. Ja, ich werde es natürlich im Discord ankündigen. Und vielleicht auch noch so zwischendurch mal im Stream. Ich hoffe, vielleicht ist Sommer, dass ich zumindest mit To The Moon anfange. Ist ja alles auch ein bisschen, ne? Dieses typische, man hat es dann alles schon wieder verplant. So, das will ich noch spielen und das will ich noch spielen und das will ich noch spielen. Funk hat bei To The Moon geweint und bei A Bird Story so geheult, dass er die Cam ausgemacht hat. Oh, jetzt schreckt den Orbi nicht ab, sonst spielt er das nicht. Warum suppt diese Mandarine so? Alles nass und alles klebt. Die kennen das. Naja, ich muss ja eh putzen, ne? Wenn ich hier alles umbaue. Wünscht, ich könnte dadurch weinen. Wenn, dann kriegen mich die Emotionen anderer. Aber auch nur so ein bisschen. Jeder ist ja auch anders, Shadow. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man dann nicht weint. Jeder hat ja einen ganz anderen Punkt, wo er anfängt zu weinen. Bei mir ist total abhängig auch davon, bin ich alleine in dem Moment oder sind andere Leute im Raum oder mache ich gerade selber die Stimmen. Sitze ich im Stream? Ich habe das Gefühl, im Stream fange ich irgendwie, weiß nicht, fange ich im Stream schneller an zu heulen. Vielleicht. Ich glaube, weil ich mich intensiver mit den Spielen beschäftige, durch den Stream und durch euch und durchs Vorlesen, als ich es privat machen würde. Vielleicht. Wiederum, wenn ich jetzt so einen Film oder eine Serie gucke und das ist irgendwas traurig, dann... Boah, wenn ich dann auf der Couch sitze, du, da heule ich aber schon richtig hart, ne? Ich habe letztens auch was geguckt. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Was war das nochmal? Ich habe... Better Call Saul haben wir zu Ende geguckt. Was habe ich geflennt? So gut. So gut. Was habe ich geheult, ey. Das Schöne ist ja, Timo sitzt da neben mir und heult auch. Deswegen. Es ist eigentlich ganz angenehm und sehr befreiend. Es ist auch sehr schön auf deinem Discord im Stream. Und hier lauter nerdige Leute. Ja, natürlich. Für die neuen Leute, die gerade reinschauen, natürlich seid ihr auch sehr herzlich willkommen auf dem Discord. Kann GAU spiele so. Es wird mir das Herz brechen und ich werde es genießen. Ja, das erinnert mich immer an diesen Spruch aus Harry Potter Teil 3. Wo Ron in Divination sitzt und versucht, da seinen Scheiß-Fortune zu tellen. Und er nur sagt, äh, also zu Harry sagt irgendwie, you're gonna be, you're gonna suffer, but you're gonna be happy about it. So, du wirst leiden, aber du wirst dich darüber freuen. Das ist basically das. Mich hat der Part in Pokémon kamen sie mit dem Professor auch so sehr bewegt, habe mir arg auf die Lippe gebissen on stream. Na, keine Ahnung, was da passiert ist, aber cute. Ich mag das. Also, ich finde es halt umso wichtiger, dass Männer Emotionen zeigen. Also nicht jetzt zwanghaft, ne, aber halt nicht damit vorm Berg halten. Hinterm Berg halten? Hinterm Berg halten macht mehr Sinn, ne? Also wir, eine gute Freundin und ich, haben damals 2014 ein paar Streamer dazu gebracht, To the Moon zu spielen. Diese Emotionen, die das Spiel in ihnen ausgelöst hatte, waren Wahnsinn. Denn auch nah am Wasser gebohrt hat, bin natürlich stark männlich. Stark männlich ist, wenn man den Emotionen dann auch nachgibt. Alles andere ist ungesund. Und führt zu einer hohen Suizidrate unter Männern. Ne, ganz wichtig, Emotionen sind für jeden gut und für jeden wichtig. Ne, cool, aber manchmal Tränen bei One Piece. Oh ja, regelmäßig. Regelmäßig. Dann kommt wieder die, die, die Zeit, wo man keine Tränen vergießt, sondern sich nur denkt, boah, noch ein Flashback und ich raste aus. Und dann kommen wieder die Tränen, ja. Selbst in One Piece Odyssey habe ich zweimal schon fast geheult, ey. Da war, hat nicht viel gefehlt. Einmal mit der, mit der Mary Go, mit der Flying Lamp und einmal mit Ace. Hola. Emotionen zeigen, ja, daran arbeite ich noch. Das ist gut. Und das ist auch nicht einfach, Shadow. Es kommt ja darauf an, wie man selber halt vom Typ ist. Und wie man erzogen wurde. Ne, unter welchen Gesichtspunkten und so. Aber es ist gut, dass du das versuchst. Ist auch gesund für dich. Das Ding dabei war der persönliche Hintergrund, den es bei mir hat. Ah, okay. Care to elaborate. Scrims und ich einen To-The-Moon-Marathon gemacht haben. Ich weiß nicht, was für ein beschissenes Spiel, sondern es ist so traurig, aber es war so schön. Und Filme, Serien und Spiele zeigen einem halt, dass Trauer nichts Schlechtes sein muss. Ne, oder, oder Traurigkeit. Ne, manche Sachen sind einfach traurig und schön. Weil man, keine Ahnung, Leute ja trotzdem nicht vergisst. Oder weil irgendwas von den Leuten weiterlebt. In den Herzen anderer, etc. Pippi. Kennen Sie das? Sie essen gerne Mandarinen, aber die Mandarine saftet und klebt beim Schäden. Das muss nicht sein. Mit dem praktischen Mandarinen-Schäler der Marke Shigiyako. Thinks you maybe do not need. Gehört lästiges Mandarinen-Schälen der Vergangenheit an. Rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich jetzt Ihren eigenen Mandarinen-Schäler. Und wenn Sie ganz schnell sind, bekommen Sie noch dieses Stefan Reicherts-Topflappensit und dieses Stefan Reicherts-Kochbuch gratis dazu. Oh, da muss ich direkt zuschlagen. Sehr schön. Ich liebe eh diese, wie man es nennt, Werbe-Dinger. Ja, mein Umfeld war nicht so das Beste, hat vieles kaputt gemacht, weswegen ich es, was sowas angeht, ein bisschen effed up bin. Ja, ich habe heute tatsächlich auch noch super deep so Eigenreflexionen betrieben, vor allem Stream. Und zwar habe ich halt auf der Couch gesessen, noch eine Kleinigkeit gegessen und hatte YouTube offen. Und ich gucke da auch nicht nur Cinema Therapy, sondern ich gucke dort auch Mended Light von dem gleichen Therapeuten wie Cinema Therapy. Und da ging es um Social Anxiety und inwiefern man einfach nur anxious und nervös ist, so im normalen Bereich und wann man wirklich Social Anxiety Disorder hat und so. Und ich wurde ja jetzt nie diagnostiziert oder so, aber ich würde schon sagen, dass ich wirklich Anxiety habe. Aber ich war so stolz auf mich, das hört sich jetzt ein bisschen scheiße an, aber ich war so stolz auf mich, weil ich, während ich das geguckt habe, so reflektiert habe. Und damals wäre ich halt zu keinen Events gegangen. Also jetzt zu Conventions, ja, da sind ja auch ganz viele tolle Leute und so. Aber so zu unbekannten Sachen hätte sie mich damals niemals bekommen. So irgendwas, wo man kaum einen kennt oder so. Und jetzt bin ich halt so, dass ich sehr, sehr freiwillig, sehr oft nach Köln oder so fahre, um bei diesen Events dabei zu sein, weil ich weiß, es tut mir gut, unter Leute zu kommen. Es tut mir gut, zu diesen Events zu gehen, weil ich dann immer wieder mich daran erinnere, dass es überhaupt nicht schlimm ist, auf diesen Events zu sein. Weißt du, du triffst total die netten Leute. Keiner findet dich scheiße, auch wenn ich das immer denke. Keiner lacht dich aus. Also die Schule und meine Kindheit haben viel kaputt gemacht diesbezüglich. Und ich musste mir jahrelang jetzt erstmal wieder erarbeiten, nein, es ist okay, so wie du bist. Du bist nicht so, wie die Schule dich hat oder die Leute, die dich gemobbt haben, 13 Jahre lang teilweise. Du bist nicht die Person, bei denen sie gesagt haben, dass du so halt bist. Du bist nicht schwach und du bist nicht scheiße. Du hast schon viel erreicht und viel gemacht und viel durchstanden. Und je mehr ich halt mit Leuten in Kontakt komme, jetzt auch mit der Community natürlich, obendrauf, aber leider sehe ich ja wenig von euch jetzt so im Alltag, sondern nur auf irgendwelchen Events, worauf ich mich ja auch mal sehr freue, zeigt mir halt einfach so, wow, alles, was man so dachte, was damals so deine Welt ausgemacht hat, gerade so zur Schulzeit, ist halt einfach Schwachsinn. Also man hat teilweise, das können bestimmt auch einige relaten, dass man einfach in der Schule eine beschissene Zeit hatte und dann auch dachte, man sei nichts wert oder man sei einfach mega der Loser, weil alle einen das haben spüren lassen. Und über die Jahre hinweg weiß ich halt auch, was ich kann. Ich weiß einigermaßen, wer ich bin und was ich möchte und merke ja, wie ich überall superherzlich aufgenommen werde und wie manche Leute einen krass aufbauen. Und mittlerweile fahre ich wirklich gerne zu den Events. Auch wenn es sein kann, dass da nur zwei Leute sind, die ich kenne, habe ich kein großes Problem mehr, mich einfach mit anderen Leuten zu unterhalten. Klar, nicht jeder von denen wird jetzt mein Freund oder meine Freundin, aber bei manchen denke ich mir nach fünf Minuten auch nur so, der labert mir einen Knopf an der Backe, der ist jetzt nicht so interessant oder so, aber das ist halt einfach so. Und ich habe mich einfach nur sehr gefreut, als ich mir das Video heute angeschaut habe, weil ich gemerkt habe, wow, das hättest du damals einfach gar nicht gemacht. Du wärst damals nicht alle zwei Wochen wohin gefahren, um sozial zu sein. Und ich finde das immer noch stressig und letztens war auch ein Treffen in Köln vor anderthalb Wochen und ich habe mich sehr darauf gefreut, aber es war wohl vor anderthalb Wochen gelogen. Letzte Woche, Mittwoch war das. Aber ich habe auch mega geschwitzt vor Ort, einfach weil das trotzdem eine totale Stresssituation für mich ist. Aber ich habe das gut durchstanden, ich hatte fünf Stunden mega Spaß mit Leuten und ja, dieses sich überwinden, das zu machen, hat mir tatsächlich sehr geholfen und ich freue mich, dass ich, ich hoffe einfach, dass ich niemals zurückrutsche in dieses nein, nein, ist okay, die Events kommen alle gut ohne mich aus, ich bin sowieso, ich mache den Event bestimmt noch schlechter und man vermisst mich dann nicht, man freut sich höchstens, dass ich nicht da bin. Was halt einfach nicht stimmt. Leute denken so nicht. Die meisten Leute sind überhaupt nicht beschäftigt mit dir oder mir als Person. Die meisten Leute sind beschäftigt mit sich selber. Sie fragen sich nämlich auch, wie wirke ich und sind nervös wegen irgendwem. Und die Tatsache, dass man immer wieder denkt, ich lese den Chat gleich nach, keine Sorge, die Tatsache, dass man immer denkt, vorwiegend alle glotzen einen an, alle judgeen einen, dafür haben die meisten Leute gar nicht die Energie oder die Lust, das interessiert die gar nicht. Und es gibt Tage, da fällt mir das schwer, das zu glauben, weil ich mir denke, oh Gott, die hassen mich alle. Hast du gesehen, wie der geguckt hat? Der hasst mich. Der findet mich, der mag mich nicht. Guck mal, der tuschelt, der redet über mich. Das werde ich nicht mal eben so ablegen können. Aber, Baby Steps. Ich kann, ich meine, was wäre ich für ein Community Manager, wenn ich nicht mit Communities umgehen könnte? Das wäre schlecht. Aber ich freue mich, dass ich mich so weit mich selber so wohin geprügelt habe. Und irgendwann angefangen habe, den Worten von Leuten zu trauen. Weil wenn Leute nett zu einem sind und man es nicht glaubt, dann ist man ja nur so, ja, das sagst du nur, weil du nett sein willst. Und das stimmt ja wirklich. Und doch, wahrscheinlich, wenn Leute dich aufbauen und nett zu dir sind, stimmt das wirklich. Keiner hat wirklich was davon, einfach random nett zu dir zu sein, obwohl sie dich nicht mögen. Die meisten lassen einen schon spüren, wenn sie einen nicht mögen und ignorieren dich dann halt einfach. So, Pep Talk Ende. Absolut psychologisch gesehen sollte man alles, allen Emotionen ihren freien Lauf lassen, nur bei Hass. Das kann gerne mal ein wenig zurückstecken. Hass ist auch an sich ja auch, der meiste Hass, den wir heutzutage erfahren, ist ja kein, ist ja keine wirkliche Emotion. Das ist ja schon, Ärger, selbst Wut ist ja insofern, man hat eigentlich selten die Emotionen Wut. Wut fühlt man meistens, wenn andere Emotionen unterdrückt werden. Wenn man wütend ist, ist man oft eigentlich traurig oder enttäuscht oder sonst irgendwie was. Wütend ist man eigentlich selten von sich aus. Und Hass ist natürlich dann die Extremform. Und Hass ist ja auch, Hass ist irgendwie für viele Leute eine Lebenseinstellung geworden. Ist ganz schlimm. Ich bin auch ein Mensch, der so nah am Wasser gebaut ist, ihr wisst gar nicht, wie oft ich Animes und andere Filme sitze mit Taschentüchern, aber auch bei Spielen. Ja, und ganz ehrlich, ich lieb's. Ich liebe es, einen guten Film, eine gute Serie, ein gutes Spiel zu spielen und dabei zu flennen. weil das heißt, dass mich das Medium komplett abgeholt hat und dass ich einfach auf alles scheißen kann. Was Leute denken oder was ich in dem Moment sonst gefühlt habe, in dem Moment nur wichtig, wie es einfällig macht. Das war jetzt meine Chatting-Playlist, die war gar nicht so scheiße im Endeffekt, ne? War eigentlich ganz okay damals. Ich lese gleich weiter, ich ignoriere euch nicht, ihr könnt ruhig weiterschreiben, dauert dann nur einen Moment. Hat da sonst noch irgendwie großartig was? Rauswerfmusik, ha ha ha. Nein, die brauchen wir jetzt nicht. Nö, ne? So, komische Playlists auf Epidemic, ich muss da dringend mal was ab, ich muss dringend mal da Sachen erarbeiten, das ist völliger Wearder Shit, einfach. So. Dann mache ich mal eben was anderes. Hab nichts vorbereitet, weil, ne, warum auch? So. Das kennen wir ja auch. Ja, und bei Finding Paradise fand ich es so schade, dass ich völlig regungslos war. Alle um mich herum am Weinen, alles traurig und emotional. Ich sitze da, why can't I cry? Ja gut, man kann ja auch traurig sein und so, ohne zu weinen natürlich, ne? Und nicht jede Geschichte holt einen halt genau da ab. Vielleicht muss man auch was ähnliches erfahren haben, teilweise oder eben nicht. Ne, damit man nicht irgendwas damit verbindet. So, das macht dich ja nicht schlechter, aber ich verstehe das schon. Aber musst du dich nicht schlecht wegen fühlen. Dafür hatte ich anderes gekriegt. War es bei God of War? Oh Gott, Crisis Core. Ich habe noch nie so Rotz und Wasser geheult, wie bei Crisis Core damals. Ich als Teenager auf meinem Bett mit der PSP in der Hand und dann steuerst du Zack in seinen Untergang und du kannst nichts dagegen tun. und ich war den Tag nicht mehr ansprechbar. Stimmt auch wieder, aber auch nicht so extrem. Aber hey, I'll take what I get. Ja, eben. Dann wird genauso gehasst wie alle anderen auch. Ja, genau. Tut sie nicht viel. Du gerade von Events redest. Ich kann mich leider nicht erinnern, wo wir uns kennengelernt haben. Du? Äh. Gute Frage. Ich würde sagen Gamescom. Aber frag mich jetzt bitte nicht welche. Ich würde sagen Gamescom Cosplay Village. Damals? Glaube ich. Meine ich. Weiß nicht. Ich weiß es nicht genau. Die Lichterkette möchte Aufmerksamkeit. Oh. Blingt wieder was. Manchmal blinken so ein, zwei Lichter weil die einfach kurz davor sind kaputt zu gehen. Einfach ignorieren. Wie du schon sagst, die wollen nur Aufmerksamkeit. Einfach ignorieren. Das ist kein Hilferuf. So weit müssen wir hier nicht gehen. Richtig hart war es, dass Lehrer das Mobbing aktiv gefördert haben. Und das ist richtig schlimm natürlich. Ich hatte auch Lehrer, die mich nicht ab konnten. Aber gefördert wurde es bei mir Gott sei Dank nicht. Aber geholfen haben sie auch nicht. Also. In der Schule hatte ich das nicht, aber ich hatte das ganz lange, nachdem ich im Rollstuhl gelandet bin. Glaube ich. Menschen können so ekelhaft sein. Hallo Lex. Entschuldige, ich lese dich jetzt erst. Ich war ein bisschen behind. Moin. Tolle Selbstreflexion auf jeden Fall. Ja. Fiel mir halt nur so auf. Ne. Weil. Ja. Damals habe ich, ich habe mich nichts getraut. Und auch heute sind viele Sachen schwierig, aber ich mache dann halt einfach. Ne. Weil ich habe festgestellt, man stirbt gar nicht, wenn man gewisse Dinge tut. So. Die sind zwar trotzdem nicht angenehm, aber ich habe halt noch nie in irgendwas richtig gefailt. Egal, wie viel Angst ich vor in der Situation hatte, eigentlich bin ich mal rausgekommen und war nur so, ja, war eigentlich gar nicht so schlimm. Aber die Überwindung ist natürlich trotzdem immer noch hart zwischendurch, ne. Nicht vergessen. Warum musste ich ein Fragezeichen erlauben? Was? Geil. Ich habe in meinem Kopf immer diesen einen Satz. Na. Dankeschön, Luke. Vielen lieben Dank für dein Geschenk, Sam. Dankeschön. Ich habe in meinem Kopf immer diesen einen Satz von Roxas. No one would miss me. Und da muss ich immer wieder nein aus Shadow das sofort wieder verwerfeln. Ja. Auch Roxas wird nämlich vermisst. Er hatte nämlich auch Unrecht. Mhm. Einfach daran denken. Auch er hatte Unrecht. Vielleicht war es ein getartes Fragezeichen. Vielleicht war es ein Aubergine-Fragezeichen. Hat er eine Frage gestellt. Keine Ahnung, warum da nur ein Fragezeichen rausgekommen ist. Ach, wie lustig. Hä? Vielleicht war die Frage zu persönlich. Passt schon. Hab es mal persönlich gefragt. Okay. Aber nicht mich, oder? Kannst ruhig jede Frage raussauen. Alles gut. Also wenn es um mich geht, haut raus, ne? Ach, hör auf, du Nudel. Äh, warum? Ah, danke schön nochmal, Luke. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für den weiteren Geschenk. Danke schön. Du musst das nicht tun. Das weißt du hoffentlich. Ähm. Also mit Timo hatte ich meinen ersten Kontakt auf der Gamescom, als die Cosplay Village in der Halle, wo jetzt Merchandises oben, noch unter der Doku-Me war. Und er als zehnter Doktor gekospelt hatte und ich ihm mein Kompliment ausgesprochen hatte und der Tag danach war er Fridolin. Oh, das war die, das war die Schlömpels Gamescom. Trigger, Mann. Der Schlömpels Auftritt ist eine der wenigen Dinge, wo man sich dachte, ach, das wird schon nicht so schlimm. Und dann wurde man eines Besseren belehrt. Es gibt halt auch wenig Beispiele, wo es halt auch schieflaufen kann. Ei, wir reden nicht drüber. Na, danke, danke, danke. Ich denke, das wird wahrscheinlich aber auch die Gamescom gewesen sein, wo ich dich zum ersten Mal getroffen habe, Marvin. Wie viel wir da zu tun hatten, weiß ich nicht. Aber ich verknüpfe dich mit einer hellen Gamescom-Halle. Das kann eigentlich nur da gewesen sein. Schlömpels sind aber auch einfach geil. Ja, aber nicht der Gamescom-Auftritt. Der Gamescom-Auftritt war, alles arbeitete gegen uns. Das war nicht mal unsere Schuld. Ich glaube, unser Auftritt war Trash, aber lustig. So wie die Schlömpels halt Trash sind, aber lustig. Und alles hat uns einfach gehasst. Wir haben viel zu wenig Mikros erst bekommen. Dann wurde unsere Bühne stark runtergeregelt, weil eine andere Vorrang hatte in der gleichen Halle. Das heißt, die Hälfte des Publikums hat hinten schon nichts mehr gehört von uns. Dann wurden die Frontspeaker zu uns hin, wurden ausgeschaltet. Das heißt, wir haben nicht unsere Kollegen gehört auf der Bühne. Du kannst halt nicht miteinander interagieren, wenn du deine Kollegen nicht hörst. Und wenn du das aber nicht weißt, dass hinten Leute auch nichts hören, du siehst, wie die Leute scharenweise aufstehen und gehen, es bricht dir einfach richtig das Herz. Das war richtig schlimm. Wie unprofessionell. Sehr. Leider sehr. Ja, Helle Games kommt mal mit Bühne und noch ohne Tommy Krabb weiß der dann die Cosplay Village gemacht hatte. Genau, genau. Deswegen, ich habe, ich glaube, Chiara hat das sehr gut da mal zusammengeschnitten. Es sieht tatsächlich eigentlich ziemlich gut aus, was Chiara da noch gerettet hat an der Aufnahme, weil eigentlich waren wir lustig. Aber es hat uns doll mitgenommen vor Ort, weil wir erst danach erfahren haben, warum die Leute alle gegangen sind, weil die nichts gehört haben. Und ich habe nach dem Auftritt ungelogen, wenn wir schon beim Heulen sind, wenn wir schon beim Thema sind, habe als Tränenmond Rotz und Wasser geheult. Und mir lief alles aus dem Gesicht und ich war ja auch blau angemalt, dementsprechend lief auch das mir teilweise aus dem Gesicht. Und ich werde mich für immer daran erinnern, dass irgendwer zu mir kam und meinte, so wegen so, ich soll doch mal mehr in Character sein. Und ich war nur so, Alter, ich bin Tränenmond, ich bin gerade legit, literally, am Heulen. Was willst du denn noch? Leute können so grausam sein. Oh ja, das war sehr vorteilhaft geschnitten. Ach, letztendlich war auch, glaube ich, alles, was wir gemacht haben, lustig für die Leute, die uns gehört haben. Aber es war wirklich sehr gut geschnitten. Ja, das stimmt. Ich kann es mir angucken, ohne direkt anzufangen zu weinen. Das ist sehr gut. Aber das war halt unser Gamescom-Auftritt. Aber es wurde danach besser. Problem ist, wir hatten eigentlich auch wir hatten eigentlich auch einen festen Moderator für unseren Auftritt. Und zwar Funk. Wir hatten Funk als Moderator. Es war abgesprochen. Funk hat an dem Tag, an dem Tag wurde Funk sein Portemonnaie geklaut. Deswegen kam er nicht. Also es lief alles schief an dem Tag. Aber danach sind wir gewesen noch zu Gronkh rüber und der hat uns ganz, ganz lieb auf die Sony-Bühne geholt. Und da konnten wir noch so lustig zu dem einen oder anderen Security Dankeschön. Dankeschön, Clem Maulstein. Ihr könnt euch jetzt... Okay, dann machen wir es aber so, dass ihr euch das aussuchen könnt, was ich hole. Warte, ich mache die Liste auf. Dankeschön. Person, die den gleichen Namen trägt wie mein Bruder, glaube ich. Ähm, was soll ich sagen? Ja, die Security war halt richtig, richtig unterirdisch auf der Gamescom und keiner wollte uns in die Nähe der Bühne lassen. Und als Gronkh uns dann auf die Bühne geholt hat, war das nur so, hä 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 hä, sitzt du wirklich jetzt doch auf die Bühne. Hä 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 hä. Das war gut. Das war gut. Muss ich mal gucken, auf welcher Liste ich das jetzt habe. Hallo Shalex, moin. Wie geht's dir? Ja, aber musste eine Menge Awkward Silence raus zwischen... Ja, okay, das verstehe ich. Wenn die Leute auch nichts hören, ist hart. Ähm, ihr könnt euch basically aussuchen. 11 Euro Versatzkosten sind wir gerade zu hoch, sorry. Ein andermal. Ähm, gut, die große Merry-Go ist raus, die kostet 140 Euro. Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Ich biete euch diese vier Dinge. Nicht alle davon kosten 30 Euro. Habe ich noch irgendwas auf der Liste? Nein. Lass mich mal eben gucken. Boah, ich habe voll viel, was wir machen könnten. ich habe 30 Euro angegeben, weil damit halt viel abgedeckt wird, was möglich ist. also... Ich gebe euch... Könnt ihr euch... Karma hat wieder gesiegt ein bisschen. Ihr könnt euch jetzt entscheiden. Jetzt gibt es so ein paar Amazon-Links, ja? Weil... Obwohl, nee, ich kann das ja zeigen. Ich bin ja dumm. Oh Gott. Guten Morgen, Nina. Läuft bei dir. So, warte. Ähm... So. Also. Ihr könnt euch jetzt aussuchen. Ähm... Was wir davon holen. So. Ihr könnt euch aussuchen zwischen Anton. Dann sind sogar... Mit dem Versandkosten kommt das sogar hin. Ähm... Habe ich hier noch was? Nein. Dann den Bonsai-Baum. Ganz klassisch. Mit Spirit Animal. Same. Hast du auch immer so Kopfschmerzen? Die Katze. Katze geht auch immer. Geht auch direkt hin mit 30 Euro. Die sich streckende Katze. Vor allem. So ein Goku. So ein Goku ist ein bisschen günstiger. Da hätte man da noch was für eine andere Figur natürlich. War nur eine kleine Figur. Also die dauert jetzt nicht so lange, ne? Ähm... Das hier finde ich halt auch noch richtig schick. So ein Schiff in so einer Kuppel. Das ist jetzt zwar nicht One Piece, aber das finde ich halt auch interessant. Ne? Migräne seit ich klein bin. High Five. Seit ich elf Windungen oder so habe ich, äh... Migräne. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ja. Also das sind so die, die ich jetzt mal eben so für das Geld holen könnte. Äh... Entweder das Schiff im Glas. Nee, nee, nochmal. Und langsam. Ja, ja, natürlich. Ich muss mit... Wie mitschreiben? Warum musst du mitschreiben? Du musst gar nichts mitschreiben. Hat manchmal Vor- und manchmal Nachteile. sowieso. Ähm, also. Ihr habt, äh, äh, das Glas... Für die Abstimmung. Ach so. Ach so. Also. Schiff im Glas. Oder so. Ja, ich würde sagen, Son Goku ist vielleicht ein bisschen zu simpel, aber ich gebe euch trotzdem natürlich die Wahl. Ich habe den gerade auf der Liste. Der ist halt auch nicht so groß. Der ist noch ein kleiner Son Goku. Na, Son Goku? Ja, wegen Migräne. Wenn du wegen Migräne umgriffst und im Arm einer jungen Postbotin aufwachst. Oho. Ah. Du Nudel, hör auf. Dankeschön. Okay, wir hätten dann halt noch die Katze. Ähm. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute Sachen in die Abstimmung können. Wir haben den Bonsai. Wir hätten Anton. Anton ist halt auch schon ziemlich OP, ne? Äh, okay. Ja, gut. Wenn ihr jetzt übertreiben wollt, dann... Warte, hier ist meine Liste. Da sind die Sachen gar nicht drin. Sehr gut. Äh. Die ist nicht heimlich, die Liste. Die kann ich euch zeigen. Das ist so eine Wunschliste. Ähm. Äh. Wo ist denn das Schwert? Ich habe doch irgendwo noch das Schwert. Gut, das Schwert ist jetzt auch drin. Da war ich 18 oder 19. Okay, schon ziemlich cool. Und wir hatten jetzt halt auch Zorros Schwert. Wäre jetzt auch bezahlbar. Die wollte mir Pakete bringen und ich kippte um. Oh. Und jetzt seid ihr verheiratet und habt Kinder? Oder ist es dann doch keine Hollywood-Geschichte geworden. Muss ja auch nicht. Ist auch schon so ziemlich nice. Dankeschön nochmal. Ich kann nicht auf sowas. Ah. Ne, war nur was Kurzes. Immerhin. Ist schon cute. Aber wahrscheinlich, wenn du 18 oder 19 warst, war die Postbote ja auch ein ganzes Stück älter wahrscheinlich, ne? Ich meine, das heißt nichts, ne? Ich bin auch älter. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt in meinem Alter mit 18 oder 19-Jährigen was anfangen würde. Bitte nicht weiter stehen. 20 wieder so. Azubi. Ach nein. Das gibt's doch nicht. Wie lustig. Wie amüsant. Just do it. Ja, Chiara macht ja noch die, macht ja noch die Umstimmung. Umstimmung. Abstimmung. Fertig. Okay, Schiff. Ja, theoretisch, äh, theoretisch fehlt jetzt noch das Schwert. Aber da hat jetzt, das konnte Chiara jetzt nix zu. Das ist halt jetzt auch noch eine Option geworden. Da kann ich ja jetzt auch nix zu. Schiff in Glas, Goku, Katze, Sakura, Bonsai, Anton. Schiff. Also Zorrus-Schwerter müssen. Also, ja, okay. Irgendwann auf jeden Fall. Ne? Ja, okay, Anton ist schon ziemlich geil. Schiff in Glas. Es ist ein sehr interessant zu sehen. Was wollen wir bauen? Ich geh's nochmal durch, falls ihr vergessen habt, wie die Sachen aussehen. Schiff im Glas. Ist schon nice. Also, er hat was, ne? Finde ich mal was anderes. Vor allem Educational Toys. Ich weiß jetzt nicht, was darin Educational ist. Aber sehen wir dann, ne? Ist ja ein Bildungstream. Goku, Katze, Bonsai oder Anton. Okay, Anton ist halt schon richtig OP. Anton ist einfach so ein Wucht, so ein wuchtiges Vieh. Einfach nur so, Anton. Ist schon sehr süß. Ist auch der einzig süße Anton, den es gibt. Es gibt noch so kleine Anton, aber der sieht nach nix aus. Übrigens gibt es auch noch die hier. Ich habe, können wir darüber reden? Dass Togepi frisch aus der Albtraumhölle kommt. Und ich verstehe, warum die Banane da mit drin ist. Das ist kein Pokémon, oder? Das ist kein Pokémon. Also ich kenne mich nicht so gut aus mit Pokémon. Aber die Banane ist auch richtig kösz. Aber Togepi ist halt auch schon richtig kösz, weil die Augen so komisch vorstehen. Togepi könnte so cool sein, wenn es nicht so weird wäre. Und ich meine, Shiki ist auch sehr geil, ne? Wenn man den Bauch streckt, digitiert Anton zu Schnabeltier. Die Banane ist echt cringe. Die Banane lässt halt raushängen. Ist das diese Banane, diese Weya, 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 Weya. Dieses, dieses Peanut Butter Jelly, Peanut Butter Jelly. Peanut Butter Jelly, ne, ist es nicht? Hm. Hallo, Konju, moin. Ah. Aber ja, Anton ist halt so süß. Er hat 2.100... 67 Teile. Also ich meine, das ist Klump, 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 Kopf, Klump, Klump, Schnabel, ne? Nee, das ist die Obs... Die Obsönane. So was gibt es. Wir könnten noch abstimmen. Noch führt Anton, danach gefolgt vom Schiff in Glas. Ah. Da spielen wir dann noch gleich. Und ich hoffe, dass ich zügig natürlich dann auch die Sachen umbaue. Für nächste Woche kann ich noch nicht versprechen, aber wir kriegen das hin. Wenn ich zum Beispiel bis zum Metary Potter vertraut, also die Filme, sehr, sehr doll, ja. Ich habe gefühlt Englisch gelernt mit den Filmen. Warum? Worum geht's? Ich zeige noch mal alle für die Leute, die gerade frisch reingucken. Ihr habt ja Wahl zwischen Anton, Anton, dem Bonsai, der sich streckenden Katze, Son Goku und dem Schiff im Glas. Irgendwann dann demnächst auch wäre theoretisch, dann könnte ich mal. Anton ist ja jetzt auch nicht so teuer. Vielleicht ist ja noch, ist die Frage, soll ich dann, also das hier, hat das noch extra Versandkosten? Nee, ne? Gratis Lieferung. Läuft doch. Das hier sind 27 Euro irgendwas und Anton ist mit Versand bei 30 Euro genau. Also theoretisch könnte ich halt das Schiff im Glas holen und Anton. Streckkatze ist schon sehr, 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 ist sie sass oder süß? Also schon beides, ne? Aber ich kann auch bestimmt ein paar Euro drauflegen und als zweite Sache natürlich Zorros Schwert holen. Sehen halt alle schon sehr süß aus, ne? Ich habe auch auf der Liste noch mehr Kram, aber ich habe jetzt erst mal was ausgewählt, so. Was habe ich denn hier noch? Das sind die, die ich gezeigt habe, genau. Wie gesagt, die Sunny ist halt so 140 Euro, äh, ne? Das sind die Amiibos, die können wir da nicht bauen. Dann gibt es noch die, 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 die Mary, die kostet dann auch, war auch 50. Und es gab ja noch, noch andere, ne? Das ist dann, ja, ja. Ja, ich habe direkt weggemacht. Ja, ja. Ah, so. Was sagt denn die Umfrage? Ja, ich habe es gefühlt, die bleibt bei Anton, ne? Brauche ich mir nicht notieren, kann ich mir merken, dass ich später Anton hole. Ja, vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank dafür. Weiß dich sehr zu schätzen. Ich bin ein bisschen so, oh mein Gott, das ist zu viel und das bin nur ich und Anton hat gewonnen. Ich meine, wir wissen alle, womit Anton gewonnen hat. Mit Recht. Anton leidet auch sehr, da hat das Anton auch verdient. Ich habe mir gestern Lucius Malfoy G-Stock geholt. Den wollte ich schon lange haben. Nice. Da kannst du dann auch, glaube ich, den Zauberstab rausziehen, ne? Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Bananarama, das neue Starke, aber Starter-Pokémon. Es wird eine Zeit kommen in Pokémon, in der ich das für nicht unmöglich halte, dass es so eine Scheiße gibt. Ja. Mit Recht und mit Links. Ja. Total, total. Ich hatte vorhin auch alles fertig gepeilt. Wow, ich bin vorbereitet. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich wieder voll ablosen. Das letzte Mal haben wir 3000 Anläufe gebraucht, um diesen einen Boss zu schaffen. Wir sind dann noch mal durch die Map, haben uns Giftpfeile geholt und haben den Boss dann irgendwie in 10 Sekunden besiegt. Frage ist, sollte das so? Waren wir einfach nur schlecht? Sind die Giftpfeile OP? Mal gucken. Ja klar, doch sicherlich. Er hat 99 Euro gekostet. Das ist ja das Mindeste, dass der Zauberstab auch dabei ist. Will ich aber hoffen, du. Aber hey, es gibt ein Müllsack-Pokémon und ein Schlüsselbund-Pokémon. Warum? Ernsthaft? Jetzt hör auf! Dankeschön, Luke. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Rutschte man... Ich bin schon so flattert. Mir rutscht schon die Kleidung vom Körper. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für die Geschenkschafts von Luke an Konju und Fube. Vielen, vielen lieben Dank. Habt ihr die volle Breitseite an Emotes aktuell jetzt? Da ist einiges. Da ist einiges. Chiara hat richtig geballert damals. Da könnt ihr gleich direkt die Frikadella spammen, wenn nicht kurz. Wenn ich mein Ding jetzt hier wieder runterkriege. Jetzt mal, wo ich klicken muss. Da muss ich nicht klicken. Mach das weg. So, einmal daneben geklickt. Schon tausend Pop-Ups. Nein, Gott sei Dank. Keine Werbung. Ich kann Luke gar nicht markieren. Danke für den Gift. Und es hat... Ja. So. Dann wäre das ja geklärt. Wir holen Anton. Was möchtet ihr denn dann haben? Möchtet ihr dann die... Das Schiff im Glas? Oder möchtet ihr Zorros Schwert? Den gehen langsam die Ideen aus. Gönnt euch. Danke fürs Gönnen. Danke fürs uns Gönnen. Vielen Dank. Ich hab das gar nicht verdient. Ich mach doch gar nichts. Ich sitze hier ja nur. Guck, voll süß. Okay. Okay, wie heißt das? Sugimori. Okay, das ist wahrscheinlich nur im Japanischen. Aber das ist schon so... Das ist schon süß. Aber hier ist schon ein Müllbeutel. Hä? Der geht nicht? Bei mir schon. Aber ihr seht den ja. Ach, süß. Was denn? Was ist Konshu? Prob dich durch. Ich würde nämlich tatsächlich dann jetzt kurze Pause machen. Kurz mal zum Klo. Und vor allem die Hände waschen. Zu viel an den Mandarinen geschmuggelt hier. Sugimori ist der Künstler. Ach so. Das ist ja keine Ahnung. Ich dachte, weil da überall Sugimori im Link steht. Ich dachte, das stimmt das Pokémon. Ich hab wieder keine Ahnung. Bei mir wird der nur aufgeschrieben angezeigt. Das ist schön, wie du den Emote von Fea hast. Geil. Meine Theorie ist immer noch, dass Pokémon ein Kindervergnügungspark im Dragon Ball Universum ist. Die Pokébälle sind Capsule Corp Kapsel. Das würde auch das Auftauchen von neuen Pokémon erklären, die keiner kennt. Solange alle Gen 1 mit Voltoball und Elektroball und all den Käfern und Vögeln und Steinen voll beliebt ist und verteidigt wird, dann ist ein Unratütox auch legitim. Es ist süß. Ich mag sogar, dass es das Müll-Pokémon, es hat so einen alten Flair. Es ist nicht so glitschig rund. Das mag ich halt in den neuen Pokémon persönlich nicht so. Viele mögen das sehr. Ich mag es nicht so. Ich mag eher so ein bisschen kantiger, ein bisschen mehr Details. Aber das ist ja... Wow, die Grammatik war all over the place. Ja, passt. Achso. Apropos Fea, nein. Prime Step läuft weiter ab. No. Dann spam noch mal den Fußfeti Pikachu. Was ich auch nur weiß, weil ich im Stream war. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, Pikachu mag Füße. Ich habe es nicht davon. Keine Ahnung. Fragt Fea. Auch würde das erklären, dass Eltern einfach so ihre Kinder rumlaufen lassen. Ja. True. Wie so eine Safari-Zone quasi. Das ganze Pokémon-Universum. Ja, ja, ja. Ich würde aber auch gerne das andere Pokémon sehen. Was war das? Was habt ihr geschrieben? Schon wieder übergelesen. Ich kriege das schon wieder nicht mehr hin. Es gab es noch Müll-Pokémon und Steckdosen-Pokémon. Das war es nicht. Aber es gibt es doch bis zum Beispiel auch. Es hat eine andere Story-Schiege. Ich weiß warum. Hau die mal raus. Ich lese sie gleich. Ich gehe kurz mal in die Werbung. Hände waschen. Ihr könnt mit Frikadella jetzt Popcorn essen, wenn ihr einen Sub habt. Und ich sage bis gleich. So, da bin ich wieder. So, was habe ich verpasst? Ah ja, genau. Schlüssel war das. Schlüssel-Pokémon. Klavier. Klavier. Euer Ernst? Das ist Pokémon? Also genau deswegen mag ich die ganzen neuen Generationen nicht. Das ist doch Bullshit. Das ist doch einfach nur noch so. Da sitzt doch 100 Pro der Pokémon-Designer bei Nintendo oder? Gedöns? Sitzt er also an seinem Freitisch und ist nur so. Ich muss noch fünf Pokémon malen. Ich muss noch fünf Pokémon malen. Was haben wir denn hier? Glas? Nein. Weingummis? Nein. Switch? Nee. Schlüsselbund. Ja, das wäre doch eine Idee. Ich muss gleich den Müll noch rausbringen. Ah, Müll-Pokémon. So stelle ich mir das vor. Frikadella, ich sehe sie zum ersten Mal. Sie ist wunderhübsch auf ihre eigene Art und Weise. Wenn du noch mehr Frikadella möchtest, dann kannst du das hier nachholen. Hier auf dem Kanal. Aya hat ein Emote. Damit sagt sie immer Evoli mag Füße. Irgendwann hatte sie den nicht gehabt, dann hat sie für Fee dieses hier gemacht. Das sieht so ähnlich aus, nur mit Pika. Dadurch ist das Aya's Pikachu mag Füße immer. Das ist so doof. Gott, das von Edris ist ja super süß. Ja, das ist wirklich sehr niedlich. Ja, die Wubbel sind toll. Cute. Edris habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, einfach. Aber ich bin noch nicht mehr so in der Gron-Community so krass drin wie damals. Und da kriegt man da sowas wahrscheinlich alles nicht mehr so mit. Klick, klick, klack und klick, dick, klack. Verarsch mich nicht. Zahn. Auch ein sehr originelles Pokémon. Wobei, ja, hier so Magneto oder so oder Magneton, ja, ist jetzt auch nicht viel besser. Aber ich finde den Schlüssel schlimmer. Ich finde den Schlüssel wesentlich schlimmer. Ach, Edris. Der war doch auf der Polaris. Der habe ich noch nie gesehen. Nur weil irgendjemand auf einer Con ist, heißt das ja nicht, dass man den sieht. Und ich glaube auch nicht, dass er noch irgendwie weiß, wer ich bin. Und wirklich einen Kontakt hatte ich zu ihm auch nie so doll. Also Klopsy würde mich noch erkennen. Aber ich glaube, mit Edris hatte ich nie privat genug zu tun, als dass der, glaube ich, Wahn hätte, wer ich bin. Ich wäre wahrscheinlich nur die Blondine von Daedalic. Was okay ist. Das reicht mir. Für viele Leute bin ich die Blondine von Daedalic und das ist in Ordnung. Komm, ich bin klar. Magneton ist super. Und dann gibt es Pokémon wie Backel. Keine Ahnung, Keni. Es gibt auch ein Pokémon Rotom. Ja. Das kenne ich schon. Natürlich, das kenne ich schon. Ist das nicht auch so ein Pokémon, was sich auch in so eine Waschmaschine verwandeln kann oder so? Backel ist ein Brot, Dackel. Ich will das sehen. Kann schreiben. Backel. Okay. Okay, na, ist süß. Ja, okay, ist süß. Ich sehe, ja, 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 ist okay. Ja, ist süß. Ja, ja, ist okay. Ja, geh weg. Ja, okay, ist süß. Wie schlecht. Okay, wie schlecht. Wie schlecht muss ich mich jetzt fühlen, dass ich mir denke, ich würde diesem Hund jetzt gerne das Ohr abreißen und auf dieses Brioche einfach so ein bisschen Lemon Curd und dann so am, 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 am. Es ist ein Pokémon zum Anbeißen. Es sieht so lecker aus. Ist halt farblich auch richtig gut getroffen, ey. Und wie sieht die Vorentwicklung aus? Hefel. Hefel. Okay, das ist cute, aber sieht nicht so appetitlich aus. Wackel statt weg meinen. Ja. Oh, das gibt es doch bestimmt. Wackel, äh, wie heißt das denn im japanischen? Bauzel. Okay, Bauzel. Dachsband. Bauzel. Bauzel, äh, gibt doch 100 pro in Japan, dann, äh, Bäckereien, die Bauzel. Brötchen verkaufen oder so, 100 pro. Du musst also so mal Spam. Der Designer von Twilight Princess hat sich gedacht, ich mach jetzt den hottesten Boy und die hottesten Prinzess. Da hast du recht. Da hast du schon ziemlich recht. Ich mag auch Twilight Princess, äh, Link und Zelda sehr, sehr, sehr gerne. Fähigkeit Knusperkruste. Oh, yo. Oh, wie, oh, das ist schon süß, ne? Okay, das ist schon wirklich, wirklich süß. Tefel wurde zu Backel, weil es lange im Ofen war. Okay, ist schon süß. Ich finde, ich sehe so Fangrate 90. Nein, Fanrate 90, wenn ich so drüber habe. Aber Fanrate, okay, ihr seht meinen Cursor nicht. Nevermind. Fanrate. Sehr, sehr süß. Mögliche Namensherkunft. Backen und Dackel. Da lehnen sie sich aber weit aus dem Fenster, wa? Backel kommt von Backen und Dackel? Wow. Und Dachsbann kommt von Dachshund und Bann? Mensch, ich glaube, wir sind da einer richtig krassen Sache auf der Spur. Oh, und in dem Französischen ist es Brioche und Chien für Hund. Chien? Chien, Chien, ne? Chien wäre mit N-N-E. Quantenphysiker, Hammer. Okay, ich könnte es auch chinesisch, also Mandarinen hier, aber das spreche ich sowieso falsch aus. Ist auch lustig, heute meinte ein Kind in der Betreuung so, äh, die hat Anja gemalt aus Spy Family. Und sie war nur so, äh, ja, die klingt doch chinesisch voll komisch. Ich so, meinst du nicht japanisch? Ja, ist doch das gleiche, ist doch direkt nebeneinander. Ich so, oder ist doch das gleiche Areal. Ich so, hm, wie ähnlich sind sie denn Deutsch und Polnisch? Ja, genau. Ja, okay. Naja. Das Kind meinte es nicht rassistisch, aber allein wenn man als Kind schon mit dieser, äh, mit dieser Einstellung aufwächst, mit asiatisch ist alles dasselbe, ist halt schon ungünstig. Ist halt schlecht. Deswegen, ja, Deutsch und Polnisch fand sie dann doch sehr unterschiedlich, obwohl die nebeneinander liegen. Ja, ja. Französisch war übrigens keine ausreichende, ich habe ja erst gesagt, hier, Frankreich liegt neben Deutschland. Französisch und Deutsch haben jetzt keine große Verbindung. Ja, doch schon. Ich so, okay, dann halt Polen und Deutschland. Ja, okay. Dann haben wir noch Schnüffi. Schnüffi gibt es auch noch. Kann ich das hier suchen? Äh, bin selten in so einem Pokédex gedöhnt. Schnüffi. Schnüffi? Schnüffi gibt es nicht. Lüg nicht. A.K.A. Gran Vorgita. Okay. Gran Vorgita. Okay, ich habe mir unter Schnüffi jetzt etwas anderes vorgestellt. Muss ich sagen. Schnüffi dachte ich auch erst so an so einen Hund. Das ist mein Schnüffi. Ist das ein Hammer? Dekano-Chan. Hm. Riech mal Makuhita aus. Hä? Makuhita. Was muss ich da jetzt hören? Was hast du gelernt, Nini? Wegen Kinder meine ich. Ach, meinst du, also Job mäßig. Ich bin Lehramtsstudentin. Ich arbeite in der Schulbetreuung in einem Gymnasium. Automot rennt immer mit einem Bannhammer rum. Schnüffi macht alle bösen Pokémon. Pam, pam. Okay, okay, okay. Aber warum, meint Konju? So wird das nicht ausgesprochen. Ja, wie denn dann? Das ist so, wenn... Wenn das nicht ausgesprochen wird, wie es geschrieben wird. Wie soll ich dann wissen, wie es ausgesprochen wird? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, wie wird es dann halt ausgesprochen? Beschreibt doch mal. Okay, Schlick, da macht mir Sorgen. Gott, Schlick, da habe ich schon Videos gesehen. Oh Gott, Schlickdreh ist ja noch schlimmer. Wenn es gerötet ist, soll man zum Arzt, sag mal, ne? Ist ja auch nicht so wichtig, wie da was ausgesprochen wird. Ich könnte vielleicht Makita, vielleicht, wenn das U nicht mitgesprochen wird oder so. Aber, keine Ahnung. Das Dicta Schlimmer. Ich weiß nicht. Ist es das? Das normale Dicta? Dein Kurzbraun. Ich habe mir da keine Gedanken bei gemacht. Frech, wer was Böses dabei denkt, ne? Naja, gut. Genug, äh, 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 Schabernack mit lustigen Pokémon. Was bist du denn? Okay, das ist, uh, das ist schick. Aber... Was hängt da vorne runter? Nein, wir sollten aufhören mit Pokémon. Nein, nein, alles ist irgendwie... Alles wird irgendwie falsch interpretiert. Ich dachte immer mit zwei kleinen Hügeln auf. Ist das so? Oh. Es gibt auch ein Schinkansen-Pokémon. Das sieht auch spannend aus. Glaub ich sofort. Ah, schön. Ah, warum habe ich jetzt so Hunger? Ich habe doch was gegessen. So. Also, Frage ist immer noch. Anton hole ich, klar. Wollt ihr dann Schiff im Glas? Oder möchtet ihr Zoruss Schwert? Ich denke, das für Zoruss Schwert kann ich draufschlagen. Das kriege ich noch hin. Bei der tollen, liebevollen Spende, die wir bekommen haben, muss ich ja auch noch was, ne? Ich kann ja nicht immer nur nehmen. Schlurm, was ist Schlurm? Danke, Chiara, für dieses schöne Bild von diesem... Schlurm. Reicht auch, reicht auch, reicht jetzt mit Pokémon, ne? Ja, finde ich auch. Mein Stream-Deck lässt mich nicht mehr zurück. Toll. Einer sagt jetzt, äh, Zoruss Schwert. Ah, okay. Chiara war so lieb und hat noch eine. Ihr könnt jetzt abstimmen. Alle, lieber, lieber, chat. Ihr könnt oben abstimmen, ob das zweite, was wir bestellen, das Schiff im Glas ist. Oder, ähm, äh, Dingens. Äh, äh, Zoruss Schwert. Übrigens, nein, meine Adresse steht da nicht. Steht nur Bochum. Aber das wisst ihr auch so. Aber trotzdem muss ich bei sowas besser aufpassen, wenn ich sowas zeige. Da habt ihr vollkommen recht. Also im Anime wird Makuhita auch Makuhita ausgesprochen. Schwert im Glas. Der hat auch noch Hände. Was? Wer hat Hände? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. So, wir müssen nur noch diese eine Sache klären. Und dann, äh, kann ich gleich das Spiel anhauen. Wir wollen es ja auch noch heute durchspielen, damit wir nächste Woche, wisst ihr, womit wir nächste Woche anfangen? Ja. Grim Tales. Ja. Grim Tales. Grim Tales Teil 4. Da kommt der Selbsthass dann wieder nur so, hui. Da wird dann wieder, äh, ja. Gewimmelt. Und gewimmelt. Ja, genau. Ich mach das größere Stream Deck, damit ich mehr coole Sachen abspielen kann. Das habe ich letztens wieder so, bin nur so. Was passt jetzt auf Grim Tales? Ja. Ja. Auch das. Oder halt auch, ne? Ja. Ne? Oder viel besser eigentlich noch, ne? Nächste Woche Donnerstag Grim Tales. Wenn das abspielt. Genau. Muss ich alle ein bisschen, ein bisschen, äh, präsenter haben, die Sachen auf dem Scheiß Stream Deck. Die Wucklache, ja. So, es sind mehr Leute fürs Schwert. Ja, das verstehe ich. Okay, let's go. Den habe ich noch nicht, den muss ich haben. Der ist gut. Den habe ich noch nicht drauf. Äh, ja, ja, der ist gut. Der fehlt. Hast du recht. Okay, let's go. Das Kind macht mich halt auch einfach richtig fertig. Ja, wobei, Teil 4 wird Brandon wieder eine große Rolle spielen. Mh, habe ich schon zugeschnitten. Kann ich dir schicken? Oh, ihr habt Witz. Feierlich. Geil, muss ich mir, muss ich keine Arbeit mehr machen. Finde ich sehr gut. Ja, schön. Oh Gott, Chiara hat irgendwas geklippt. Muss ich mir ein bisschen Angst haben. Sie klippt immer wunderbar. Aber sie klippt auch immer Sache, wo ich mir denke, mh. So. Ich denke, wenn sich jetzt nicht plötzlich drei Leute noch entscheiden, wird es dann das Schwert. Das ist okay. Und das Schiff läuft ja auch nicht weg. Das heißt, wir kriegen Anton und Zorrus Schwert. Ja, Mann. Wo soll ich damit eigentlich hin? Nächste Donation. Eigentumshaus. Oh, da kommt mal wieder mein scheiß Streifen runter. Kauft solche Lichtstreifen niemals im Angebot. Wir halten nicht. Egal. Das Schwert kann hinter dich an die Wand. Senkrecht. Uh, senkrecht. Ob das hält? Es sind halt immer noch Klemmbausteine. Wenn man da natürlich so Nägel reinmacht und das sich da drauf stützt, hat das natürlich auch Gewicht nicht, dass das die Klemmbausteine vielleicht wieder auseinanderreißt. Aber muss man mal gucken. Vielleicht sind die ja quer. Vielleicht geht das ja. Wahrscheinlich quer. Macht mehr Sinn, ne? Sonst machst du ja einfach ein Dötzsch mit dem Schwert und das ist ja in alle Teile zersprungen, wenn es nicht quer ist. Ja, ja. Sie ist auch sehr hübsch. Schön, dass ich studiert habe. Die Steine kleben? Oh, weiß ich nicht. Ich habe noch nie Lego zusammengeklebt. Irgendwie ist das weird. Nee. Das machen du Loser. So, letzte Sache noch. Meint ihr, Link bekommt irgendwann einen Pieper wie bei der Feuerwehr und Zelda piept ihn dann immer an? Wer weiß, vielleicht wird das ja so in Tears of the Kingdom. Man kann Leim aus Toten machen. Oma hat sicher nichts dagegen. Ey, Hilarius, hast du mein wunderschönes Meme gesehen, was ich bei Chiara im Discord gepostet habe? Ich habe es leider nicht, ich habe es nicht auf dem PC, weil ich es am Handy erstellt habe. Warte. Wir hatten Dienstag eine schöne Diskussion dazu, wie das ist, wenn du eine Urne mit nach Hause nimmst und dann die kaputt geht und man zum Beispiel Oma dann plötzlich einen Kaffee hat oder so. Wir mussten irgendwie copen mit der Trauer, die wir in dem Spiel dann, der wir im Spiel begegnet sind. Ach, guck mal, sie hat es. Hast du es angetatcht? Perfekt, guck mal. Für die, die gerade auf nichts klicken können. Wenn man das, es stellt auch nicht scharf, ne? In dem Corvaccino ein Hauch Nostalgie fehlt. Ein bisschen Oma hinzu. Genau. Mit dem Kim Possible Sound. Oh Gott, welchen? Das ist der Kim Possible Sound. So. Bin da nicht, aha, okay. Sprinkle of Granny, ja. Es war ein bisschen makaber am Dienstag zwischendurch. Wo wir überall Oma hatten, Mensch. Aber Oma war immer bei uns. Always in your heart and your surroundings. So. Äh, äh, äh. Ach so, dieses Ja, genau. Was war damit? Was braucht denn Kim Possible Sound? Oh ja. And your lungs. Ich finde es jetzt im Cappuccino aber auch nicht so viel besser. Also, ist schon. Wir haben auch gesagt, da bekommt, äh, äh, was haben wir gesagt? Ähm. Hier Omas Kuchenrezept oder so eine neue Bedeutung. Was hat man da gesagt? Ach, der Linkspieper. Ach so, ja, genau. Nein, Linkspieper müsste dann eigentlich so klingen wie, keine Ahnung, so ein scheiß Kroc oder so. Ja. So, habe ich hier gerade welche? Das ist parat. Habe ich gerade. Wir könnten halt. Ja, eigentlich wäre auch praktisch das hier, ne? Hey, listen. Oder halt, äh, wenn es richtig triggern soll. Ich habe auch nur Scheiße hier drauf, einfach. Nur Kacke habe ich hier drauf. Mein WhatsApp-Sound, welcher? Na, wie? Oder Kim Possible. Kim Possible ist schon nice, ne? Oder auch viel zu happy eigentlich, ne? Na, wie? Oh Gott. Hätte ich mein Handy schon gegen die Wand geschlagen, ey? Nein. Das passt alles nicht. Ah. Viel zu viel Kacke hier drauf, einfach. Ich würde der Tabel flippen, aber der Tisch ist dreieckig und es geht... Okay, danke. Hör auf. Danke schön. Ja, okay, ich bestelle alles. Ist gut. Mach trotzdem. So. Mehr nicht, sonst kippt ihr wirklich alles um. Ich habe die Hälfte nicht mal richtig festgeschraubt. Und moin, Desozialisierer. Moin. Damals ging es mir auch auf die Nerven im Game, aber jetzt ist es okay. Es ist halt einfach... Im Spiel finde ich es wirklich nervig. Und es ist ja auch nachgewiesenermaßen eine schlechte Idee gewesen, so in der Art. Aber wiederum kam dann Fai. Also, na, haben sie daraus gelernt? Ich weiß nicht. Aber als Sound ist halt... Ist halt... Als Sound ist halt einfach cooler Sound, ne? So, bevor das jetzt weiter ausartet... Chocobo habe ich für andere. Chocobo? Ach, voll süß. Ich habe gar keinen Chocobo-Sound hier drauf. Ich habe auch gar nicht viele Sounds hier gerade drauf. Ich habe nur so ein bisschen... Ich habe ja so ein bisschen Bullshit halt, ne? Keine Ahnung. Ich mag auch das hier mal ganz gerne. Ich habe nur nicht so lange sein, sonst werde ich gebannt oder so. Deswegen, ne? So, reicht jetzt aber. Und Dankeschön nochmal. Ihr seid alle bescheuert. So, ich habe euch alle lieb. Aber ihr seid alle bescheuert. So, ich ändere mal das Spiel. Beziehungsweise die Kategorie. Ja, die war auch schlimm. Oh, by the way, denk an die Vogelreiter-Zeremonie heute. Denk an die Vogelreiter-Zeremonie heute? Nani? Warum heute? Oder, 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 oder im Sinne von... Wie war Müll, oder wie? Ich gehe gerade auf dem Schlauch. Wir spielen jetzt nicht Skyward Sword. Falls das... Ne? Wir spielen Momodora. Fast das Gleiche. Es wäre cool, wenn man so ein richtiges Zelda-Metroidvania hätte, was nicht Adventure of Link ist. Das wäre doch mal schön. Das können sie mal rausbringen. Momodora, warum nimmt er das nicht? Nicht in Reverie? Reverie, danke. Man wurde in einem Game mit der Vogelreiter-Zeremonie zugespannt, bis man sie gemacht hatte. Hm. Aber nicht im Remake, oder? Ich habe nur das Remake tatsächlich gespielt, auf der Switch. Ich habe das Original nie gespielt, weil ich nie nur Wii damals besessen habe, selber. Und ich die Wii-Steuerung auch mehr hasse als mein Leben. Dementsprechend kann ich dazu nichts sagen. Deswegen fand ich Phy auch nie so nervig, weil sie ja durchaus entnervt wurde für das Remake. Sie meldet sich ja doch nur noch in einem Bruchteil der Momente. So. Jetzt aber. Remake weiß ich nicht, aber damals hat es gefühlt jeder erwähnt, den man angesprochen hat. Oh Gott, ja. Vielleicht war es auch so und ich habe es einfach nicht so empfunden. I don't know. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht, ne? Steuerung? Weiß ich nicht. Kämpfen? Kann ich nicht. Wohin müssen wir? Keine Ahnung. Sehen wir dann einfach gleich. Warte, ich mache mal die Musik aus. Die macht mich heute alle bekloppt. Also positiv, ne? Aber trotzdem. Spiel starten wäre praktisch. Und Bildschirm wechseln wäre auch praktisch. Und hier tatsächlich auch ein Spiel einstellen und raus tappen läuft. Wäre auch praktisch. Und das Spiel ist weg. Ah. Das Spiel ist nicht mehr in meiner Liste. Ihr seht es, aber ich nicht. Ähm. Ähm. Spannend. Wie soll ich das Spiel spielen, wenn ich es nicht anklicken kann? Geht das so? Ich noch mal starte. Letztes Mal hatten wir das Problem auch. Ja. Super weird. So. Ich habe keine Ahnung mehr. Slot 2 anscheinend. Ihre Spielzeit 4 Stunden. Ach ja. Ja. Okay. Oh Gott. Ach ja, stimmt. Die Vögel taten uns ja nichts. Das war das Einzige, was uns nichts tat. Was haben wir denn noch? Und was können wir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und warum juckt mein Auge jetzt? So. Wir können aber jederzeit weiter labern. Das ist ein Spiel, was jetzt storymäßig übersichtlich ist. Also, nur weil ich jetzt spiele, heißt es nicht, dass ich nichts mitkriege. So, ich glaube, hier heilt man sich. Ja, genau. Hier wechsle ich die Items, die ich als Dingens habe. Habe ich nur zwei Items? Eigentlich drei Items. Katzensphäre. Kann man dann wechseln. Warum macht er das denn nicht? Nicht dumm? Ah, da war sie doch gerade. Ne. Okay. Genau, wir können uns mittlerweile in eine Katze verwandeln. Das Spiel ist ein bisschen laut, ne? War das letzte Mal auch so laut? Das ist ja richtig laut. Das dröhnt ja richtig. Warum ist denn das Spiel so laut? Hä? Wart mal eben. Das geht ja nicht. Ihr braucht eure Ohren ja noch. Ähm. War das letztes Mal auch so krass? So. Das dröhnt ja immer noch so. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt Sachen benutze, ist das okay so vom Sound? Oder ist das Aua? Oder ist das jetzt zu leise? Weil vom Ausschlag bei OBS war das gerade richtig krass im gelben Bereich bei den einfachsten Sounds. Das geht ja nicht. Wenn ich jetzt hier so vor mich hinkämpfe, geht das? Wart mal so zwei, drei Leute ab? Ding dong 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 dong. Geht das so verglichen zu mir? Gucken wir mal, ne? Die Glocken klingen. So. Gut. Ähm. Passt. Okay. Gut. Aber das war ja gerade doch ein bisschen lauti, ne? So. Ich muss mal kurz gucken, was wir noch alles haben. Was ist das? Triebe Perle Passiv verleiht deinen Pfeilen Gifteigenschaften. Oh ja. Das hat uns nur minimal den Arsch gerettet letztes Mal. Feenträne Passiv erhöht die Resistenz gegen Statusveränderung. Auch ganz nett. Was hätten wir noch theoretisch? Kann ich so nicht. Muss ich so. Magnetstein zieht Money-Sterne an. Ist nicht so wichtig. Unreine Flasche stellt HP her, wenn der Nutzer vergiftet ist. Könnte noch relevant werden, wenn wir da vielleicht noch mal ein Dingens finden. Ein Gegner, der hart mit Gift arbeitet. Ring von Kandor lässt ein Geräusch statt Tönen, wenn ein Geheimnis mit Doppel-S in der Nähe ist. Roter Ring stellt eine kleine Menge HP pro Tötung wieder her, aber Feinde lassen kein Geld mehr fallen. Kette der Opferung erhöht Angriff bei niedriger Gesundheit um 100%. Stern-Talisman manchmal lassen Feinde doppelt so viel Geld fallen. Alles nicht so relevant. Das macht noch mal erhöht kurzzeitig dann Angriff um 50%. Genau. So. Aber auch einfach nichts mehr. Wenn ich jetzt aber speichere, dann müsste das ja wieder da sein, ne? Warte. Ich verwandle mich mal eben zurück. Meistens sind wir doch als Mädchen-slash-Frau unterwegs. Wie bete ich noch mal? Speichern. So. Jetzt haben wir auch wieder voll. Okay. Gut. So. Ich weiß nicht mehr, was wir können. Die dashen wir denn noch mal? Ah, okay. Mit rechts. Okay. Gut. Sorry. Ich muss ja erst mal wieder reinkommen. Musik kommt auch wieder. Aber ist nicht überall. Manchmal ist nur Atmo. Muss ich hier überhaupt hin? Warte mal, warte mal, warte mal. Warum bin ich eigentlich hier? Ne, ne, ne. Ich bin... Ich muss hier links, ne? Wo sieht man noch mal die Karte? Äh... Hier. Nee, rechts und dann hoch. Da müssen wir rein, glaube ich. Weil wir haben jetzt alle Talisman... Oder dieses Wappen. Wir haben dieses Wappen jetzt zusammen und deswegen können wir jetzt was öffnen. Ist doch rechts und dann hoch. War doch richtig. Okay. Nicht, dass ich da... Ne? Erst mal wieder Orientierung und so. Ja. So. Klatsch. Bums. So. Da war das doch hier. Noch hoch. Noch höher. Hoch und höher. Okay. Hier war das. Und hier können wir nämlich jetzt rein. So. Warum? So. Nett. So. Genau. Und hier haben wir letztes Mal gespeichert gehabt. Beziehungsweise abgebrochen. Weil wir uns dachten, hier sind so pulsierende Eier. Wir sind schon lange dran. Reicht jetzt auch für heute, ne? Hi. Oh, oh. Oh, oh. Wer bist du? Nicht kaputt machen. Okay. 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 Wir beten auch direkt. Dann sind wir nämlich einmal hier weggespeichert. So. Das kommt jetzt ein neues Terrain, deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig. Man weiß ja nie. Hallo. Nett. Trifft das? Trifft das? Trifft das? Trifft das? Okay. Einfach drauf. Das ist eine bessere Variante. Ich sehe schon. Knochen bleiben. Okay. Sie gehen weg. Oh. Huch. Hallo. Da kommt irgendwas oben rechts runter. Was ist das? Du hast ein Lebensfragment gefunden. Deine HP wurden erhöht. Finde ich gut. Was seid ihr? Well. Was seid ihr denn? Well. Alles neue Gegnertypen direkt. Fängt gut an. Ach, diese Eier, ne? Also ich mag Eier, ne? Aber eher so in der Pfanne. Bist du? Das hinterlässt Kram. Also ist es bestimmt... Mein Geld können wir immer gebrauchen. Wir haben gerade so alles ausgegeben, was wir hatten. Für die Giftpfeile. Können wir die kaputt machen? Nein. Was kommt aus diesen Eiern raus? Das macht mir richtig... Richtig Bauchweh, ey. Die Viecher greifen mich nicht wirklich an. Rührer oder Spiegeleier? Oh, beides lecker. So. Wie gesagt, erstmal wieder reinkommen. Unten ging es aber auch noch lang, ne? Ja. Gucken wir erstmal, was hier ist. Bevor wir hochgehen. Das ist eine geschlossene Tür. Komme ich nicht durch? Doch. So. So. Katzenalarm. Ähm... So. Diese Gebäude ist verdorben. Eins war so ein Haus, das die schönste Kunst präsentierte, aber jetzt ist ein Hort voller Ungestall mit dem Untergang geweint. Ich bin froh, dass du uns gefunden hast. Wir verstecken uns schon seit vielen Monaten komplett alleine. Der Tod könnte... Der Tod schreibt mit D, mit D, mit D, mit D, wie Dora. Der Tod könnte jeden Tag kommen. Jede Minute. Keiner von uns weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Das ist der Grund, warum wir jeden Tag so genießen, als wäre er unser letzter. Ohne Netflix? Wer bist du? Jemand aus den südlichen Provinzen? Du hast eine einzigartige Aura um dich herum. Bitte. Bleib hier bei uns. Es ist viel sicherer hier. Obwohl, es scheint, als würdest du hier zurechtkommen. Hm. Gulb. Aha. Secret? Not very secret. Und kaputtes Gemälde. Immer eine super Idee. Ob ich jetzt nur die Musik umgestellt oder... Okay. Wieder diese Aktivisten zugeschlagen. Ja. Alle Gemälde, die von Aktivisten irgendwie beschmiert wurden, sind ja hinter Glas. Ja. Ich hoffe, das wisst ihr alle. Kam ja auch nicht zu Schaden. Geht ja eher um... Um... Die Symbolik. Ich bleib halt hier stehen. Mich interessiert hat, ob irgendwas passiert. Wir einfach in dem Raum bleiben? Das ist ganz nett, ne? Ich hab mit dem Elodie jetzt ganz angehört. Können wir hier bleiben? Krieg ich jetzt was? Hallo? Hallo? Anscheinend nicht. Ja, dann halt. Nicht. Auch als Katze komm ich dann irgendwo durch. Okay. Kommen wir jetzt auch vor allem nicht zurück. Nee. Ähm. So. Hm. Sehr schöne Musik. Ja, ja, ja. Könnt ihr bitte gehen? Tut ihr mir eigentlich weh? Ja. Dumme Frage. Dumme Frage. Aber ich hatte das Gefühl, die hatten mich berührt und ich hatte keinen Schaden genommen. Ich wollte, just in case, you know, hätte sein können, dass es nette Gegner sind. Die mir nur Geld geben. Aber nicht Aua machen. Äh. Was machst du denn? Äh. Er dreht jetzt wie wild. Okay. Gut. Haha. Kaputt seid ihr. Oh Gott. Erstmal nach links. Sieht gut aus. Oh. Das sieht nicht gut aus. Äh. Äh. Okay. Okay, die Gemälde greifen mich an. Sonst ist alles in Ordnung. Äh. Scheiß Mimik. Mit doll Aua gemacht. Aber money, 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 money. Mmh. Money, money, money. So. Ähm. Nein. So. Mal heilen, ey. Uff. Direkt noch mal heilen, befürchte ich. So. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Gar nicht. Komme ich wahrscheinlich nur runter, wenn ich da oben runterfalle, ne? Ich habe ja kein Ding ins Sprung, glaube ich. Ich glaube, ich kann keine Wall-Jump. Nein. Okay. Und unrealistisch. Die Sklöte fragen gar nicht nach deinen Höschen. Okay, Gegner. Okay. Okay. Erstmal unten lang. Hallo. Erstmal bimmeln. Was hast du denn zu verkaufen? Warum hängt denn da dir ein Bild von Bill Cypher? Er kann nicht mehr hilflich sein. Wenn ich da tüste, du. Ähm. Ruft schützende dunkle Zauberei herbei. Nett. Schnelle Pfeile. Erhöht die Pfeilgeschwindigkeit. Drastisch. Ja, wir haben schon ziemlich geile Pfeile. Oder das hier finde ich nett. Komm. Warum nicht? Wie benutzen wir das jetzt? Können wir ja statt dem ja erstmal nehmen. Violetter Geist. Mal gucken. Dankeschön, Dex, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich weiß nicht, wo du nochmal wohnst, aber ich bin nächste Woche Sonntag wahrscheinlich beim DEF-Stammtisch in Köln. Falls du da auch sein solltest. Gehör ich da hin? Nö. Egal. Gute Nacht, Liebes. So. Von hier aus komme ich da natürlich auch nicht hoch. So, dann versuche ich nochmal da hoch zu kommen. So. Geht doch. War nicht der Plan, aber es klappt sicher bald wieder irgendwie. Bestimmt. Gut. So. Mehr HP heißt mehr HP heißt mehr HP. Habe ich von Funk gelernt? Das muss stimmen. So. Gespeichert. Musik ist sehr schön, finde ich gerade übrigens. Sehr, sehr schön. Wird auch Verkampfwaffen? Nein, ich will noch mein Geld. Nein. Mein Geld. Ich habe gerade was zu tun, liebes Gemälde. Gemälde darf auch gerne Nummer ziehen. Also ich habe, ne? Ich bin busy. Gehe wir erstmal direkt links. Äh. Okay, ja. Die Sachen kaputt machen. Gar nicht so einfach. Geht das kaputt? Geht das hier kaputt? Überlebe ich das hier? Okay, easy. Okay. Jetzt haben wir direkt hintereinander Leben bekommen. Nehme ich, ne? Okay, es sah nur wild aus. Aber es war irgendwie gar nicht wild. Ich würde vielleicht mal diesen Geist benutzen. Das interessiert mich. Ah, kann ich auch nur dreimal. Okay. Ah, das ist dann so dauerhaft da. Interessant. Das kümmert sich dann auch so ein bisschen um die Viecher um einen rum. Der hält nicht so lange, aber ja, interessant. Nice to have, I guess. Und mein Manni. Und mein... Naja, never mind. Einen will ich nicht runterspringen, dann respawnt hier wieder alles. Ich kenne doch. Das ist mit diesen Eiern. Das macht mir Sorgen mit dem Endgegenern. Ja, ja, komm. Du kannst schießen, Bruder. Du wirst nicht gesandt? Wie fies. Okay, never mind. Dreh dich um, dann wirst du auch nicht getroffen. Ja. Ja, ja. Erstmal ein bisschen erkunden hier. Ja, das lief nicht so gut. Du hast erst mal zu scherben. Ich glaube, du respawnst nicht sofort wieder, wenn irgendwas hochfährt. Ach komm, ich gehe auch erst mal nach links. Erstmal gucken. Okay. Wild. Komm her. Sieht einfach aus wie eine Mischung aus Moussi und Snobili-Cut, oder? Was ist jetzt hier? Du hast einen Elfenbeinkäfer gefunden. 6 von 20. Eie ja, so viele haben wir da leider irgendwie nicht gefunden. Obwohl wir gefühlt alles angeguckt haben. Ich weiß auch nicht. Ähm. So, was ist rechts? Hoch können wir immer noch gleich. Oh, was? Wie? Wo? Warum bin ich da runtergefallen? Hat sich der Boden vielleicht aufgelöst? Kann das sein? Hm, toll. So, willst du, wir gehen mal rechts. Was waren bisher die Endgegner? War ein Huhn realistisch? Eher weniger. Wir hatten hauptsächlich Leute, gegen die wir gekämpft haben. Wo ich jetzt bin. Hey. Well, zu weit. Well, zu weit. Und sonst so? Ich habe jetzt so gut gemeint. Ich habe jetzt so gut gemeint. So. Ähm. Egal. Dann fallen wir da nämlich gleich erstmal nicht runter. So. So belassend ist, dass man jetzt auch wieder Geld sammeln muss. Bup. So. Boing. Muss wir das wieder machen? Mhm. Haben wir auch. Gut. Mhm. Das geht ja eigentlich ganz gut. Okay. Woran erinnert mich die Viecher? Ich weiß ja, irgendwas erinnert die mich. Mein Geld. So. Wir brauchen das Geld. Es gibt uns Sachen, die wir durchaus gut gebrauchen haben. Ich glaube, der Sound, den diese komischen Lila Viecher machen, erinnert mich komischerweise so, als würde ich irgendwie die kleinen Nooks aus Animal Crossing hauen oder so. Was sagt das über mich aus, ne? Ah. Ich wollte doch gerade springen. Geh nicht. Weißt du nicht? Irgendwie woanders? Danke. Gucken wir mir auch so traurig. Wie hier, ähm, Nepp und Schlepp. Links hatten wir schon abgehandelt. Genau. Müssen wir jetzt auch nochmal machen, leider. So ist das halt, wer heute stirbt. Was heißt denn das da unten links? Guck mal. Oben unten links. Oben unten rechts. Das ist ja kein Zufall, oder? Dass das da steht. Holt mein Kugelschreiber. Oben. Unten links. Oben unten rechts. Vielleicht ist es auch gar nichts. Vielleicht ist es nur Deko. Aber. Cool aus. Äh. Ich pack meine Katze in die an. So. Nur für den Sticker, den wir eh nicht brauchen. Egal. Geht ums Prinzip. Ich gehe halt jetzt erst hier hoch, oder auch nicht? Aua. Aua. Monsieur. Ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube ja nicht. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. So. Das macht doch ganz schön Damage. So. Die leuchten schon. Da ist noch was drin für die Katze. So. So, noch einen Sticker gefunden. Also, Sticker nicht, aber ihr wisst. Was hat sich denn da jetzt gegeben? Das ist ja nur der Gegner gewesen. Hm. Hm. Mal beten. So ein bisschen gedöhnt hier. Ja, der hat trotzdem getroffen worden. Ah, ich wollte nicht wieder runterfallen. Ich meine, natürlich, klar. Easy, ich wollte da runter. Nochmal, um zu gucken, wo wir gerade gestorben sind, um das jetzt besser zu machen. Gibt's auch gar kein Geld, ne? Scheiß Viecher. Scheiß Gemälde. Voll häselig. Gibt nicht Geld. Okay. Muss ich hier komplett runter? Hm. Das gibt jetzt Geld? Okay, das war ein hübscheres Gemälde. Das hat mehr Geld erzielt. Oh, hallo. Ja, 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 komm. Einfach drauf. Einfach drauf. Komm ich auch nicht dran, ne? Heilen wir gut. Okay. Weh. Na, nicht der ist schon wieder ein. Weh. Einfach drauf. Einfach drauf. Nein. Ne, ne. Hier wird nicht diskutiert. Was ist das für ein Scheißraum? Was ist das für ein Scheißraum? Was ist da oben überhaupt? Was ist da oben? Kann man da runterfallen? Kann man da durch? Guck mal, die Map bewegt sich ein bisschen, ne? Was sagt denn die Map Map? Map Map sagt, man kann hier runterfallen. Irgendwie. Na ja. Bin ich hier? Wo ist das? Waren wir schon? Ne. Kann runter oder links wieder rein? Okay. Ey. Äh. Äh. Hallo. Geh doch. Au. Scheiß Viecher. Guck mal. Guck mal. Kann ich hier was öffnen? Nö. Das wäre irgendwie eine Truhe oder so? Nope. Hm. Curiouser und Curiouser, ne? Guck mal. Okay. Das ist doch in der Po auch ein Arschlochbild. Oh, hi. Muss ich jetzt hier runter? Äh. Da vorne irgendwo noch eine Bimmel? Ach, da wäre eine Bimmel gewesen. Dann sollte ich vielleicht mal zwischendurch bimmeln, wa? Besser is it für mich. Das müssen wir alles wieder... Ah, da können wir aufmachen. Perfekt. Ich weiß nie genau, wann es speichert, wenn ich bete oder wenn ich gegen haue. Ich check's nicht so ganz. So. Aber trotzdem nicht mehr oben, ne? Das ist jetzt nur nicht, was ich da getan hatte. Naja, egal. Wir kommen da wieder hin. Au, Mann. Wir haben einen langen Rüssel-Schnabel-Gedöns. Pass auf. Nein. Okay. Das ist hier können wir nur runter. Nett. Aha. Oh, oder so. Man könnte ja nochmal ein paar... Money? Money? Äh. Können wir stehen bleiben und Money bekommen? Naja. Geht so. Wo sind wir jetzt? Ah ja, okay. Egal, dass wir jetzt nicht mehr da oben sind. Naja. Nichts, wie es ist. Fällt's runter? Nein. Sehr gut. Oben ist bestimmt nicht so viel wie... Ach, da kann ich nicht durch. Ey. Okay. Aha. Vielleicht ist es doch gut, dass wir hingegangen sind. Das ist offen. Ah. Hui. Au. Oh, uff. schon outie. Und ein bisschen outie. Wo ist es so nach Bossraum aus? Ja, gleich, ne? Ich denke, es ist auch eine Bündel irgendwo dann her. Ach, das kann man kaputt machen. Ja, hätte man wissen können, ne? Naja. So, jetzt haben wir... Ja, das Ei lohnt nicht. Das Ei lohnt nicht. Ah, hier bin ich jetzt wieder. Okay. Nein, hör auf. Ey, ich weiß nicht, wie die mich kriegen. So. Ähm. Das ist jetzt offen. Das ist gut. Aber es sieht ultra nach einem Bossraum da aus. Das heißt, ich würde erstmal nach oben gehen. Und da gucken. Warum, wenn ich hier durchlaufe, dürfte ich nicht so viel Schaden nehmen, ne? Ich würde den ja probieren, ne? Warum ist denn die Dinge jetzt wieder da? Versuchen wir mal. Komm. Ihr wollt ja was sehen, ne? Hui, hui, Flut. He, 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 he. Ach, scheiße. Was war einmal getroffen? Mist. Mist. Kein Bock, in seine Nähe zu kommen. Ich möchte dich nochmal erwischt werden. Hätte ich gerade auch einfach machen sollen, bevor man nicht mehr viel gesehen hat. Aber, war es schlau? Nein. Aber wir sind fast full health. Das wird happy dying, ne? Hi. Und du bist also diejenige, die mit Fennel gekämpft hat. Kehrt um, Fremde. Heroheit will nicht unterbrochen werden. Solche Unverschämtheit. Magnolia. Magnolia? Äh, äh. Können wir nicht? Das ist voll unfair. Braucht! Oh. Ey, ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Heilen dauert nun leider auch ein bisschen. Ah, feile gehen wir ja nicht, ey. er zu den luft ja okay okay selbst wenn die nur roll tut mir das weh machen erstmal gegner lernen wird beim ersten mal sowieso nix aua ja entschuldigung das berühren ja auch weh tut ja auch keine heilheit ist mehr nicht schön nicht schön ist ja total nice richtig nice total nice 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 nicht ohne machbar durchaus aber nicht ohne könnte gleich noch warte den angriff erhöhen das ist bestimmt hilfreich ich meine fast ja habe ich den scheiß verarschen das machen wir nicht sich gar nicht ein wir wollen fuhl erster hatte das gg schon ja fast noch mal möchte nicht angedeutscht da rein muss ja nicht ich habe gesagt ich will dafür wieder um und sonst was hat es so gemacht ja es immer hin und her und hin und her so warte ich jetzt ist ab das scheißvieh ja so problem ist der sieht mich gleich aha und hier kannst du mir nichts egal wie low das ist so erhalten wir einen schlag mehr aus so ja sollte ich nicht direkt nehmen wir machen ich verstehe das lief gerade besser ähm ja bin ich so schnell wie ich aussehen das war fast gut ja das war auch nicht so nicht schlau von mir das ok das habe ich verdient das war mit du bist du kriegner der wind stand schlecht oder so ja 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 ich hatte gar keine chance gar keine chance Ein mega OP und so. So, irgendwo muss man das ja machen. Ah, scheiße Pfeile, ey. Oh Gott, hier auf den Sack, ey. Ja, du mit deinem Kackpfeil, ne? Meieieie, tut auch zwischendurch echt weh, ne? Ach, warte, Taste. Ja, scheiße, ich wollte mich gerade heilen, ging nicht mehr. Wurde einmal deschen und habe nicht gedescht. Fehler. Ärgerlich. So, erst auf den Kopf warten. Sonst kommt er nach der Höhe, ey. Es geht schon besser. Ich bin immer beeindruckt, wie ich beim ersten Mal so lange durchgehalten habe. So. Die Haare lagen auch nicht richtig. Äh, komm, jetzt bleib mal hier nicht sexistisch. So. Ich bin auch nicht so gut, ey. Komm, ja, genau. Ja. Au, mach noch, ey. Wann macht ihr das dreimal hintereinander? Das ist neu, das ist gemein. Don't change your fucking pattern. Ja. Okay, übertreib halt. Übertreib halt. Ja, okay. Okay. Komm, mach. Schieß. Das darf mich hier echt nicht treffen, ey. Das darf ich echt nicht treffen. Auf zum Ballern. Pissen, Ecke. So. Ja, roll dich halt in mich rein. Ist okay. Ist schön, dass es mir jetzt Schaden macht. So. Weil, das bringt leider nichts bei ihr. Ah. 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 Übertreib halt. Hm. Mann. Damit kann ich nicht arbeiten. Ach, shit, ey. Krieg dir nicht hart. Die olle Zippe. Hm. Mann, die ist echt hartnäckig. Und diese doofe scheiß Bogenschütze. Er wird ja rechts nicht schon nerven. Mann. Wenn der Boss-Weg nicht so weit wäre, wäre das doch alles nicht so nervig. Oh, trifft doch mal. Ja. So. 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 ja beide halt direkt ja ist okay, ich stehe halt in mir drin, ist in Ordnung ja, wie ich auch mal einen Doppelsprung machen muss sonst komme ich über sie mit ihren Fuck-Hörnern nicht rüber und berührt dann ihre Hörner und das macht schaden okay, das ist näger Aua. Au. Ich check gar nicht. Manchmal muss die halt das mega aufladen, manchmal halt so gar nicht, ne? Boah, roll ich halt hier nicht rein, ey. Doofe Nut... Boah, dass sie halt sich in mich reinrollt und in mir zum Stehen kommt, ist halt supernervig. Da kann ich halt nicht viel gegen machen, ey. So. Was? Wie soll ich die alle Zippel denn kriegen? Willst du dich verarschen? Ach so! Ach so! Ja, cool! Ich hab einfach nix mehr zu heilen. Läuft bei euch. Ey, was? Okay, okay. Na ja, ist okay. Spawn in mir drin. Ist in Ordnung. Ist klar. Ist kein Problem. Ah, okay. Du kannst weh, sonst. Du hast keine Rüstung. Hehe. Ist mir jetzt völlig egal. Wenn die immer in mir spawnt. Ja, richtig. Aber jetzt bin ich vergiftet? Ich will sich verarschen. Ich bin eigentlich geschützt wegen Gift, aber ist okay. Ist mir egal, wie low ich das jetzt spiele. Ist mir egal. Ich bin auch vergiftet. You gonna play this game? Okay. In your fucking face. Kann ich auch. Zippe. Zippe, ey. Mit dem halben Halsbar hab ich das gemacht. Ich kenne deine Art. Genau mit dir, Ordensschwester, stehst du unserer Königin im Weg. Wer blendet vom Glauben? Die Königin würde uns nie verletzen. Ist mir egal, dass ich das jetzt mit Pfeilen gemacht habe. Ich fand das sehr unfair. Also kann ich auch unfair. Mhm. Ich trage halt eine Rüstung, wenn du nicht getroffen werden willst von Pfeilen. Aha. 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 Ich kenne mich einfach so. Was genau kriege ich jetzt dafür? Das sieht nicht. Nein. Na, da gehe ich nicht rein, bevor ich speichere. Da könnt ihr euch knicken. Nein, nein, nein. Da wabert ja das Unglück. Warum sind denn jetzt hier Eier? Gerade noch rechtzeitig. Gerade noch rechtzeitig auf was? Ist am besten noch sterben auf dem Weg zum Speicherpunkt, weißt du? Ich kann mich nicht mehr heilen. Ich würde jetzt sehr ungern sterben. So. Nicht da reinspringen. Nicht da reinspringen. Du. Wie er ist so süß? Oh, das wird knapp. Ich möchte sehr dringend speichern. Ach Gott sei Dank. Klasse zwei ohne speichern und Diabo. Oder Diabo. Okay. Auch nicht besser. Okay. So. Wir gucken uns jetzt an, was da hinter dem Raum läuft, ne? Muss ja nicht mehr ganz so vorsichtig sein. Obwohl, ja, wenn der Boss kommt, vielleicht schon, ne? Wenn der Boss hinterher kommt, vielleicht schon. Für die Ex meine ich. Ich habe natürlich genau aufgepasst. Mhm. Ich habe Angst, was jetzt da vorne kommt. Das sieht so aus, als wäre, ging es hier weiter, ne? Oh, das gefällt mir. Ich wäre lieber gerne nach oben. Er ist nach oben gegangen. Wollen wir gucken, was oben ist? Wir haben oben noch nicht erkundet, ne? Also klar, ganz oben links. Das sieht hier so Endgame-mäßig aus. Oh, das ist ein Bömmel. Hätte ich gar nicht zurückgemusst. Nett hier. Ja, jetzt schon ins Schloss zu gehen ist irgendwie doof. Dann gucke ich tatsächlich erst. Kann ich mich teleportieren? Äh, äh, ja, weiß ich doch nicht, wo das ist. Äh, das ist immer so königliche Pinakothek. Wo ist das? Hat das geholfen? Irgendwie nicht, ne? Ne. Nicht wirklich. Es ist doof, dass man sich nicht überall hinporten kann, finde ich. Ach ja, da war ja was. Äh, äh, äh. Zu viele. Ich renne da jetzt durch, ist mir egal. So, ich kann ja nicht leveln, also ist es wurscht. So. So. Weil das sieht halt aus wie nach dem nächsten Areal und ich würde das hier gerne einigermaßen beenden. So. Ihr versteht das hoffentlich. Wir müssen jetzt also so alles machen. Wo muss ich hin? Rechts, rechts hoch. Ja, 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 scheiß Vieh. Kackvieh. Ja, geh runter. Bimmel. Ne, passt schon. Nur bimmeln. Nur bimmeln. Nein, nur bimmeln. Lass mich hoch. Lass mich pimmeln bimmeln. So. Aber hier ist die Musik auch wieder schöner. Das ist für uns alles schöner. Ich mag das mit den Gemälden. Das ist ein nicer touch. Ich stehe auf sowas. Äh, wahrscheinlich noch höher, ne? Oben, links. Okay, ja. Ach, scheiß Vieh. Oh, Manni. Ah, ja, ich versuche doch nur da hochzukommen. Weißt du was? Leck mich doch. Wenn sich so ein, wenn sich so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Schütze quasi hinter, hinter so einem Tank versteckt. Das ist voll unfair. Fär ist das. Tell me you. So. So, hier ging es jetzt nämlich weiter. Oben links. Theoretisch müsste das offen sein? Ne, Junge. Nein. Du kommst jetzt runter und wir haben jetzt mal ein ganz enges Gespräch. So. Kann ich mich jetzt in die Katze? Äh, Katzensphäre. So. Weil, ich weiß, ob ich als Mensch dadurch passe. Ja, ich passe als Mensch dadurch, ich bin nur doof. Never mind. Ich hab's vorhin einfach nicht gesehen, dass ich das da aufgemacht hab. Ich glaube, weil es auch so langsam aufgegangen ist, wahrscheinlich. Oh. Hä? Böses Gemälde. Könnte dich jetzt kaputt machen, aber dauert, ne? Aber vielleicht krieg ich ja irgendwas. Geld. Geld nehmen wir auch. Geld so komplett weg. Okay. Doch kein Geld. Well. Okay. Chill. Okay. Money. Mhm. Was bist du denn? Der Schädel scheint zu lachen. Cool. 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 Schön. Schön, dass der Schädel Spaß hat. Wahrscheinlich bringt das auch eine Katze nix, ne? Ne. Hauptsache, die Musik muss nicht laufen, wenn ich zum Schädel renne. Das halte ich nämlich für wahnsinnig unwahrscheinlich, dass man das schafft. Ah, was ist hier? Oh Gott. Was sind wir denn hier? Das ist neu. Okay. Kein Problem. Au. Unfair. Nein, nicht Katze. Entschuldigung. Heilen. Ja, war mir schon klar, dass du mich attackst. Attackst. Normales deutsches Wort. Attackst. Ah, hier sind wir. Schwarzes Päckchen erhalten. Wer kriegt das? Ähm. Stimmt. Schass. Achso, okay. Erhöht die Angriffskraft gewaltig, kann den Trägerbauch verletzen. Toll. Ein Päckchen, das an der Brust angebracht werden kann. Sein Geruch löst eventuell plötzlich ihre Raserei aus. Wundervoll. Schön. Hat sich ja gelohnt. Egal, wir müssen vor allem... Ah, die... Ja, ich hab dich... Vergessen. Egal. Hab ich mich nur zu Tode erschreckt. Hm. So, da oben geht's leider nochmal hoch. Aber ein der zwei Wege haben wir wenigstens gemacht. So. Moin. Wofür haben wir von der Karte eigentlich aufen? 78 Prozent. Okay. So, nochmal. Nochmal. So. Moin. Au. Ich dachte, du triffst mich nicht. Scheiße. Nein, aber meint. Ist nie so wild. Sound und so alles gut gewesen mittlerweile? Nicht zu laut, nicht zu leise, bla bla bla. Alles will mich die Tode sehen. Ich sehe jetzt schon. Ja, so. Was machst du da? Oh. So, wurde trotzdem getroffen, war trotzdem eine schönere Genutung. Hallo, Noah. Komm rein, du fällst. Ich fällst gar nicht. Bin ich halbtot. Hab eh spät. Bis wann muss er noch? So. Hier haben wir abgehakt. Dann müssen wir rechts, rechts hoch. Das klappt ja letztes Mal nicht so. Boah, ey. Sterb doch mal. 22,15. Ist ja nicht mehr so lang, Gott sei Dank. So, das fällt runter. Wir ändern uns. Süßes Bild. Süßes, süßes Bild. Öhö. Au. Öhö, sagt sie. Stirbt. So, schnell gegenheilen. Ich hasse Spätdienst. Ja, ich weiß. Aber mit mir ist der Spätdienst. Super. Glaub mir. Total. Hier ist auch was zum Sammeln. Okay. Ähm, warte. Versiegelten Wind erhalten. Aha. Warte, das ist du. Schwert Windmagie herauf. Eine hölzerne Box, in der heilige Kraft, äh, in der heilige Zauber gehalten werden, enthält starken Wind. Oh, okay. Die Substanz, die aus der Leere, unbekannte Substanz, die aus der Leere tropft. Ihh. Als die Bewohner von Kars verflucht wurden, fielen sie in einen, in einen, einen Übergangszustand. Sie waren weder tot, noch waren sie am Leben. Das sagt mir alles über den Zauber auch, ne? Okay, also wir haben eine Windmagie bekommen, hier unten. Okay. Hier oben, meine ich. Nein, 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 nein. Oh, wie mies. Nein, nicht wieder runterfallen. Nein, 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 nein. Ja, ich wollte ihn. Ja, immerhin geht's noch. Es ist tatsächlich eigentlich sogar der richtige Weg. Ja, natürlich. Einmal mussten wir es abkriegen. Oh, er will sich verarschen. Ich kann nicht auf alles gleichzeitig. Junge. Mann. Das macht mir ja mehr zu schaffen, als der Endgegner. Also nicht Endgegner, aber Zwischenboss. Belastend. So. Schwell doch nur wieder zu meiner Tröter hier. So. Wäh. Reicht jetzt auch. Reicht jetzt auch. Ja, einmal ist okay. Dafür muss ich mich darum nicht kümmern. So, wo muss ich hin? Runter. Dann kurz links bummeln. So. Kurz bimmeln. So. Und dann können wir durch. Ja, jetzt geht's weiter. Kinders, jetzt geht's weiter. Ich will doch nicht, ey. Wenn ich mir das so angucke. Weißt du, wie oft bin ich diesen Weg gegangen? Wie oft? Wie oft? Hauptsache der Kampf kommt nicht nochmal. Der war wirklich anstrengend. Das sieht auch richtig, richtig gemütlich aus hier. Mit diesem wabernden Mellus-Gedöns. So. Hier bieten wir. Okay. Speichern. Wo wollen wir hin? Können wir auch nach rechts. Wir können auch nach rechts. Oder auch nicht. Weil die Zugburg ja oben ist. Never mind. Wenn man denkt, man hat eine Wale. Aber man hat gar keine. Okay. Hier ist es ja gar nicht düster, Gott sei Dank. Kann das vier ab und mittel weiter nach links gehen? Ne, würde ich auch nicht. So. Gut, das ist so gut. Ach ja. Unter Wasserlevel, das ist immer sehr gut. Großer Fan. Ja. Lauf gut. Das ist ein guter Anfang. Ein wunderschönes Wasserlevel. Ich dachte, es sind zwei. Ich wollte gerade sein. Äh, äh, äh. Kannst du noch nicht? Ne, komm, bleib immer mal ein Passado. Muss ich nicht. Muss ich nicht haben. Seid ihr da unten, ne? Ich könnte nicht, ich könnte nicht schwimmen. Bummelt da irgendwas unten? Ne, ne? Gute Nacht. Castiglia und hallo. Danke. Moin. Nette Gegend. Nett. Das ist ein guter Keller. Du hast ein paar Fahrräder rein. Das ist praktisch. So schön, dass alles, was irgendwie so giftig oder verflucht ist, dieses Pink hat wie ein Zelda. Ich mag das. Ui. Wo sind wir jetzt? Ah ja, jetzt könnte ich links, könnte ich vielleicht die Brücke runterlassen? Hallo? Ja, gleich. Bumm. So, das ist bestimmt die Brücke unten. Ja. So. Hi. Katze. Miau. Willkommen im Schloss Cast, Mensch. Dieses schwarze Kleid. Eine aufopfernde Maid aus Lund, nehme ich an. Miau. Eventuell sind selbst deine Methoden nicht gut genug, um uns zu retten. Um diesen Fluch wahrlich zu bannen, brauchst du vielleicht einen besonderen Segen. Miau. Toll. Sehr ermunternd. Ich gehe gleich kurz nach links, nachdem ich ganz wild auf meinem Tattoo rumgewummelt habe, weil es juckt wie Hacke. Mein Rücken juckt. Kann das bitte schneller heilen? Danke. So, ich gehe mal ganz kurz speichern. Wir wollen das ja nicht nochmal machen, ne? Bumm. Wir haben 288 Mupsels. Nice. Wie lange geht es von der Karte? 81%. Ja, ein bisschen to go, ne? Da ist noch ein bisschen Karte to go. Oh, äh. Oh, ja. Äh. Äh. Arschloch. Oh, ey, nerv ich nicht. Zu allen Seiten kommen wir jetzt, ey. Es Vieh. Und dann noch einer? Geht er weiter nach rechts? Ja. Hm. Gehen wir erstmal hoch. Alles respawnt hier in diesem Kack-Hauf. Kack-Haus. So. Tschüss Katze. Oder so. Alles. Haua. Steht bald da unten. Genau. Katzen Lady. Katzen Lady mal anders, ey. Äh. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Oh, nö. Nicht du. Auch noch. Stirb. Danke. Viecher, die einfach so auftauchen, ey. Frisch aus der Hölle. Aber da unten ist was. Oh, wie soll ich denn da hinkommen? Vielleicht gibt es da später noch einen Boden für den... Ich wollte jetzt nicht unbedingt sterben für so einen Scheiß-Einhorn-Käfer oder was hat das? Ich das versuche nicht, Alter. Das ist jetzt nicht so wild. Oh no. Ui. 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 Okay. Krieg ich nicht weg da oben. Ui. Schnell weg. Hey. Die kann mich gar nicht mehr sehen. Woher weiß sie, wo die den Scheiß-Zauber hin machen muss? Völlig unrealistisch. So, okay. Uff. Was sagst du? Ui. Okay. Alles machbar noch. Alles noch machbar. Worauf noch. Ob irgendwo meine Wand aufgeht. Au. Pisso. Weiß nicht mal, was du bist. Bring runter. So. Wo sind wir? Da wär's auch hoch und rechts gegangen? Wie das denn? Ui. Spannend. Äh. Aha. Ja. Oh, ja. Nehmen wir. Hier waren wir schon? Theoretisch. Wie wär's weitergegangen? Das ist auch nicht so der Verlust, ne? Glaub ich. Dass wir hier nicht weitergegangen sind, sondern hoch. Wir werden ja hier auch sonst nicht... Wir beten mal. Ähm. Wir werden ja auch sonst hier nicht durchgekommen. War schon gut, was wir gemacht haben. Frage. Sollte ich jetzt oben weitermachen? Äh. Ich weiß nicht. Nein, das ist ne Boss-Arena. I'll be back. Ich geh erstmal hoch. Das war definitiv so hart, der Boss-Arena. Mehr Boss-Arena geht gar nicht. Gehen wir gar nicht hoch. Ah, schon muss ich den ganzen anderen Weg wieder gehen. Äh. Blasto. Da muss ich ja da drüber. Hm. Ist ja nicht so schön. Und wie geht's euch so? Hm, 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 hm. Oft zu gähnen, sonst gähne ich auch hier. Geht doch nicht. So. Bist du oben? Ach, die wieder. Okay. So. Was finden wir denn noch da? Schönes oben. Ja, komm. Ja, ja, ja. Quats. Da warst du tot, wa? Doof. Kann man hier weiter nach links? Nein, gut. Aber hier muss ich hoch. Okay. Geh weg. Mal heilen. Man muss ja nicht wieder alles mitnehmen, ne? Ach ja. Hatte. Au. Ey, gerade hat es voll gereicht, da nochmal durchzurennen. Fies. Au. Ähm. Wo muss ich denn da gleich lang? Hier müsste ich hoch. Also da rechts irgendwie hoch. Hand. Woher komme ich denn da hin? Gar nicht von hier aus. Vielleicht komme ich von hier aus auch nicht da hin. Dann hätten wir ja schon eine schöne Retour gemacht hier für nix. Hm. Kann sein. Hm. Mal hier, sagt er ja links, können wir nicht hoch. Da, wo die Olle steht oben. Hm. Kann ich da nicht durch? Nein. Kann ich da auch nicht durch? Durch? Hm. Anscheinend nicht. Befürchte ich. Okay. Es war für nix. Es war für nix. Es war für nix. Wir müssen zum Boss. So. Ich kann gleich weiter runter, weil heilen. So. Hier bin ich schon wieder. Vegetiere auf der Couch. Richtig so. Alles richtig gemacht. Ähm. So. Da brauche ich wahrscheinlich meinen Katzengedöns nicht. Das mit der Windmagie wäre auch nett. Salsam kann man auch erst mal benutzen. Kann ja Gott sei Dank ins Menü in Kämpfen. Er sieht schon sehr schick hier aus. Muss man dazu sagen, ne? Sehr, sehr hübsch das Game. Okay. Noch ist hier kein Boss. Aber das ist ja wohl eine Boss Arena, oder nicht? Die Snelke. Wo bist du? Hm. War es echt nur eine Brücke? Dinge, die ich nicht erwartet habe? Okay. Lange Brücke. Okay. Hier geht's runter. Aber ich glaube, hier geht's nicht rüber, ne? Ich glaube, so weit komme ich nicht mal eben so. Würde ich jetzt eher nicht denken. Geh mal runter erst mal. Ah. So. Ich weiß nicht, was ich bekommen habe. Ich hoffe, wahrscheinlich nur Geld. So, da oben geht's gleich auch noch lang. Okay. Okay. Oh, nehmen wir. Okay. Mehr Leben. Okay, jetzt sind wir hier. Eigentlich nur der Weg zurück gefühlt, ne? Okay. Dann halt wieder die Katze. Äh, scheiße. So. Okay. Okay. Das war... Das heißt, ich soll da rüber? Au. Oh. Echt. Das klappt echt. Wow. Ich hätt's nicht erwartet. Dass das klappt. Okay. Wir gehen erst mal hoch, bevor wir rechts gehen. Ah. Richtiger Friend, ey. Oh Mann, nervt mich nicht. Geh mir die auf den Piss. So. Die sind so niedlich. Ich will die immer töten, aber die töten sonst mich. Kleine Spechtis. Sie ist doch ein Bier. Mimic. Sie sind reich. Wie nice. Dafür müssen wir nicht mal was tun. Ja. Außer uns von dem Specht dödeln lassen. Nein. Falsch. Das System mit dem Heilen und Katze ist ein bisschen auf die doofen Tassen gelegt. Irgendwie. So. Haben wir. Wollte ich jetzt weiter hoch gehen oder weiter nach rechts? I don't know. Ich mach immer das Falsche, hab ich das Gefühl. Ich mach immer das Falsche. Oh. Ist das eine Area? Please no. K-Karl. Bitte. Beende mein Leiden. Ähm. Kann man doch bestimmt noch zusammenflicken. Äh. Wo geht's hier lang? Erstmal bimmeln. Bimmeln ist gut. Und dann können wir immer noch heilen, ne? Äh. Töten. Äh. Passiv Flora erhalten. Oh, ich kann sie nicht mehr. Oh. Ich kann sie tatsächlich nicht mehr. Gute Nacht. Gute Nacht, Luke. Und vielen, vielen lieben Dank, du Nudel. Passiv Flora. So heißt der Puff in Witcher 3. Stellt die AP des Nutzers vollständig wieder her. Okay. Eine seltene Blume. Gepflückt mit einem ausgetrockneten Weißblattpark. Nice. Triemlich gutes Item. Sieht aber so aus, als müsste ich hier sein. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich nicht nach rechts muss. Ich hatte so ein Feeling. Oh, das ist ungünstig, ne? Mann, die bleiben da. Nice. Oh. Voll gut. Geh runter, geh da runter, geh da runter. Ja, eh, nee, nee, nicht sterben. Nicht da drin sterben, komm. Unverwundbarkeitsframes. Danke. Oh, die gehen hoch. Auch neu. That's new. I'm a nightmare. Mein Lieber. Alliello. Das sieht aber auch nicht gesund aus hier. Das sieht aber auch nicht gesund aus. Du bist rot. Warum bist du rot? I don't like this. Flügel. Oder so. Augen mit Flügeln. Ich weiß es nicht. Komm, das ist doch eine Boss-Arena irgendwann. Das kann doch nicht so. Hey. Ach, mir ist das Nightmare. Entschuldigung. Entschuldigung, ich habe Mr. Nightmare gelesen aus meinem Augenblick. Entschuldige. Merle. Hallo. Bin ich jetzt wieder? Scheiße. Fuck. Okay, das schaffen wir sowieso nicht. Ich weiß nicht, wer die von mir will. Äh. Womit wirft die? Okay, wir haben Stuff, ne? Ich kann die Ausrüstung nicht ändern jetzt? Sich verarschen? Doch. Oh, ich dachte schon. Dann machen wir doch erstmal den Kristall-Samen. Ja, ja, ich muss da raus. Entschuldigung. Ah, ja, nicht wieder da rein. Richtung. So. Die hat doch keine Helf-Bahn, ne? Näh. Okay. Was haben wir aufgebraucht? Nehmen wir mal den Wind. Ah, ich weiß nicht. Aber erstmal heilen ist auch gut. Aber wie soll ich denn? Ah. Sieht man ihr das irgendwie an? Weil ich sehe da gerade nichts an. Ihr Fuß war nicht treffen. Du hast keine Helf-Bahn. Das irritiert mich. wie denn so nicht mal die linke willst du oder blitze kurz auf oder so das gefühl ich aber nicht so viel zeit zu gucken was möchtest du von mir und was wirft die da da komme ich ja nicht raus gefährlich lassend ich sehe keinen unterschied kann ich vor allem die greifen ja auch an wenn ich nichts mache von wann ist sie denn durch ich verstehe es nicht verstehe es nicht hey warum hat das nicht getroffen ich kann mir das mal wer schwebt die meister niedrigsten kann sein das immer darauf zu achten war es das jetzt nein niedrigsten war kein plan ja ich glaube rechts wäre sie vielleicht gewesen aber so schnell kam ich da ja nicht hin ja es kann sein das recht ich dachte wir würden alle auf einer unterschiedlichen höhe schweben ja ob ich sehr gut ich muss mal die auch mehrfach hintereinander treffen direkt oh gott scheiße die war nicht ja die links war noch weiter kann halt auch nicht mal alles sehen ja toll wie oft muss ich die in den folge vielleicht treffen muss ja auch zügig gehen ach hör auf edris was ist los hallo danke ich bin gleich für dich da was denn da los okay ich weiß nicht ob wir jetzt insgesamt oft genug getroffen haben aber was für ein random kampf halli hallo und dankeschön hier komme ich zu der lehre moin werden schon eine wunderschöne emotes hier ihm darf ich danken ich habe deine gefühle geklebt du hast meine gefühle geklebt das klingt sehr gefährlich ich habe ihm schon gesagt vor wegen der edris die und ich der wir hatten ja nie aua jetzt am besten doch sterben weil ich mir nicht speichern kann weiße läuft bei mir nein ich möchte das nicht danke möchte dieses chef nicht kaufen oh gott können sie bitte auch der steht aber auch richtig beschissen möchte das nicht so pause was machen da meine finger ich weiß nicht also ich kenne ich kenne dich dank jahre ach ja weiß ich doch nicht keine ahnung also ich hatte so vielstens irgendwie schlümpel damals oder so aber wir hatten ja nie wirklich so aktiven kontakt oder so so sie die bubble ist ja glaube ich auch einfach okay die bubble trifft sich bei kiara finde ich gut ist ok ich habe geklebt was du über edris sagt ist setzt unangenehm aber ich habe ja nichts schlechtes gesagt habe gesagt eigentlich kennen wir uns nicht wirklich und das edris geschickt maven was tust du das peinlich ne das bisschen peinlich gut dass ich mich mit dem schwärmen zurückgehalten habe nein nein noch ein treffer ich bin einfach dead auf ich habe noch ich habe noch ich habe noch ich habe noch ich habe ich habe noch das zeug das muss jetzt benutzt werden okay war geht dieser gegner auf dem ps gerade gut dass ich die reflexe einer katze habe zwischendurch meistens ist die katze tot aber ist quasi schredigers reflexe man sagt sich zwar vielleicht nur in selten sind seltenster seltenheit gesehen haben also man mag sich zwar vielleicht nur in seltenster seltenheit gesehen haben aber ich vergesse nur in seltensten fällen gesichter und ich kann mir das gesicht da gar nicht merken wir sind wir sind quasi wie zwei pole die sich da ich da nicht hoch muss ich da von links kommen muss ich echt da schon was voll mit dem gesicht in die wand schön hat sich gelohnt für den elfenbeinkiefer gerade mein führerschein heute ist johns zweiter wackelzahn rausgefallen und der geschnitte ist vielen lieben dank danke schön für den fall und willkommen nimm dir eine ganze handvoller mandariden stoppst du dir rein und machst du bekommst und vielleicht führerschein wackelzahn ist auch so süß wie alt ist john jetzt cute wollte ich noch mal kurz hier lassen bevor ich ins bettchen geht mal wenn hatte ich jetzt nicht aus dem bett gold oder das geht nicht was leute schlafen mich also ob noch hoch belastend wo bin ich überhaupt nun also doch mal sind das ist nicht du kannst mir gar nichts ja dann schlaf gut dann schlaf ganz ganz fein besonders gute träume wo du marvin wächst in den träumen gerade möchte ganz gerne mal wieder eine bimmel das wäre ganz nice katze wo ist die katze pils kugel weg wo ist die olle da ist die olle das fies wieder nur auf zuvor soll ich denn hin zippe ach noch eine ja läuft bei euch ach so die noch in die richtung ja cool die meisten haben ja auch nicht das handy dann so dass ihnen das auge blinkt aber ja trotzdem gute nacht jetzt mein handy auf stumm zu stellen schlaf gut wirklich oh je oh je kleines ungechieben hier müssen nirgendwo eine bimmel ich hätte gerne bimmel guck mal wie lange hier schon keine bimmeln ist muss noch einen ersten erste hilfe kurs um 25.2 machen danach bekomme ich einen termin für die theorieprüfung habe auch schon sechs fahrstunden und john wird im märz 7 ich wünsche ganz viel erfolg bei der theorie aber wenn man sich das oft genug anguckt geht das gut machst du das noch mal so mit folien so mit blättern oder ist das heutzutage bei den coolen hippen leuten schon digital ich hatte noch blätter in einsteckhüllen die ich dann gelöst habe mit folien stiften dann wieder abgewaschen habe und dann wieder gelöst habe mit folien stiften und dann wieder abgewaschen habe damit man die nur einmal kaufen muss es sieht ja gut aus ja im 90 prozent kartenvervollständigung jetzt habe ich das gefühl und rechts wäre noch was gewesen was wir brauchen weil ich hier sieht irgendwie so richtig dolle nach boss aus ne ja schon muss jetzt kommen wir denn da auch wieder gut zurück ist die frage weiß ja gar nicht welche bimmeln ein wohin bringen teleport weil es sehr schön wenn man auf der karte sehen würde wo das ist wo es denn keine ahnung wo das alles ist das kauft könnte wahrscheinlich das sein aber der boss ok ja gut müssen wir nur nach rechts rechts das ist gar nicht so schlecht ist eigentlich ein ganz guter ort sieht ein rennen pass aus ja schon aber irgendwie das gefühl es ging jetzt so zügig hatte vor acht neun jahren mit 18 noch papierbögen jetzt lerne ich mit einem buch und eine app ist richtig smart habe ich ja nicht erwartet dass du smart sind meine app machen sehr gut so was hatte ich gesagt wo müssen wir hin rechts durch ok easy peasy ne so und hier waren wir nach oben und hier können wir noch nach rechts jetzt bestimmt sonst gar nichts mehr dass sie doch nach das sieht doch nach secret shit aus einfach auch wer so mich getroffen für hau kisse kuh so in eine gelehrte ich weiß wie man beleidigt hallo überraschung haben wir einmal heilen wenn nett was ist denn hier unten außer gegner braucht keiner aber gehen wir vielleicht was ist denn hier unten oben alles so random hier hier geschafft was hier nix wozu ist das hier alles gut sehr verwirrend bin ich jetzt geht es hier noch runter okay ja mal fast die ganze map aufgedeckt das macht mich ein bisschen glücklich aber auch ein bisschen zähl weil entdecken ist halt schon cool ne hallo so was haben wir hier gelocken blume erhalten oh nein wir haben jetzt eine mehr das ist sehr gut das freut nina was ist hier auch noch irgendwas das geht doch alles kaputt ne ich wusste es irgendwie Nice. Oh, gut, dass wir nochmal runtergegangen sind. Ey, ein Heil-Item mehr pro Kampf. Beziehungsweise pro Ladung. Und mehr Health allgemein. Glaub ich, ob wir irgendwo Health übersehen haben. Ich sagte 97%. Gut, da oben ist er noch nicht ganz aufgedeckt. Gab es noch irgendeinen Ort, wo wir nicht waren? Now would be the time to check it out. So wie es bei den Glocken kann man sich erkennen, wenn eine Glocke rechts endet, weiß man es. Sieht aber alles dicht aus, oder? Wollt ihr mal mit drüber gucken? Ist einfach der komisch. Einfach aber komisch gewesen am Anfang. Damals hatte ich eine CD mit dem Lernprogramm bekommen. Nun ist alles in einer App. Aber es macht echt Spaß und freue mich, wenn ich den Führerschein in der Hand habe, glaube ich. Guck mal, da geht es noch weiter. Da mittig. Beziehungsweise, wenn ich jetzt so mache, da ganz links geht es noch weiter. Das macht mich jetzt wahnsinnig. Wo kamen wir dann nicht durch? Warum geht das da weiter? Geht es da wirklich weiter? Boah, das ist die einzige Stelle, oder? Über alles dicht. Über alles dicht. Jetzt denke ich, das ist da. Guck mal, da oben auch noch. Also wenn ich jetzt, direkt jetzt unter der 97, da ist auch noch was. Das müssen wir leider checken, bevor wir zum Boss gehen. Weil ich gehe davon aus, dass jetzt der Boss kommt. Bei 97% Kartenvervollständigung wird da nicht mehr so viel passieren, denke ich. Hast du Blasphemous mal gespielt? Ne, das habe ich das letzte Mal schon gefragt. Habe ich nachgeguckt? Nein. Habe ich noch nicht gespielt. Ich habe eigentlich noch nie Metroidvanias gespielt. Es könnte sogar sein, dass das, wenn ich mich jetzt nicht gerade... Ich weiß nicht, ob ich jemals ein Metroidvania wirklich gespielt habe. Nicht bewusst zumindest. Sei denn, so ein Crack Attack oder so würde vielleicht als Metroidvania durchgehen. Das kann natürlich sein. Wir gehen einfach nach links durch und dann teleportieren wir uns zu den beiden Stellen, die noch offen sind. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn ich 97% der Karte habe, möchte ich schon ganz gern 100. Ah, das habe ich nicht gesehen. Hätte ich immer umdrehen müssen. Zipper, ey. Au, au, ne, 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 ne. Ich weiß, ich sollte Bücher schreiben, so gut wie ich mich ausdrücke. So. Teleport. Frage ist, wo... So, nein, alles gut. Ich, ich weiß nicht. Ich meine, du hattest es das letzte Mal gefragt. Kann aber auch wer anders gewesen sein. Ich hatte es aber aufgeschrieben und nachgeguckt. Also, ich hätte sagen können, Blastomus habe ich nicht gespielt, aber ich wusste nicht mal, was das ist. Ja, gute Nacht und viel Erfolg weiterhin. Große muss morgen wieder zur Schule und ich habe einen Zahnarzttermin. Ja, Zahnarzt habe ich nächste Woche. Gestern hatte ich Corona-Impfung. Nächste Woche wieder Zahnarzt. Ist sehr schön. Morgen wieder Schule. War krank oder war Ferien? Weiß nicht, wo ihr wohnt gerade. Gab jetzt auch irgendwo Winterferien, ne? Hm. Na, ist gut, Merle. Keine Ahnung, wo uns was hinbringt. Wir gehen das mal eben durch. So. Da können wir die nächste Bimmel nehmen. Wenn er uns... Ne, die nächste Bimmel nimmt er gar nicht, ne? Ist ja das Problem immer. Wir können ja leider nicht zu jeder Bimmel. Ja, danke. Ich brauche kein Tutorial. Ja, ich sterbe beim Anfangsgegner. Läuft bei mir. Einfach alles direkt stirbt jetzt bei mir. Ich habe mir schon ein bisschen leid. Mir doch egal. Tschüss. So. Hier war es nämlich nicht runter. Das ist nämlich die... Die Sache. Nein. So. Mir haben Kinder nichts zu lachen. Ganz hoch. Äh. Rechts. Okay. Will wissen, was in diesen Räumen ist. Das macht nichts ins Wahnsinnig. Wir wohnen in Friesland, Niedersachsen. Er war krank und geht morgen mal wieder hin. Wie heute. Ah, gut. Es ging Magen-Darm rum. Oh je. Das ist ja nicht so schön. Dann hoffentlich, dass er gut genesen ist. Dass er wieder alles bei sich behält. So, rechts, rechts. Okay. Bumm. So. Yeah. Das ist ja schon süß, ne? Yeah. Wenn sie mich nicht gerade abwerfen. Was habe ich gesagt? So. Ähm. Hier noch runter? Okay. Aber hier rechts? Muss ich mal gucken. Ich bin auch sehr dumm heute, ne? Ach, guck mal. Hier war ein Secret. Oh, nice. Nehmen wir. Er ist nicht viel mehr geworden irgendwie. Ist egal. Ich wusste ja auch damals noch nicht, dass man so Secret Passages hat. So, wo war der andere? Äh. Ach, da rechts bei dem langen. Bei der... Ach, da hatten wir noch nicht den Schlüssel für. Haben wir den Schlüssel mittlerweile für diese eine Tür? Stimmt. Wir hatten diesen Schlüssel nicht. Sonst ist aber alles dicht, ne? Immer noch nur 97%ig für mich betrogen. Ähm. Ja gut. Welche... Welche Bimmel ist das jetzt? Wir gehen einfach mal weiter, bis wir zunächst in Bimmel kommen. Ja, ja. Au, ey. Bin ich überhaupt richtig? Ne, irgendwie nicht, ne? Ich muss nicht rechts durch. Was tue ich denn hier? Wie komme ich denn da rechts? Ach so, die als Katze? Mann. Ihr geht mir richtig auf den Keks. Ähm. Ich habe die Katze gar nicht ausgerustet. Kann ja lange versuchen, ne? So. Äh, so. Au, ey. So. Ich bringe halt das Katze durch die Gegend. Ist auch wurscht. Kriegen wir halt das Katze auf die Fresse. Hehe. Den Pieren haben wir es gegeben. Ah, da kann ich nicht... Äh. Können ja nicht klettern an das Katze. So. Du musst die nächste Bimmel. Hier, oder? Ja. Gut. Ah, du bist hier. Du bist cool. Wir sind eins. Ah, wie läuft's? Muss, ne? Oh, nicht so glücklich. Ich verstehe. Ja, wir haben es noch nicht fertig, ja. Deswegen wahrscheinlich. So. Teleport. Ich habe keine Ahnung. Ui. Verlassen wir das Kloster? Ne, das ist ja schon das nächste direkt, ne? Mal gucken, wo sind wir? Ah, doch. Oh, guck mal, wie perfekt wir sind. Huu. Geil. Boah, hier habe ich ja keine guten Erinnerungen dran, ne? Wir haben... Die sind Schlüssel aber noch nicht. Willst du dich verarschen? Fuck, Alter. Aber wir haben doch alles erkundet. Wie können wir diesen Schlüssel nicht haben? Hier geht's ja auch nirgendwo runter, oder so. Oh, fuck mich richtig ab, ey. Kriegen wir denn noch? Macht ja keinen Sinn. Den müsst ihr eigentlich irgendwo im Ding ins Kriegen, ne? Im Schloss. Wie heißt das hier? Wie heißt das hier? Jetzt gucke ich gut das jetzt nach. Bevor wir den Endboss machen, gucke ich das nach. Ähm, wo sind wir? Verlassens Kloster war das, ne? Wo ist mein Handy? So. Ich will das jetzt wissen. Ähm... Momo, Dora. Momo, Dora. Verlassenes. Verkassenes. Ja, ja, ja. Verlassenes. Kloster. Schlüssel. Da gab's leider mehrere, aber vielleicht... Wissen Sie ja, was ich meine. Oder auch nicht. Okay, wir werden mal gucken auf Englisch. Was heißt denn Kloster? Äh... Covent? Ne, Covent. Ne, Covent ist es. Äh... Key. Monastery bestimmt. Das wird schon gesucht. Monastery Key. Bestimmt der. Ja, ja. Ähm... It can be obtained from... Cotillard. Who the fuck is Cotillard? Wer? Ähm... In the Forlorn Monastery. Jetzt muss ich aber nachgucken, ob Monastery wirklich das ist. Nicht, dass wir jetzt... Vielleicht kann man das nicht kaufen. Mon... Monastery. Ist Kloster. Okay. Äh... Irgendwem... Kennen die Be obtained von Cotillard? Ich klicke mal drauf. Vielleicht kriege ich ja Info zu, wer das ist. Ach, das ist die Hexe mit den Katzen. Wo sitzt die denn nochmal? Ist ja schön, wenn man halt auf der Map... Hier oben, ne? Ich glaube, die war über uns. Ganz oben. Genug Geld sollten wir ja haben. Will ich hoffen. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Das wäre schon nice. Da finden wir bestimmt nichts Tolles. Aber... Ich will das ja komplett haben. Links, 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 links. Okay. Ja, ist mir egal. Leck mich. Ha! Kannst mich mal. Woher... 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 Brauche ich da manchmal nicht hochkommen? So. Aue! So, wo ist Vieh? So. Sind wir richtig? Ja, rechts. Ich springe auch in jeden Gegner rein, ne? Guten Morgen. Nicht drüber. Rein. War das doch nicht hier? Ne, war die Bombe... Hier war die Bimmel. Heiße, wo war denn das? Ah, wo war das denn dann? Okay, wo sitzt die Olle denn? Könnt ihr mir das mal zeigen? Found in Forlorn Monastery. Ja, das kann jetzt überall sein. Ich dachte, das wäre an diesem einsamen Ort. Hm. Braucht die Olle denn? Meine Charakter, she's Paramount's Master, in which she seeks to look down on habits, one of the forbidden areas of the Forlorn Monastery. Was ist sie denn? Bitte sagt mir das doch. Ähm. Limited to giving the Monastery key to Kao. Hm. Nicht, dass wir den Schlüssel jetzt nur bekommen hätten. Gibt es da nicht die Möglichkeit, jeden Raum zu bearbeiten? Also mit Symbolen zu versehen? Ne, leider nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Also, ich habe halt gar nicht die Möglichkeit, auf der Karte irgendwas zu machen. Leider. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich... Problem ist, hier steht halt, dass sie Kao den Schlüssel gibt. Bin ich Kao? Ich bin Kao, oder? Okay. Ähm. Leider weiß ich nicht, wo die sitzt. Weil das kann ich mir in dem Gewusel hier nicht merken. Echt nicht. Room is full of cats. Wo ist der Room? Hm. Türenge, falls täuscht. Ist das noch... Ähm. Okay. Wie heißt die Olle? Cotillard. 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 Momo, Dora, where? Ähm. Der nur wissen, wo die Olle ist. Sag mir doch bitte auf einer Karte, wo die Olle sitzt. In the Library. Er wusste, Library. Okay, Library. Easy. Machen wir es halt so. Library. Library. Ich kann schreiben. Ähm. Ich weiß nicht, wo die Scheiße... erinnere mich halt einfach nicht kann jetzt auch das finde ich jetzt auch nicht wenn ich in den alten stream reingucke glaube ich abgesehen davon dass ich dann auch nicht unbedingt weiß wo das ist blöd wenn nett aber keiner sagt dir auf der map wo die ist wie nervig kateriats woher soll ich wissen wo die olle ist in der library kurz gleich irgendwo in diesem dunklen gebäude ja toll vielleicht da hinten rechts aber da das war der bossraum nah hinter dem bossraum war die nicht habe eine sumbare karte gefunden vielleicht wird sie da fündig wenn die nur näher ist also wenn wenn man die räume erkennt gerne muss aber link schicken ja klar kassen parma mit kein problem ich kann eigentlich tippen zu dumm danke schön an was zu schnell wo ist die hexe wird hat leider nicht also ganz rechts ist ein roter key ja es könnte dann sein dass da ist man erkennt das zwar nicht viel das könnte da ganz recht sein es könnte da kannst du gut rein so um ja aber auch nicht weiter als ein klick leider könnte da unten rechts ganz recht sein okay ist nicht was sie mit dieser großen bimmel eigentlich hier oben ist ja ich hab dich vergessen dass mir in ruhe ups ich dachte geht es runter richtig schlau das ist richtig praktisch dann kann ich nämlich bimmeln so smart move zu sterben war voller absicht leider ist die library nämlich nicht dargestellt sie müsste aber hier rechts sein eigentlich dann angeblich wenn das so angeblich hier rechts ganz hinten rechts also da ist ein roter key auf der karte warte ich guck noch mal ich bin richtig unsicher gerade ich weiß nicht ob der rote key das halt sein soll ich kann halt auch nicht so gut rein suchen haben wir da noch was was steht denn da links ihr könnt ja selber den link anklicken dann wisst ihr was ich meine weichen wir das erstmal ab gut to have desktop joe cats 4 sind der key monastery key ja der rote ja das müsste dann ganz rechts sein bin ich da auf der richtigen irgendwie sieht das anders aus aber da fehlen noch zwei räume drüber hä wo sollen die denn unter dieser unter dieser glocke also rechts über mir und da geht es auch runter das auch noch wichtig ja ich sollte auch mal wieder ins spiel zurückgehen dann gucke ich nicht nur in obs wir holen jetzt erstmal den key aber durch die map habe ich jetzt noch gesehen wo tatsächlich noch map übrig ist habe ich nicht erkannt leider wegen dieser scheiß glocke ein bisschen ärgerlich aber ist ja nicht schlimm Du hattest du noch irgendwas an ich geh ich hole das ding erst mal so rechts rechts war hier noch irgendwas ja ja komm geh weg hier ist es okay ich sehe du hast fortschritt gemacht immer noch auf dem weg zum schloss die quelle dieses durcheinanders kekeke als ihre hoheit ein vertrag mit der unterwelt unterzeichnete hat sie sicher nicht solche folgen erwartet oder vielleicht doch ich hoffe dass deine bemühungen früchte tragen werden meid aus lohn stelle dich der loyalität die übrig ist falls sie sich nicht schon der furcht ergeben hat ja schön ich kriege jetzt trotzdem nicht den key und wie kriege ich den key muss ich erst eine katze werden vielleicht oder so who knows du magst ja katzen ne tja okay was für ein niedliches kleines kätzchen du bist toll ich sehe du hast fortschritt gemacht jetzt sagst du dir das selber ne mhm du musst dir ein rotes auge zeigen was muss ich wie soll ich das denn hä wie soll das funktionieren oh ihr seid so niedlich äh ein rotes auge ich hab den kloster schlüssel aber warum dann warum lässt mich das dann nicht rein ich hab den kloster schlüssel sorry hätte ich mal nachgucken können ne hä warum komm ich denn dann da nicht rein ich muss mal auf die map gucken ich ging davon aus dass das wenn es ein kloster ist das kloster schlüssel ist ah das ist nicht ein kloster ach scheiße ich dachte das wäre Teil des klosters weil es so aussieht es ist ganz knapp nicht mehr Teil des klosters das ist der Orangschwammbereich ja tut mir leid ich dachte halt weil es genau so aussieht äh okay nevermind ähm schön ist auch dass da wo das ist nicht steht was für ein schlüssel man braucht äh ähm also doch das ist doch doch das ist doch hier ne doch ich dachte es wäre hier aber ist nicht oder bin ich falsch nee muss doch wo muss ich hin scheiße warte es sieht einfach alles gleich aus doch bei dem langen Weg doch ich brauch den genau aber warum öffnet der das denn dann nicht aber da ist auch angeblich keine Sperrung also das ist äh 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 wenn ich jetzt warte also direkt jetzt neben der Kamera da ne also da wo der lang das lange Ding ist direkt neben mir das ist das und da geht's rein aber da ist halt zu aber da ist angeblich nicht zu war ich vorhin am falschen Ort hey was bin ich verwirrt gerade ich guck jetzt mal nur in OBS wie ich spiele nicht wundern und ich hab mal die Map auf dem anderen Screen offen weil ich bin ja jetzt durchweg richtig verwirrt so I am confusion wo muss ich jetzt hin okay erstmal ein ganzes Stück nach links okay nevermind das OBS sehr zeitig aufzeichnet dass da kein kein Delay ist lass mich in Ruhe zippe Auae so hier ist das nicht ne ne noch zwei weiter und dann runter hab ich mich vertan hier runter verschlossen aber warum angeblich braucht man hier nicht den Monastery Key der Monastery Key ist für da drüber also da drüber rechts das seht ihr jetzt nicht so also quasi ein Raum drüber zwei Räume drüber und da rechts da hat man aufgeschlossen mit dem Monastery Key den haben wir schon aber was macht denn jetzt diese Tür auf die ist ja nicht mehr eingezeichnet auf der Karte die ich die ich habe wann öffnet sich das denn also ich hol jetzt trotzdem noch die beiden Räume hier die unter dieser Glocke sind aber what I am confusion aber richtig hart check ich ist da irgendwie das ist ja die schöne ist aber auch kein Schalter oder so den man umlegen kann ne ich weiß jetzt müssen wir wieder hoch aber häe hey kann man das irgendwer erklären ich find's schade dass man selber nicht markieren kann wo man was findet oder wo man was gefunden hat so weiß ich nämlich überhaupt nicht wo ich schon was gefunden habe hm also das check ich ja gar nicht wird gar keine Tür da eingezeichnet es sind halt nicht alle Türen da eingezeichnet auf der Map leider aber naja das ist halt nicht so wir holen uns jetzt noch die anderen beiden Räume die es gibt sehr kurios ja durchaus ist halt einfach dann doch nicht die passende Map leider hätte ich aber auch gedacht dass es ist also ne muss ich jetzt keine schlecht fühlt deswegen bin super dankbar die ist ja sehr praktisch ähm wo bin ich so und unter der Glocke geht es nämlich noch weiter ok da war es aber nicht so schlau von mir das war nicht so schlau von mir habe ich nicht gut aufgepasst also nach dem Endboss vielleicht ähm wo bin ich jetzt wieder hier sehr schön äh da können wir da können wir unsere Wesen teleporten zum Kloster wie das sehr eckige habe ich nicht aufgepasst äh ich sollte auch mal wieder die heile Items die normalen nehmen ist besser ich bin doch verflucht auch noch ja leck mich doch ey hm oh I am confusion da bekommst du angeblich erst rein wenn du 100% der Karte hast dann geht die Tür auf oh toll ja das ist ja super ja immerhin haben wir jetzt auch gefunden dass es ja hier noch ein Stück Karte gibt immerhin haben wir das da durch gesehen das ist ja schon mal etwas ne ne ich renne da jetzt nicht wieder durch ja ja lass mich in Ruhe so 0,03% fehlen dir noch ja ich weiß ne 0,03% 3% fehlen mir noch 3% nicht 0,03 nein nein äh 003 quasi so äh hier geht es jetzt irgendwo runter ah das war jetzt Zufall cool weil ich in dem Moment gut gehauen habe okay Käfer gefunden nice und da können wir noch durch als Katze so weiches Tuch was macht das denn äh weiches Taschentuch er schafft eine künstliche Heilzone zauberter Stoff zauberter Stoff der von Esselin Nonnen in ihrer in ihren Liturgen genutzt wurden er schafft eine künstliche Heilzone sagt was ich benutze das mal ähm was macht das denn gleich wir gucken mal draußen äh so bitte gehen sie ähm ähm ah ja ja das ist in dem nice to have auf jeden Fall wir beschweren uns jetzt nicht über Heilung ne das ist nett achso ich kann auch stehen bleiben es bleibt noch ach cool äh hält ja ganz schön lange wie viel haben wir jetzt 98 höre ich mich doch so jetzt prüfen wir mal eben ob sonst noch irgendwo was fehlt außer da oben da oben ist definitiv ein Boss das ist ganz klar da fehlt aber auch nur noch der Bossraum den wir schon offen haben wir wurden per Videobotschaft zugetragen nächste Woche gibt es äh Aussparungswahnsinn bei Mr. Grey Grey ja nächste Nachtsdach kommt Grim Tales 4 zu meinem Bedauern so ich gleich mal eben ab mit der Karte ähm so das müsste alles stimmen jetzt gehen wir da lang das haben wir jetzt auch ah ne der Raum in dem wir nicht können der fehlt noch ähm so hier unten sieht auch gut aus ja glaube ich schon auch ja ich muss die ganze Zeit hin und her gucken und damit hu hu wie geht es dir mein Lieber ich muss gerade abgleichen mit einer Karte die wir bekommen haben ob wir noch irgendwo einen Raum übersehen haben ja haben wir und zwar mittig okay den sehen wir sogar da haben wir den aufgepasst der ist hier unter der ober also ganz ganz links jetzt mittig da da fehlt noch ein Raum nach unten und zwei sogar ich weiß gar nicht wie wir die bekommen habe ich glaube ich letztes mal schon gefragt vielleicht muss ich einfach nur wild um mich hauen ähm gut die haben wir wir haben ja noch Zeit weißt du wenn noch der Boss kommt und so ich meine klar vielleicht brauchen wir den Boss auch 300 Versuche ich weiß nicht ähm so hier haben wir auch alles ja hier fehlt auch noch ein kleiner warum habe ich das so früh nicht gesehen wie blind bin ich denn am Anfang ist ja auch noch einer mein Gott einmal mit Profis also am Anfang ist einer dann noch dieser Doppelte ähm da oben noch was ein bisschen kurz ein bisschen Tetris an mir geht es gut aber ich muss mich fragen ob es dir gut geht wenn du schlimm Tales spielen willst von wollen kann keine Rede sein es schaltet ihr euch mit den Subgoals ja regelmäßig frei ihr wollt ja nur dass ich leide ich kenne euch ja ja ich glaube es sind nur die drei Räume okay gut dann gehe ich mal zurück ins Spiel für mich also zurück zum Anfang wie habe ich das wo komme ich denn da rein au musst du bimmel so äh ja ganz zum Anfang wo wir ja gerade erst waren wer diese Subgoals denn festgelegt hm hm ah wenn ihr euch das so wünscht wenn ihr ne also soll ja auch was sein im Subgoal was euch auch ja was ihr machen wollt was ihr sehen wollt ne leider nein das ist okay ich spiele die Grim Tales Teile sehr sehr gerne halt meine meine Selbstgeißelung ne den Boss legst du doch first try vielleicht äh rechts erstmal runter hey 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 ja ja tschüss so hier runter gehts weiter ne da unten gehts bestimmt weiter ne hier hier gehts nicht weiter ne noch einen drunter okay ich habe ja nicht gut aufgepasst ey Mann 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 geh weg verstehe ich gar nicht Grim Tales ist doch ein sehr gutes Spiel es macht mir auch leider sehr viel Spaß es ist vor allen Dingen wenn man mal andere Wimmelbild Spiele gespielt hat fällt einem erstmal auf dass Grim Tales leider zu den besseren gehört leider so den haben wir 98 Prozent jetzt fehlen nur noch die beiden wo sind sie ich hab sie schon wieder verloren da hinten ähm geh ich wieder hoch hab mit Nintendo alles geklappt? alles wunderbar mein Jucken rückt weißt du bescheid mein Jucken der rückt schon so ja was soll ich dazu noch sagen hihi hihi stirb so ähm bumm so wo können wir jetzt hin Stadt ist ja vielleicht es müsste hier sein Musik hier ja ist alles mega schön so rechts noch ein Stückchen weiter rechts okay mhm da wird es nämlich jetzt spannend da weiß ich nämlich wirklich nicht weil das ich dauernd gucken muss ah noch ein ganzes Stück weiter rechts okay der Rücken rückt ouch der Rücken rückt und der Jucken juckt wo bin ich runter rechts und dann runter nämlich das wird ziemlich spannend runter rechts das verstehe ich noch ne hin und hinten und hier ne oben lang ja oben lang okay ja das kommt 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 ok ja komm ich knatsch dich erstmal du hörst mich so und hier soll ich nämlich runter aber aber wie und wohin ich check es nicht geh oder lass mich runter weil hier ist halt einfach legit nichts also ich kann halt hier nicht also i don't know i just also check ich halt jetzt nicht ne verstehe ich halt nicht und ich und ja also wo ich ich jetzt nicht warte 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 was was warum hat das gerade bumm gemacht das hat doch gerade was gemacht hä hier soll's runter gehen irgendwo aber wie und wo und warum und macht mir Aua in meinen Kopf war man das hier gerade geknallt geknallts gleich und Katzenmodus irgendwas ja aber ich wüsste halt nicht hm das ist halt jetzt auch schon eigentlich schon der nächste screen nirgendwo man kann nichts öffnen da hoch kann ich da nicht da geht es auch nicht hoch ist nicht was da ist ich nicht und ich weiß halt wirklich einfach nicht wie ich irgendwas öffnen soll angeblich ist ja drunter ein raum warte ich gucke noch mal auf die map angeblich ist hier drunter ein raum wo ich noch so ein herz ding kriegt but how auf die pennen katze aus wie ein teleporter ist es aber wohl nicht teleporter das ist halt nur die kugel also diese leuchtkugel die halt das aktiviert dass die dinge ist hier vielleicht wenn ich bevor die kugel darunter fällt das wäre ein bisschen mies ich verstehe ich gehe mal zum nächsten wir haben sie mich letztes mal auch nicht von wussten schon dass es da abgeht aber ja oder was war das ach so du wasser aber bis necke katze gegen katze so das haben wir jetzt das haben wir jetzt moment das haben wir jetzt das ist nämlich der wind das haben wir jetzt das armblatt in hibiskustee baden ja i guess frisches frühlingsblatt erhalten dieses gesegnete blatt ist in der lage die quelle des fluchs zu bannen ja gut ja aber es ist leider nicht die stelle die wir meinen also leider leider sind wir noch nicht so weit wir haben jetzt diesen raum aber den links daneben noch nicht das ist ja das problem ein der beiden räume haben wir jetzt ein der beiden räume haben wir aber den haben wir noch nicht den raum hier hier drunter brauchen wir gucken mal da hat er schon wieder einmal aber ich meine das ist wahrscheinlich nur zufall aber da einmal so draufhauen können super weird leider ist das nicht der raum gewesen dark angel was hier kommen wir nirgendwo sie ist jetzt hier da wo es blinkt das ist der raum in dem wir sind und hier drunter muss ein raum sein ich finde aber keinen wir sind davon dass wir nur bei 98 prozent sind und wir da oben nur noch einen halben raum aufdecken müssen ja gut und den vielleicht noch zum schluss aber den kriegen wir erst eigentlich auf wenn wir bei 100 prozent sind ich weiß ja nicht wie wir hier irgendwas machen können das ist jetzt eigentlich mit dem elfenbeinkäfer ist klar schlüssel wappen schlüssel schlüssel wappen schlüssel wappen schlüssel wappen vorhin aber wir wollen dass wir dem im mädchen noch geben vielleicht macht das irgendwas auf wo war das denn ein grünes blatt gesegnet von heiligem teen der lage diese zu läutern wen also diese zu läutern die vom tief vom fluch verdorben wurden das spezielle dieses spezielle blatt wirkt stärkere und abweisende kräfte als die eines normalen ahornblattes aber wir können noch dem im mädchen denn das ahornblatt bringen vielleicht bringt das ja irgendwas das ist nämlich glaube ich das mädchen was nicht mit uns reden möchte glaube ich das ist jetzt auch nur eine idee mit sicherheit weiß ich das leider auch nicht dass wir in ruhe ich mich hier raus so oder zippe frage ist wo war das im mädchen war irgendwo da hinten da gehen wir zum ersten wir kommen noch wir kommen doch irgendwie bekommen doch weiter ja ja was wollte ich eh schon gemacht haben habe ich nur vergessen naja genau trifft mich noch es läuft jetzt ist im mädchen auch einfach nur traurig weil wir alle seine seine alle seine freunde töten aber was weiß ich schon das gute müssen wir nämlich irgendwie das war das hier jetzt war nicht immer das war denn hier oder war das doch hier ne hier war der war das im mädchen am money an das war oben links ok es ist ein bisschen verwirrend ok wenn man sich nichts notieren kann auf der märme ich kann nicht mehr hoch ne ich hasse es ist ja richtig doof dass man sich zurück kann jetzt muss ich bis zur nächsten glocke laufen und mich wieder zurück teleportieren er sich hat ausgedacht hat ne gehört auch durchweg gekitzelt so dicht da unten ach so das war nur eine eine libelle teleport zum ersten zu zweitens zum dritten verkaufte die 100 stück davon braucht so 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 was da aua scheiße naja gottssagen machen die jetzt nicht mehr so viel damit achso so jetzt sind wir in den falschen raum müssen gleich direkt schon längs was nicht hier ne noch ein tiefer ok hier hä 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 ich hab aber hier saß doch vorhin im scheiße oh Gott hier saß doch vorhin im im und ich dachte wir bringen der was oder haben wir das schon gemacht äh i have no memory warum haben wir denn ein pilz dann noch äh mushroom ich dachte wir müssen ihm das bringen jetzt war da jetzt saß der adidas aber gar nicht mehr da momo dora imp imp girl so genau der schroom so key item giving this to the lone imp and the sacred grants to player 3 rotten bellflowers and the achievement please give it to me ich wüsste nicht dass wir es gemacht haben vor allem 3 rotten bellflowers wüsste ich nicht dass wir äh überhaupt wir haben keine verrotteten bellflowers aber das war doch 100 pro hier aber die greift mich halt auch nicht an ne greift mich an auch doch die greift mich an theoretisch also nicht aktiv aktiv aber war das nicht hier ich bin sicher das war hier wo soll das sonst gewesen sein das war irgendwo so nach links so ein stilles örtchen gefühlt das muss da gewesen sein äh das macht mir alles fertig hier ich finde es auch schön wie einfach location subterranean grave ja schön dass ich aber nicht weiß wo ich bin wo ist der subterranean grave sind wir dort oder ist das einfach nur die broad area weil das könnte ja gefühlt alles sein wir kommen auch nicht mehr hoch ne doch okay wir haben doch diese 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 drei verschrumpelten bellflowers nicht bekommen haben wir doch nicht oder aber ich hab falsche erinnerung ich geh hoch ja nein aber meint wir haben ja dauernd gebimmelt hm subterranean grave klingt für mich nach grabstätte unterirdische grabstätte wo ist denn hier das mädchen das im mädchen aha gut dass die area auch nicht groß ist ne wir nehmen mal irgendwelche endräume ich weiß noch ja es gab es gab ja baller mich einfach jetzt nächste gebiet ist in ordnung äh keine ahnung wo ich hin muss wir rennen einfach mal durch wir haben ja nichts zu verlieren gerade das ist ganz gut suche her nur das mädel sind wir da hm also da wir den 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 pilz noch haben kann ich mir nicht vorstellen dass wir das schon gemacht haben und nochmal drei bellflowers auch wenn sie rotten sind vielleicht nicht verkehrt ich weiß nicht kannst du so schnell ausholen wie machst du das auch ach ja die bell der noch nicht aus meinen fehlern so so hier war unter wasser das mag ja das sein irgendwo muss das im mädchen ja dann sein im grave ja gute nacht hier wäre sogar noch eine bimmel ist auch schön just in case we die ich würde sagen unten links so irgendwo ganz abgeschottet bestimmt erinnere mich halt nicht ist halt auch schon wieder zwei wochen her ne kein plan so aber danach ist ja nicht mehr viel zu tun dann gehen wir auch zum boss würde ich sagen ne weil diesen einen ort checke ich nicht wo wir den raum finden das nervt mich halt sehr leider weil ne vor allem wenn man sonst 99% hat hier ist gar nichts ok hier war es schon mal nicht dann haben wir noch einen anderen raum der irgendwie abgedingelt ist höchstens der einzelraum dass wir uns rollen können wir können nicht vernünftig ringen und so aber auch so wir können der schnitt rollen als wäre es nicht wasser so jetzt will ich wieder hoch so groß ist das gebiet oh vielleicht sehe ich das auf der karte wir haben ja noch die karte bekommen ich bin ja dumm ne äh so trainieren grave da war so klein ich erkenne da nix war da auch nicht eingetragen ach doch der shroom ist ach da sind wir gerade dran vorbeigeschwommen ob kriegt man da vielleicht nur den mushroom das kann natürlich auch sein kann sein dass man nur da den mushroom bekommt leider keine impfmädchen eingetragen warum auch weißt du wenn dann sollte auf so einer karte auch wirklich alles sein finde ich nämlich pingelig links sollte nämlich die glocke sein und der mushroom kann ja sein dass wir da den mushroom bekommen haben haut das hin mit der katze und so dass wir da unten durchgegangen sind kann gut sein ne ähm gehe ich mal zurück in diesen einzelrauben doof weil ich war das impfmädchen halt ach da ist die location da ist nur die location für den mushroom bestimmt dort ah wie doof ja das war da mein fehler da hätte ich ja besser loan imp so da ist das nicht in der room der impf das sie haben keine business mit uns später in der game finder der dirty shroom go back to her und sie will give you an item for it es nur gut wenn du ein bestimmter equipment aha in exchange for der dirty shroom sie gibt 3 roten bellflowers diese, unlike die normalen bellflowers which are essentially esters flasks in der game harm you das ist gut für die necklace item which doubles your attack damage when you when your health is low ok never mind gerade ein video gefunden wie die tür bei der leiter aufgeht zum kloster teleportieren da steht eine alte dame in schwarz gekleidet der musste das soft tissue geben ach hat doch nicht mit den 100% zu tun ja ok wo bin ich dann gehe ich mal zurück da immerhin etwas aber voll danke fürs nachgucken ey super lieb weiß ich total zu schätzen ich weiß wie doof es ist in so videos nachgucken zu müssen äh kloster war richtig sie hier hallo unter des heiligen schutzes unseres gottes lasst uns beten für die seelen der verstorbenen und für die die von der dunkelheit verschlungen wurden bitte mein gott hab gnade für die seelen meiner armen schwester damit sie in frieden ruhen kann dieses tuch das ihr besitzt es gehörte meiner kleinen schwester würdet ihr es mir geben reiches tuch aber geben mies das war voll das gute item vielen dank für diese freundliche geste ja dann hoffe ich jetzt mal stark für dich dass das jetzt offen ist madame ach gut hehehehe oh ok er ist jetzt ein optionaler boss es töte ich dich wie kommst du hier hin du warst hinter mir wie meine verstorbene schwester seid ihr eine gefahr für die krone scheiß die wand an ey ich konnte kotzen ich kann nicht unter dich herum ich kann nicht unter dich herumstehen wenn ihr tut was immer ihr wollt betet dass eure seelen in frieden ruhen wird ok ok das ist ähm ja ähm ähm ja ähm kann ich kann ich kannst du geht doch so so ist vielleicht machbar äh 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 oh man mach das ding weg das ist nervig was immerhin macht sie es dir trotzdem schaden oder nicht ja gut wir lösen das dann so ne weil du hast richtig wumms und ich hab Angst vor der ich hab Angst vor dem mädchen ja gut so kann ich sie eh nicht angreifen glaub ich ne wääh ja wääh ja läuft bei uns ne komm jetzt mach auf ich hab nicht so viel Zeit hier nach die macht britzel britzel gefällt mir nicht nein ich hab äh 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 ok ok läuft bei uns wir machen das dann weiter Ei, 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 ei. Nee, nee. Kriegst mit Habgnade. Deine Mutter. Deine Mutter hat Gnade. Au. Es ist mir so egal. Ich wurde einfach in diesem Boss-Fight jetzt geschummelt. Ich wurde einfach in diesem Boss-Fight geschummelt von euch. Ihr Miesen. Ihr Miesen. Let's try. Sie so, ah, meine Schüchen. Was krieg ich dafür? Nix. Nix krieg ich dafür. Und wisst ihr, was jetzt weg ist? Mein weißes, mein weiches Tuch. Das ist jetzt weg. Hi. Ich bin ein bisschen froh über meine OP-Pfeile. Ach so, die Olle ist jetzt auch weg. Was habe ich dafür gekriegt? Gar nichts. Außer den Raum. 99 Prozent. Deine Mutter hat 99 Prozent. Ich komme immer noch nicht in den einen Raum, in den ich rein will. Ich muss in diesen Raum. Wo ist das Imp-Mädchen? Also wir müssen das schon gemacht haben. Ja, aber wir haben... Doch, wir haben vielleicht diese Bellflowers doch schon bekommen gehabt und sie benutzt. Und die erholen sich ja nicht, ne? Wie komme ich in diesen einen Raum? Wir gehen da jetzt nochmal hin. Wie kommen wir in diesen einen Raum? Also der eine Raum, da wo du gerade gerätselt hast. Wo auch das Blatt da reinigt wurde. Ja, ja, ja. Ich höre. Ich wollte nicht spoilern. Du. Du. Wir sehen uns in der Hölle. Sag das Internet folgendes. Was sagst du denn so? Hinter mir. Hast du gehört? Die ältere Schwester des Ordens ist zurückgekehrt. Sie ist eine der Hofautoritäten, die sich um das Klöster kümmern. Vielleicht ist es in deinem Interesse, sie kennenzulernen. Ja, ich weiß nicht. Okay, ich schau mal. Danke. Passt du so? Der Königsoffekt mir regiert uns einen Wundern, seit das Königreich dem Fluch verfallen ist. Falls du sicher sein willst, geh dich nach draußen. Ja, das passt schon. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Äh. Wo bin ich? Ich bin ein bisschen weit unten. Wo muss ich hin? Ich hab die Überblick verloren. Wo muss ich hin? Äh. Wo ist denn jetzt der Raum? Ich, ich seh's nicht. Wo? Ähm. Wo war das denn jetzt? Ja. Der Raum ist weg. Nichts dumm? Wenn's dir hilft, ich seh's auch nicht. Okay, das beruhigt mich. Doch, ach, direkt links von uns. Ach, da. Okay, wir sind genau richtig. Wir sind ein bisschen hoch. Okay. Okay. Ich dachte echt so, ich hab's jetzt nicht mehr alle, ey. Hör mal zu. Fils Flitsche. Ich bin gereizt. Ich will da jetzt hin und ich will den Raum jetzt finden. So. Hoch und links, ja. So. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. Mit eurer Hilfe schaffen wir das, ne? Das heilige Internet hilft uns. So. Oh, das rollt einfach durch mich durch. Okay. So. To the left of the pink bouncy thing, do a down and jump. Aber nicht hier, oder? Bei dem linken, bei dem rechten, ne? Das sind Scherze, oder? Ich weiß auch nicht wie, wirklich. Da hoh'n einen Jump. Achso, hier. Hier? Oder einem anderen? Gibt ja zwei, ne? So. Down and jump. Down and jump. Aber ich check halt nicht. To the left of the pink bouncy thing, do a down and jump. Also, ich bin jetzt to the left von dem. Da tut sich jetzt nix. Der ja auch nicht, ne? Vor allem down and jump. Ich esse. Also, oder meinen die halt hier? Boah, wie mies. Guck mal. Ich klatsch dich. Nein. Boah, wie mies. Wie soll man das denn finden? Guck mal. Du musst dich ducken. Und dann halt einfach runter. Ist doch easy. Wie soll man das denn? Wie soll man das denn finden? Da hat auch jemand eine links-rechts-Schwäche. Ja, ich glaube auch. Da stand doch to the left of the pink bouncy thing. Heißt links davon. Oh, jetzt haben wir es endlich. Immer noch nur 29, 99 Prozent. Wir haben dabei hoffentlich nichts mehr übersehen. Das ist ja nur noch der letzte Raum oben wahrscheinlich noch gilt. Der Bossraum. Hoffe ich. Bin ich kotzig. Oh, danke. Ich hätte das niemals gefunden. Ich dachte, ich müsste das kaputt machen. Mann, Mann, Mann. Danke. Wo ist denn die Bimmel? Ist es gar keine Bimmel? Hier ist... Auf dem ganzen Weg ist es ja keine Bimmel. Wuch, okay. Ich bin jetzt so nicht mehr im Kopf. Krass. Ich sollte ihn verheilen. Habe ich nur durch drei Guides gescrollt? Ja, glaube ich sofort. Krass. Danke. Hätte ich im Leben nicht gefunden einfach. Können wir so stehen lassen auf jeden Fall. Es gibt natürlich noch ein, zwei Items, die ich jetzt nicht habe. Weiß ich nicht, ob ich die brauche. Wahrscheinlich eher nicht. Könnte hilfreich sein. Muss jetzt nicht. Wir gehen mal zu Bimmel. Aber... Ich finde es ein bisschen schade, dass wir gerade für den optionalen Boss halt gar nichts bekommen haben. Wir haben nur ein gutes Item dafür verloren. Ein bisschen schade. Nein. Erstmal speichern. Und... Teleport. Ich denke, das müsste das letzte sein oben. Jetzt müssen wir leider den ganzen Weg noch hoch. Ganz hoch, ja. Aber wir gucken nochmal. Jetzt... Vielleicht ist jetzt in dem Raum was... Warum denkst du das? Wir sind ja immer noch nicht bei 100%. Wo die Olle weggeknallt wurde. Meinst du die Schwester? Warum denkst du, dass da jetzt was sein sollte in dem Raum? Äh, wo war denn die Olle? Hier rechts, ne? Da können wir ja nachgucken. Wir sind ja eher um den Weg. Ist nicht spannend. Also... Ein bisschen hier ausweichen, üben. Achso, du meinst, wo die Schwester war. Entschuldigung. Die leuchtenden Kügelchen am Boden waren, als wir rein sind, nicht da, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ne. Du meinst, die Schwester, nicht die andere. Die Schwester war ja da unten. Dann teleportiere ich mich da mal eben hin. Ich hab's gerade falsch im Kopf gehabt. Ähm... Was ist los da? Was für Kügelchen? Äh, so tief. So. Ich kann mir halt schlecht vorstellen, dass es für den Boss gar nichts gibt. Oh. Also das hier gibt's halt, aber das sind ja nur Kerzen. Ne. Ne, wir haben irgendwie wirklich gar nichts bekommen für den Boss. Ist halt wirklich einfach nur ein optionaler Bossfight. Der an sich cool gewesen wäre. Weird Flex, ein bisschen. So, dann... Aber zum Boss-Boss. In der Hoffnung, dass wenn wir den Bossraum komplett aufdecken, auch die 100% haben. Sonst breche ich ihn ins Essen, ne? Weil ich nicht weiß, wo wir noch was übersehen haben sollen. Weil an sich... Hab ich kein Problem damit, etwas nicht zu handeln, per centen. Es sei denn, ich bin bei 99%. Dann regt mich das schon ein bisschen auf. Ah ne, hier lang ging ja gar nicht, ne? War richtig? Man musste ja links rum. Ich erinnere mich. Mein Teil hochging nicht. So. Ach ja. Da oben nochmal ne Birne? Ja, okay. Birne sagt zu fallen. Ne Birne. Ich glocke, du Kind. Naja, ähnliche Form, ne? Ähnliche Form. Da geht's, ich springen. So. Ich seh dich. Boah, fängt gut an, ey. Naja, wir können uns ja oben nochmal heilen. Ist nie so wild. Wo muss ich lang? Rechts, okay. Oh, ey. Komm ich da auch rüber? Ah, der ist gar nichts. Oh. Da ist nur der Öffenbeinkäfer. Wie soll man das denn überleben? Geht auch gar nicht. Übernimmt er das jetzt? Zehn? Ne, neun. Wie soll man das denn überleben? Wie soll das denn gehen? Ich habe Fragen. Also ernsthaft. Wie soll man das denn überleben? Wie soll man denn wieder zurückkommen? Doppelsprung hin und dann wusch zurück. So viel ist mir der jetzt auch nicht wert. Wir haben eh nur zehn von zwanzig. Da ist mir relativ wurscht. Die hundert Prozent haben wir nämlich dann nicht. Und das ist auch in Ordnung. Muss ich noch die Hälfte der Kacke da finden. Ich habe kein Problem, wenn ich nicht 100 Prozent habe. Aber ab 95 kommt dann diese 5 Prozent. Mache ich jetzt auch noch. Ja, genau. Es sei denn, es ist versteckt in irgendwelchen beschissenen Minispielen. So wie in Kingdom Hearts oder so. Da habe ich die Platin-Trophäe jetzt auch nicht geholt. Weil, ähm... My Sanity war irgendwie wichtiger als diese scheiß Minispiele, ey. Au! Kannst du bitte hochfahren? Ey, willst du mich verarschen? So. Jetzt sind der Gegner da unten, ey. Ich bin jetzt ja richtig auf dem Piss. So. Ähm. Ich sehe, dass wir auf dem Weg da hoch noch sterben. Wir haben das schon oft genug jetzt hier gesehen, ne? Würde ich sagen. So. So. Ähm. Ach, der Sprenger ist wohl. Ist mir egal. Yeah. Roll dich durch. Katzi. Du hast dich gegoogelt? Okay. Hast du was Interessantes rausgefunden? Die droppt was. Aber nur, wenn du kein Damage nimmst. Ah, lol. Die hast du okay. Ich komm klar. Ich komm klar. Ich kann sie auch jetzt von ihnen nicht nochmal machen. Das ist halt richtig mies, ne? Du hast dann nur eine... Ein Versuch dann, basically. Also, wenn du sie halt schaffst. Hä? Nee, Moment. Ich bin falsch aufgebogen. Wo hätte ich nochmal hoch... Hehehehe. Ups. Ja, nun. Machen wir es halt doch mal, ne? Ist ja... Kein Problem. Wo hätte ich denn da hochgemusst? Eieieiei. Guten Morgen, ey. Dabei spielen wir gar nicht One Piece. Und ich spiele gar nichts. Zorro. Ähm, ja. Den Weg nochmal. Den Weg nochmal. Genau. Boah, nervt dich nicht, ey. Danke. Ich hab nicht aufgepasst. Aber wo bin ich da? Ah, da hätte ich hochgemusst und dann links. Okay, mein Fehler. Ich mein, ja. Gut, was ist denn sonst, ne? So. Sehr smooth. So. Nochmal Katze. So. Okay. Katze rollt, Katze rollt. Okay. Okay. Wie müssen wir hoch? Wie kamen wir denn da hoch? Oh, kamen wir da nur... Wie kamen wir da hoch? Like, legit, wie kamen wir da hoch? Äh. Was? Wir kamen gar nicht von hier da hoch, oder? Ich hatte alles so... Ah, über die Brücke. Leck mich doch. Scheiße. Ja, ja, ja. Ja. Finde ich nett, dass ihr mich daran erinnert habt. Finde ich gut. Ja, ja. Immerhin ist es nicht nochmal der gleiche Weg nochmal jetzt, ne? Ach, so war das. Ey, wir haben schon wieder so viel seitdem gemacht, dass ich es einfach schlichtweg vergessen habe. Nein! Hopp! Auf einen Mühe nicht genau gesprungen. Mein Fehler. Nie zieht wir das LP in die Länge. Ach ja, man darf nicht zu früh springen, weil die passt sich einem ja leider an. So, egal. So, wir machen jetzt noch mal in Ruhe. Ist auch richtig rechts, ne? Ja. Okay. Hier! Hier! Oh, es ist wirklich knapp. Das mag man gar nicht so denken. So, aber hier hoch, ne? Gut. Frag ja nur. Ja, ja, leck mich. So. Nehmen wir noch 2000 Übels hin, die wir nicht brauchen? Ah, okay. Doch nicht hier hoch. Ach, guckst du einmal nicht nach! Ey, unser Metroidvania bin ich trotz Karte mega der Zorro einfach. Das ist nicht ein eigenes Kompliment, so wirklich. So. So, da war sie. Dann habe ich die Passivflora bekommen. Dong! So, 1990 haben wir auch schön. Knapp an meinem Geburtsjahr vorbei. Speichern. So, ich habe jetzt ein bisschen Angst so vorm Endboss. Das ist irgendwie uff. Da habe ich, äh, das ist immer der Moment, wo ich als Kind immer dann einfach aufgehört habe zu spielen. Ach, ist auch gar nicht die letzte Glocke. Lol. Ich honk. Und ich mache mir schon wieder Sorgen für nix. Warum bist du rot? Was ist auch immer? Ach ja, hier war ja der Boss. Stimmt, ja. Der eigentlich ganz cool war. Eigentlich. Das war nicht ganz cool. Ich erinnere mich. Ach so, die kamen auch noch. Räuft. Egal, lass mir in Ruhe. So. Kann ich auch, weißt du? Äh, 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 nicht fallen. Nicht noch fallen. Komm. Musst nicht. Gar nicht übertrieben, der Raum hier. So. Ja, ja, komm. Ich muss irgendwie nur mal am Rand stehen. Ah. So. Wir werden dann jetzt auch mal da. Gleich. Ah, wir haben 2000 geschafft. Wir haben das Jahr 2042. So. 2062 klingt auch super. Als wir überhaupt noch ein Leben. So. Nochmal beten. Beten, dass uns nichts alles zerreißt. Nochmal checken, was wir eigentlich für Eitops haben. Hm. Ähm. Dazu werden wir nicht so brauchen. Dann kurz hatten wir 43. Das stimmt. Kristallsamen. erhöhter Angriff bei niedriger Gesundheit um 100%. Ist natürlich nett. Ah, das ist die mit der Halskette. Dann hatten wir das mit dem Impfweg wirklich gemacht. Geld ist egal. Angriff sagt gewaltig, aber kann auch Raserei hervorrufen. Dann würde ich erst mal sagen. Ähm. Boah. Ja. Ich weiß ja nicht, was wir brauchen können. Der Wind jetzt so gut. Die Passiflora ist vielleicht auch besser, ne? Obwohl. Die kann man ja immer noch ausrüsten. Äh. Vielleicht den Geist. Keine Ahnung. Ja, Happy Dying, würde ich mal sagen, ne? Eigentlich würde ich gerne vorher noch Pipi machen. Aber nur, wenn der sehr schwierig ist. Ne? Also, wenn der easy ist, dann ist der doof, wenn ich eine Pause gemacht habe. Und so. Explorer. Wir sind Dora. The Explorer. Oder Zorro the Explorer. Ja, haben wir auch gesehen heute im Discord. Okay, cool. So. Das heißt, wir können jetzt erst mal das hier schon mal auswechseln. Ähm. Was macht das? Was macht das? Das stimmt nicht gut. Okay, cool. Au. Okay. Au. Äh. Okay. Okay. Uh. Money. Okay. Okay. kann es ja eigentlich noch nicht sein da wir auch so langsam sind einfach im schlagen mache ich lieber per fernkampf bis wir mal da wirklich was machen ist ja 100 pro die erste fahrer oder so was vielleicht wäre irgendwo weil weil ja genau war klar das muss nicht mal feine form ja schade okay gut zu wissen ja wo soll ich hin wo soll ich hin ja schön hübsch oh gott okay macht mir das schaden wenn ich dauer ja das schon macht sinn oh gott okay cool nochmal ja ich dachte ich krieg da ja 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 Das dauert alles so lange mit den Magie-Sachen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich weiß, warum ich auf Pfeile gehe. Weil wenn die da explodiert, wenn ich an ihr dran stehe, bist du wahrscheinlich ziemlich schnell tot. Nein, bitte nicht wieder ausrasten hier. Das dreht sich doch wieder, ne? Die Frage ist, hat sie zwei Phasen oder drei? Ich war zu nah dran. Was habe ich gesagt? Ärgerlich. Ich hätte die Phas gehabt. Mist, 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 Mist. Ich war zu nah dran. Ich weiß, warum ich auf Abstand war. Mist, 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 Mist. Ärgerlich. Ärgerlich. Knappinski, ja. Die meckert ja eh nicht lange. Da brauche ich auch nicht skippen. Ja, ja, komm. Wow, das fängt ja mal ziemlich flottig jetzt an. Auf ihn mit zu spawnen. Das gefühlt ist in der zweiten Phase schon. Was macht das Gleiche? Was die in der zweiten Phase gemacht hat. Iiuiui. Ich habe das zu tun. Oh, ey, oh, ey. Warte. Ey, ey, ey. Ich muss weg. Ich muss weg. Ja, explodiert eventuell. Ey, 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 gleich. Ja, okay. Nicht so falsch. Ja, okay. Nicht so falsch. Nicht so nah dran sein. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt auch schon explodiert gleich. Boah, ich ballert aber auch, ne? Boah, ne Zippe. Hm. Seh dich da kommen, du. Olle. Ha. So. Next. Ich fühle mich wie in seiner Choreografie gerade. Uff, uff. nein die konnte explodieren ja genau heilen welche poste machen aber spaß also noch noch hat dann ist okay machst du dir dasselbe da immer so lang ist langweilig wenn man weiß wo man stehen muss kann ich mich heilen kann ich dinge tun so könnte ich sogar holen kann ich magie machen in dem moment das erst mal theoretisch jeder tag ist klar hat es nicht mehr so viel gebracht aber generell ist langweilig ich weiß aber ich warum sollte ich wenn ich eine fernkampfwaffe habe mich in diesen arschloch radios bewegen ja das macht ja gar keinen sinn königin von kars die olle zippe aha aha ja cool ja da hätte ich was für dich da geht das nicht wenn man das hat ja auch ein bisschen damage gemacht noch freuen wir uns nicht würde ich nicht anders machen okay ich habe sehr viel geld bezahlt für diese guten pfeile ich kann hier nicht weg scheiße scheiße dritte oh fuck okay cool okay 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 cool 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 was macht es okay cool ah ja 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 voll reingerollt ey scheiße au was hat mir wehgetan was au au wie fies okay pfeile das ne macht es gleich wieder bumm ja okay oh wie fies ein armer rechter jetzt aber Mein Puls, ne? Geil. Geschafft. Eigelb. Man muss jetzt selber geopfert, um sie zu reinigen in ihrem Reifrock. Ich weiß nicht. Aber lief gut. Geh tot und bleib tot. Der Kampf hat tatsächlich richtig viel Spaß gemacht. True Ending haben wir bekommen. Oh, weil wir, glaube ich, das Blatt dabei hatten. Weil wir sie reinigen konnten. Als der Fluch des Ostens das Dorf von Lunn erreicht, wurde eine Priesterin auf eine heilige Mission geschickt, um ihn zu versiegeln. Die Priesterin triumphierte über die Dunkelheit und stoppte die Verbreitung des Fluchs, indem sie ihn in sich aufnahmen. Der Körper löste sich an diesem Tag jedoch in Luft auf. Heutzutage bleibt lediglich eine verblasste Erinnerung, die als Tradition über Generationen weitererzählt wird. Doch selbst so lebt ihr Wille der Entschlossenheit weiter und leitet jüngere Priesterinnen in Richtung Frieden. Wir haben das gute Ending bekommen, weil wir dieses Blatt gefunden haben. Nur mit diesem Hibiskus-Blatt, äh, Hibiskus-T-Blatt, geleitet und designt von Guillaume... ...den Martin? Weiß ich. Nur deswegen haben wir das true Ending. Ich bin sehr glücklich. Sonst hätten wir wahrscheinlich den Fluch nicht versiegeln können. Sonst hätten wir sie vielleicht töten können, aber der Fluch wäre vielleicht geblieben. Oder sie wäre zumindest... Oder die Königin wäre dabei gestorben. Vielleicht hätten wir den Fluch aufnehmen können, aber vielleicht wäre die Königin krepiert. Die kann ja auch nichts dazu. Glaube ich. Ja, das ging tatsächlich, ne? Wie oft bin ich gestorben? Einmal? Zweimal? Weiß ich jetzt gar nicht. Zweimal, oder? Hab ich mir vergessen. Stimmen? Welche Stimmen? Also. Die Stimmen. Also nur die... ...stimmen wahrscheinlich. Na? Humalarios? Das üben wir noch. Zweimal war's, okay. Nein, die Übersetzung an sich ist gut. Es ist nicht fehlerfrei, leider. Aber... Ja, mich fragt ja keiner, ob ich was übersetze, ne? Oder wenigstens Proofreading wäre manchmal gut. Ich finde immer, wenn man Leute, also an, ran holt, also warum bewerbe ich mich denn irgendwas zu übersetzen, wenn ich dann halt so viele Fehler mache. Aber naja, zumindest würde ich wen drüber lesen lassen, aber es ging alles noch. Wir hatten schon viel schlimmer. Ich bin tatsächlich auch glücklich, wie schnell das ging. Ich dachte so, ui, in der dritten Phase würde ich 100 Pro nochmal sterben, weil man muss die auch erst lernen. Aber die fand ich tatsächlich sehr einfach. Ähm, wir mussten uns nicht mal noch mehr... Also wir hatten noch unsere Passiflora. Brauchten wir, glaube ich, gar nicht. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Schön! Ich freue mich. Gutes Spiel. Also mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie spannend sowas ist zuzugucken. Aber ich bin so dankbar dafür, dass ihr da seid, da wart und mir geholfen habt, diese ein, zwei Räume zu finden. Denn genau das hat uns das True Ending beschert. Aber tolles Spiel. Ich mag immer noch den Pixler-Stil. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf das neue Game. Das kommt ja auch bald, TM. Ich kann dir noch sagen, wo der Geheimraum für die 100% Map-Completion ist. Oh ja, bitte. Ich dachte, das hätten wir jetzt gerade gekriegt. Also mit dem Bassraum. Wo ist denn noch einer? Ach, wie mies. Gucken wir uns gleich an. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ist doch okay. Oh, ich bin immer froh, dass das alles so gut geklappt hat. Ah, vielen Dank fürs Spielen. Spielen sogar großgeschrieben. Ja. Dinge, die mich abholen. Schön. Möchtest du deinen momentanen Speicherstand überschreiben? Ja, gerne. Dadurch wird deine Reise von vorne beginnen. Dann nicht. Mit ein paar Änderungen. Nee, dann nicht. Kein New Game Plus. Dann ist alles klar. Mit ein paar Änderungen. Auch spannend. Finde ich gut, dass es New Game Plus gibt. Finde ich immer sehr lohnenswert dann. Mal sechs Stunden gerade mal. Gut. Sag an. Cyberlord. Ich bin bereit. Wo ist denn noch der letzte Raum? Also es muss ja wirklich ein geheimer Raum sein. Denn ich glaube, ich sehe nirgendwo noch eine offene Stelle. Geheime Räume sind mies. Also so komplett geheime Räume. Finde ich schon ein bisschen gemein. Wie willst du die ohne Walkthrough finden? Nicht? Das sehe ich keinen. Hey, hallo. Lass ihn uns channeln. In der Monastery. Der Raum über der Glocke ganz rechts. Ja. Über welcher Glocke? Der. Also der. Also die Glocke, die jetzt im Bildschirm. Warte. Die direkt an meiner Kamera ist. Die, meinst du? Zum Zuschauen war es übrigens echt super. Das freut mich. Ich mag diese Souls-like-Metroidvania-Spiele sowieso sehr gerne. Und jetzt zockst du noch Blastfilms durch. Not today. Meinst du die Glocke, die direkt neben mir ist? Okay. Und da drüber? Der Monastery. Der Raum über der Glocke. Okay. Dann. Wie mies. Weiß Monastery. Teleport Kloster. Ist ja leider noch ein bisschen wehig bis dahin. Aber das haben wir. Die Zeit haben wir. Daran soll es nicht scheitern. Was ist denn der kürzeste Weg? Durchrennen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. What could possibly be wrong? Hier müssen wir wahrscheinlich hoch. Hier können wir hoch. Hier müssen wir da hochgekommen sein. Hier können wir nicht hoch. Wie sind wir denn da hochgekommen? Wir waren da ja offensichtlich schon mal. Hä? Fällt man da runter? Ne. Da wäre das ja offen, oder? Oder fällt man da rein? Das kann sein. Ne, doch nicht. Okay. Man kann hoch. Ah, hier ist zu. Raum mit der Glocke. Ja. Kann mich leider nicht rein. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Brauche ich einen Charlousel, den ich nicht habe? Vielleicht nur im New Game Plus, wenn man den Boss schon einmal besiegt hat? Das ist mies, wenn man das Spiel nicht 100% kann beim ersten Mal. Es gibt nämlich so ein, zwei Kämpfe, auf die ich echt nicht noch Bock hätte. Die Map steht bei 99%. Ja. Richtig. Lauf. Ja, die Map steht bei 99%. Sollte sich dann eigentlich öffnen? Läuft wieder. Läuft wieder bei mir, ne? Toll. Ja, aber die Wunder kriege ich ja nicht, weil der Bossraum ist der letzte Raum. Und für den Bossraum muss ich den Boss ja machen. Ich wüsste nicht, wo ein Raum fehlt. Weißt du, was ich meine? Wenn wir mal, ähm, warte. Zum Titel. Wenn ich lade, könnte ich oben beim Boss nochmal enden. Das weiß ich nicht. Unten links war noch... Nein, hör auf. Wo? Wo? Gucken wir mal. Habe ich immer noch was verpasst? Willst du dich verarschen? Wo? 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 Ganz unten links, neben dem Dreieck. Was für ein Dreieck. Was für ein Dreieck. Glocke, also. Äh, ja, es gibt so ein paar Glocken. Äh, geht das spezifischer? Ganz unten links, neben dem Dreieck. Also neben der Glocke. Wenn du, hier, jetzt, äh, äh, warte, wir machen das so. Die, die, ah, äh, diese Glocke, ähm, da ist ja nicht offen. Es geht ja immer nach Mitte hin auf, nicht nach unten hin. Und das wird man sehen, wenn da offen ist. Äh, äh, da ist nicht offen. Siehst du, wie es nach rechts immer mittig aufgeht? Das würde man sehen. Genau wie der in der Glocke daneben. Siehst du hier die Glocke, die jetzt an der Kamera ist? Da sieht man auch, daneben ist er noch offen. Das überschreibt leider nur den Dingens. Das sieht da aber offen aus. Schade. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, dass der Raum nicht offen ist. Auch gesehen davon, das war schon Waren, aber... Wie soll ich denn 100 Dingens... Ich, ich gehe mal in den Bossraum ein Stück weiter. Immer noch. Jetzt habe ich sogar das schon, ist immer noch 99 Prozent. Du musst... Wie soll man das denn machen? Wie soll ich denn 100 Prozent kriegen, wenn ich den Boss machen muss dafür? Weißt du? Wie soll das denn gehen? Check ich nicht. Weil noch weiter gehen kann ich nicht. Dann fängt der Bossfight an. Verstehe ich nicht. Selbst wenn ich New Game Plus hätte, würde er alles überschreiben. Hm. Ein bisschen doof. Ich kann ja auch noch mal auf die Map gucken. Meine Mauszeiger. Aber... So, ich gucke noch mal alles. Ja. Da geht es komplett durch. Bis zu dem Einer. Dann das. Dann das. Haben wir alles. Ne. Dann. Ähm. Ihr seht, es ist die andere Map natürlich nicht, mit der ich abgleiche. Aber ich gehe jetzt noch mal durch. Aber das haben wir auch. So. Bis dahin links war alles fertig. Da auch. Da geht es nur geradeaus. Da ist auch nichts. Unterschiede, die kann ich mich immer ganz gut sehen eigentlich. Alles fertig. Fangen wir jetzt mal oben an. Da oben kommt halt noch ein Raum. Also der Bossraum geht halt noch ein Feld weiter. Aber dann fängt der Bossfight halt an. Wie soll das denn gehen? Ne. Das verstehe ich halt nicht. Man müsste eigentlich mal googeln, wie man 100% Map bekommt. Weil... Eigentlich voll unmöglich. Man kann es ja aus dem Bossfight nicht fliehen. Würde ich ja dann machen. Aber... Ich sehe auch schon dieses Drei-Frage-Zeichen-Ding. Ja. Aber... Hm. Hm. Also da... Bei Leibe finde ich nichts mehr. Haben alle Räume aufgedeckt. Äh... Alle Räume da. Deckt sich komplett. Ich sehe auch so, was die Form der Dinge ist. Haben alle Räume aufgedeckt. Dann checke ich nicht, wie man 100% kriegen soll. Schade. Mach mich ein bisschen traurig. Weil... Wie soll das gehen? Hm. Wenn es drüber gespeichert wird, ist es New Game Plus. Dann fängt es bei Null an. Also wie kriegt man 100%? Wie kriegt man 100%? Also... Really. So... Wir gucken mal. Momo, Dora, 100% Map. Wie soll das gehen? Ja, ich weiß, wie die aussieht. Ist das klar? Ähm... Ja gut, klar. Du kannst auch 20 Käfer sammeln, wo auch immer. Die anderen 10 sind kein Plan. Ähm... So. Ich will kein Guide dazu. Ich will nur wissen, wie man das letzte 1% freischaltet. Hm... Explorer. Aber Explorer Achievement habe ich bekommen. Except. Explorer habe ich freigeschaltet, als ich... Okay. Also ich habe 100%. Weil du schaltest es in dem Moment frei, wenn du den Bossraum jetzt betrittst. Ich habe den Explorer... Die Explorer... Äh... Trophäe bekommen. Ähm... Also gezählt hat er es. Bringt mir jetzt nur nichts für diesen Secret Room. Das bringt mir halt nichts. Ähm... Ja. Kein Plan. Finde ich jetzt aber auch nichts so. Aber ich habe das Achievement. Es ist schade, dass wir in den einen Raum nicht gucken können dann. Aber... Ja. Weiß ich, wie ich auf 100% hier kommen soll. Weil die Olle fängt ja direkt an, jetzt zu... Murcheln, modeln. Ähm... Wenn ich da reingehe. Denke ich mal. Vielleicht erst im New Game Plus offen. Muss ja eigentlich, ne? Gibt es da alles einen Schlüssel für? Nö, 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 nö. Erreicht den nächsten Raum auch nicht, bevor die kommt. Nö. Sonst Belohnung, denke ich. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt vielleicht auch der New Shit. Ah, jetzt ist schon dicht. Ja. Jetzt kommt sie schon. Oder? Ne, doch nicht. 100%. Raus. Wir haben 100%. Wir haben es ganz leicht getriggert, ohne den Boss zu triggern. Huhuhuhu. Hab ich nicht mit gerechnet. Hab ich nicht mit gerechnet. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit fortschreiten, ohne die Olle zu triggern. Und den Hund. Wieder voll in die Fresse. Egal. Egal. Mies. Richtig mies. Cheater. I wish, ey. Dann hätte ich mir viel Stress erspart gerade. Aber ist ja schön. Ist ja gut. Und jetzt ist hier nichts. Ich wettele. Ich lache mich tot. Hallo, spring doppelt, bitte. Danke. Jetzt so extra Bossfight. Sprechen? Sprechen mit wem? Willkommen im Entwicklerraum. Glückwunsch, dass du es so weit geschafft hast. Hier kannst du dir Entwickler kennenlernen. Na. Okay. Das brauchen wir nicht, aber ist schön. Willst du wieder zurück? Lauf einfach nach links. Sprechen. Melo, ich hoffe, dir macht Momodora Spaß. Was auch immer wir als nächstes machen. Ich hoffe, du freust dich auch darauf. Ja, auf das neue Momodora-Game zum Beispiel. Cute. Schöner Abschluss. Nun aber wirklich GG, ja. Oh, mein Entwicklerzitat. Äh, ich hab mir noch keins ausgedacht. Äh. Rodayne sagt, ich brauche Urlaub. Ich denke, das könnte ich sagen. Fennan. Oder Herrennan wahrscheinlich. Du kannst alles schaffen, solange du daran glaubst. Gib nicht auf, mein Freund. Man sieht sich. Cute. Ey. Ich hab nichts für dieses Spiel getan. Glaub ich nicht. Glaub ich nicht. Okay. Okay. Aber weiter können wir nicht. Okay. Na, das war süß. Cute. Ich find's immer doof, weil man kommt ja meistens von links. Man spricht die Leute von links an. Und dann springt man immer so, dass man direkt vor den Leuten steht. Das ist nicht so ganz, ganz schlau gemacht. Sie macht immer einen Satz nach rechts, anstatt einfach, äh, in irgendeine Richtung. Och. Na, das war leider nicht viel. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, aber ist trotzdem süß. Cute. Äh. Ja. Das war Momodora, Reverie Under the Moonlight. It was a lot of fun. Rush, 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 rush. Hui. Hui. Hast du irgendwas Nettes? Können wir für irgendwas noch Geld ausgeben? Nein. Das ist eins, was wir noch machen können. Wir können doch alle Items kaufen und noch alle Käfer sammeln. Aber da hab ich jetzt auch weder Nerven noch Bock drauf. Schön. Reichen. Hui. Ja, nice. Also in dem Raum kannst du da noch als Katze runter... Oh, hab ich das übersehen? Danke fürs Bescheid geben. Hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht gesehen. Hier. Ja, aber hier ist nix. Vielleicht ist dann drüben noch was? Aber gute Idee. Ich hab gar nicht dran gedacht. Aber hier ist ja nichts mehr. Fadi. Bist nix. Nee, aber eine gute Idee. Trotzdem. Wir bleiben einfach hier. Wir sind hier in guter Gesellschaft, würde ich sagen. Ist schon sehr cute. Na. Gut. Süß. Diese Mimik, ey. Es war ein sehr schönes Spiel. Gut, dass ich das entdeckt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das entdeckt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das entdeckt habe. Keine Ahnung. Durch Zufall. Aber war schön. 100% Map. Das muss man sich auch erst mal geben. Haben wir alles komplett. Gutsch. Ah, so schön. Boah, Gott. Die Bubis haben dich angesprochen im Screenshot. Nee, der Stil hat mich angesprochen. Generell. Es war einfach so wahnsinnig schön. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie ich trotzdem drauf gekommen bin. Ob ich einfach nur... Ich glaube, ich bin tatsächlich random durch die Indie-Game-Liste bei Steam gegangen. War wirklich toll. Leg's mir auch noch zu. Macht wirklich Spaß. Und bald kommt auch der nächste Teil. Ich gehe schon mal rüber bei mir. Öh. Gucke mal eben bei Steam. Momodora. Ob zum neuen Teil schon was steht. Momodora Moonlit Farewell heißt das nächste. Gleicher Stil, basically. Bevorstehende Ankündigung. Es gibt noch kein Datum, leider. Auch noch keinen Zeitraum. Ähm, warte, ich zeige euch das mal. Also, das ist der nächste Teil. Den könnte man richtig brav wuscheln, würde ich mal sagen. Der sieht noch ein bisschen fresher aus. Alles ein bisschen kleiner. Aber sehr hübsch. Oder ist eine sehr üppige Zelda. Also, ich kann es ja auch theoretisch mal zeigen. Nö, die Olle, ja, ganz schön. Wunger. Das Momodora 3 gespielt. Nee, das war mein erstes Momodora. Das ist sehr süß. Aber, wir wissen noch nix. Ich weiß noch nicht, ob man es irgendwie backen kann oder so. Wuschi. Genau. Hier, Momodora 3 hatte ich mir angeguckt. Sachte mir nicht so doll zu, leider. Ähm, glaube ich. Ist halt extrem, also es ist süß, aber es ist extrem winzig. Ist halt von 2014, ähm, ist cute, aber er hat 4 zu 3, ist ein bisschen anstrengend damit dann. So, ist alles sehr winzig. Ist alles sehr winzig. Selber Publisher wie La Mulana. Kenn ich gar nicht. La Mulana. Ist auch Metroidvania. Was, du bist ein Plattformer, ne? Ja, doch, Metroidvania. Ah, ja. Höhle. Ja gut, Publisher heißt ja nix. Entwickler muss es ja sein. Der Publisher sagt ja letztendlich, da sieht nichts aus. Ne. Ähm, letztendlich sind ja die Entwickler entscheidend, wenn es im Spiel selber geht. La Mulana, so gutes Spiel. Ich habe noch nie von gehört gehabt. Der Momodora ist ja von Ardain oder Redain. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich muss das gerne mal anklicken, aber macht er irgendwie bei mir nicht. Ich kann Redain nicht anklicken. Wie sieht es denn mit dem anderen Momodora aus? Findet er nicht mehr, auch gut. Momo. Dora. Was steht denn da jetzt? Halt noch. Achso, wir sind wieder so weit, dass Steam wieder nicht reagiert. Danke. Aber der Entwickler ist anders. Der Entwickler ist nicht mehr Ardain. Entweder hat er sein Team vergrößert und die heißen jetzt Bombservice. Das weiß ich nicht. Obwohl Momodora Reverie Under the Moonlight war auch schon Bombservice. Okay. Vermutlich, ja wahrscheinlich. Die haben auch nur... Ah, ne, die haben auch noch Minoria gemacht. Aber da steht jetzt nur Soundtrack. Ich weiß jetzt nicht, was Minoria für ein Game ist. Minoria. Minoria scheint es... Ne, nicht Memoria. Das ist sicherlich. So. Minoria, wenn dann. Das sag ich dann aber auch nicht an. Scheint es nicht auf Steam zu geben, nur den Soundtrack. Bisschen seltsam. Komisch. Oder es wird bei mir irgendwie rausgefiltert gerade und ich weiß nicht warum. Minoria kann ich gerade nicht finden. Aber wie auch immer. Ja, ich kann ja nicht einfach einen Link posten, Junge. Das geht natürlich nicht. So. Dark Angel. 93X. Das habt ihr alle so komplizierte Namen. Jetzt kannst du den Link posten. Das wird sonst rausgefischt. Weil es immer welche Bekloppten gibt, die reinkommen, irgendwelche Spam-Links posten und wieder weg sind. Ah. Warum kannst du das öffnen und ich nicht? Scheuert. Letzter Zeit spinnt Steam bei mir auch ein bisschen. Das sieht auch sehr süß aus, ne? Gleicher Stil. Bisschen weniger pixellig quasi, ne? Auch süß. Oh, cool. Das war 2019. Oh, Urschlisten. Kann ich nicht überschließen. Warum nicht? Ich kann es kaufen. Das ist schön, aber ich habe gerade nicht 17 Euro übrig. Ist auch nicht gerade billig. Okay, das ist nicht überschließen. Ach, weil ich angeblich angemeldet bin. Ja, okay. Ich lasse es offen vergleichen. Könnte auch nichts suchen bei Steam. Hat nix geladen. Ja, Discord spinnt bei mir momentan. viel rum. Steam spinnt bei mir viel rum. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Immer wieder die dollen fünf Minuten. Ja, bei mir ist auch irgendwas in den Einstellungen irgendwie weird. Dass er mir in letzter Zeit Sachen rausfiltert, die ich nie eingestellt habe. Ich muss das mal ändern, aber ich habe immer keine Lust, was zu ändern. Weil es so... So, Minoria. Wenn ich das jetzt so suche, sollte er doch da. Da findet das doch. Die Einstellung nicht angezeigt. Ich check's halt nicht. Violent Sexual Content Drug References. Aha. Was ist das denn? Egal. Ich wünsche es das jetzt trotzdem. Auch, dass es irgendwann mal runtergesetzt wird. Sieht aber auch nach einem guten... Zügigen. Das sieht nach einem wesentlich schnelleren Metroidvania aus als Momodora. Ich freue mich auf das Neue. Meine Wishlist ist bald voll. Wird schon bei 100 spielen. 100. Meine Wishlist weint leise mit 241 Einträgen. Okay, die Hälfte davon ist auch noch nicht erschienen, aber trotzdem. Ich darf die Wishlist auch nicht durchgeben. Was ich gerade mache, ist dumm, aber... Ich mir immer denke, das wolltest du auch noch spielen. Und das wolltest du auch noch spielen. Und das wolltest du auch noch spielen. Ich brauche einfach acht Leben. Da sind so tolle Sachen drauf. Okay, da ist ein bisschen Müll drauf, aber ist okay. Ein bisschen Müll darf man haben, ne? Grimtales ist da tatsächlich nicht drauf, weil Grimtales wurde mir als Hardcopy geschenkt von Mr. und Mrs. Nightmare. Ich habe die ersten acht Grimtales als CD. Musste mir vielleicht deswegen extra ein CD-ROM-Laufwerk kaufen. Das sind diese Geschenke, weiße, die keine Geschenke sind. Catlady hat schon mal gespielt als... Nee, hatte ich mal auf meinem Wishlist oder habe ich sogar vielleicht, weiß ich gar nicht. Aber ging so lang und ich hatte bisher noch nicht die Muße, das zwischendurch zu spielen. Ich bekomme schon Putzfümmel bei 30. Ja, ich bin jetzt auch nicht so eine Idee, die gerne was wegschmeißt, das macht mir nicht so viel. Wenn ich nur digitale Sachen horte, ist es besser, als wenn ich im Real Life was horte. Catlady? Habe ich das nicht sogar? Wenn, dann in welchem Ordner habe ich das? Ähm... Ich wollte den Klick wahrscheinlich. Catlady? Habe ich nicht? Ich dachte, ich hätte Catlady. Oder bist du da Horror? Ist ja auch ein Horrorspiel irgendwie. Nee. Ich dachte, ich hätte das gehabt. Vielleicht soll ich es einfach mal im Store suchen, dann sehe ich da, ob ich das habe oder nicht. Oder ist das ein anderes Spiel, was ich meine? Apropos Epic, es ist Donnerstag. Ja. Klär mich auf, was das heißt. Nice, morgen ist Freitag, das ist gut. Aber leider muss ich Samstag arbeiten, deswegen ist es egal. Also Catlady findet er jetzt irgendwie gar nicht. Warum auch immer. Catlady Card Game, das ist es ja nicht. Ist das nicht Catlady, was ich mal auf der Liste da hatte? Nicht doof? Jetzt schon. Free Game of Epic. Oh, wann habe ich das jetzt mal Epic Games geöffnet? Keine Ahnung. Ich spiele die halt alle eh nicht, weißt du? Das ist so... Da hat man, aber... Das ist halt so... Ja. Wird aber nie wieder angeguckt. Ja, das Spiel, das heißt es. Was hat denn Epic gerade? Was hat denn Epic für ein Game? Konkai Impact 3rd. Irgendwas mit Anime-Waifus. Und Warpops ist gratis. Das ist, glaube ich, von Daedalic. Das ist von uns. This is a Daedalic Game. Epic Games Launcher wird vorbereitet. Ich habe Epic Games, ja. Bin nur zu faul ist zu öffnen. Ja, okay, ich öffne Epic Games für euch. Ich habe einen furchtbaren Einschluss auf mich. So, was sagt der Epic Games Launcher? Epic Slow, der lässt sich bei mir auch mal einen Wolf. This. Habt ihr schon, Daedalic Entertainment? Ist ja von euch. Ja. Gerade gesagt. Warpops ist von Daedalic. Ich habe tatsächlich selber noch nicht gespielt. Weil es einfach nicht so mein Thema ist. Aber mein Gott, gönnt euch, ne? Dafür ist es ja da. Epic LED und LED. Ja, was ich mein Epic-Konto jetzt auch weiß. Ich will gerade ernsthaft sagen, du weißt nicht, du erinnerst dich nicht an mich, Epic? Ja, ich weiß, wir haben lange nicht miteinander geredet, aber nicht so lange. Weißt doch, wie alt ich bin. Gott. Morgen. 334 Spiele mittlerweile, 0 Euro ausgegeben. Epic damit nur Geld gekostet. Ihr werdet ja sicher dafür bezahlt. Das passt schon. Nicht jetzt, geh weg. Entdecken. Wo hat man das denn immer? Ich weiß es gar nicht. Ich sitze so lange her, seitdem sieht alles anders aus. Gar da. Warpips und Duskers. Warpips habe ich automatisch. Ich habe ja natürlich alle Daedalic Games zugänglich. Und Duskers interessiert mich überhaupt nicht. Apropos alt. Ich bin alt und gehe jetzt heiabubu. Gute Nacht, danke. Mache ich nämlich jetzt auch. Bin auch alt. Hm. Ja. Ja. Holt euch Warpips. Für mich ist da jetzt nichts bei. Warpips habe ich sowieso. Duskers. Ah ne, ist auch noch gar nicht. Duskers ist nächste Woche. Duskers ist... Irgendwas in Space. Das ist mir zu abgespaced. Oh. Das ist mir zu abgespaced. Warpips ist bestimmt ganz lustig. Ist halt nur nicht mein Ding so. Aber es ist so Pixel... Geschute. Keine Ahnung. Ein 1 vs 1 Strategiespiel. So. Kein Wittelsgeknalle. Sondern Geknalle mit Hirn. Mhm. Bei euch alten Säcken muss ich mich da wohl auch mal verkrümeln und schlafen legen. Ich muss doch was essen. Der Hunger. Gratis Games sind gratis. Egal was ich... Was ist es? Ich nehme es mit. Es gibt tatsächlich auch bei PS Plus... Speichere ich mittlerweile nicht mehr jeden Bullshit. Bei Sachen wo ich weiß... NIEMALS werde ich das spielen. Lade ich auch nicht runter. Ja. Wenn du schon was davon gespielt hast, ist das was anderes. Ich habe ja auch schon mal... Äh... Was ist denn in meiner... Mein... Mein... Gedöns. Ähm... Ich weiß nicht, wie ich das sehe. Warum bin ich denn jetzt nicht angemeldet? Gerade war ich doch noch angemeldet. Das ist nicht verarschen. Gerade angemeldet. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Schließen. Schließen. So. Akropos PS Plus. Ja, hau raus. Legend of Dragoon. Das erste Mal digital verfügbar in der Classic Collection. Nice. Cool. Aber auch in PS Plus dann? Also gratis? Quasi? Ähm... Aber ich hatte davon gehört. Ja. Das ist ziemlich nice. Ein cooles Spiel. So. Wir sehen uns. Da sehe ich dann. Mal gucken. Das ist ein guter... Das ist ein guter... Das ist ein guter Zeitpunkt für Spiele gewesen. Legend of Dragoon. War eine nice Zeit. Ich mag... Ich mag diese Ära. Alles ein bisschen hässlich, aber ist okay. Ich bin auch ein bisschen hässlich. Ist auch okay. Ihr seid ja trotzdem hier. Ich glaube, das ist so ein Klassik-Game, was du via Sub dann spielen kannst. Ah, okay. Okay. Ah, ist wieder Groom-Tales-Zeit. Dann sitzt nicht ich hier. Dann sitzt Luisa hier. Ist ganz klar. Ne? Ich tue mir das nicht an. Das ist voll Luisa-Grey-Greys-Gebiet. Da würde ich mich nicht einmischen. So. So. Ich muss erst mal auf Twitch. Keine Ahnung, wie haben wir raiden. Das lädt alles gerade ein bisschen lang. Ich habe vielleicht mal viele Tabs offen gerade. M-m-m-m. Also ich mache gerade nur so, ne, ist scheiße, ist scheiße. Jetzt licht an den Spielen, die sie spielen. Ich werde ja nicht zu Hogwarts Legacy rüber raiden. Peter Noster spielt Adventures of Bertram Fiddle. Das klingt schon mal süß. Oh, der Noster. Ah, ein Schnitzel macht bestimmt gleich Feierabend, so wie ich den kenne. Guck mal bei Peter Noster rein, den wir da haben. Gute Nacht und danke der Starbott. Dann hoffe ich mal, dass dein Tattoo bald nicht mehr so doof juckt. Oh, hör auf. Es juckt gerade wieder voll. Ach, schon bevor du es gesagt hast. Edith Finch ist super. Nicht Edith Finch. Das, äh, nee, nee. Edith Finch habe ich nicht in der Liste hier gerade. Aber Edith Finch ist ein tolles Game, ja. Hallo Oldies, wir machen leider gerade Feierabend. Ich glaube, dir geht es trotzdem gut. Aber Peter Noster sieht richtig süß aus. Das Game. Sieht voll knuffig aus. Der macht doch noch ein bisschen, oder? Ja, der macht bestimmt noch ein bisschen. Ein bisschen Pointed Click Adventure sieht so richtig lustig aus. Muss ich mir mal merken, das Game. So. Du, 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 du. So. Grüßt mir, ihr Lieben. Ähm, das sieht mega ulkig aus. Wie gesagt, wir sehen uns am Sonntag wieder und dann am Montag. Und dann wird es nächste Woche wieder sehr wild. Ich freue mich drauf und danke, dass ihr da wart und ich sage Bye-Bye und schönes Wochenende. Wir sehen uns am Ende des Wochenendes wieder. Bye!